Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Tagungsgäste, ich bin Martin Grünebaum von Landesforsten Rheinland-Pfalz und freue mich gemeinsam mit drei weiteren Veranstaltungsträgern, dass Sie alle den Weg nach Seiweißbach gefunden haben. Die Partner sind das Regionalbündnis Sohnwald, der Bundesverband beruflicher Naturschutz und die Hochschule Geisenheim. Geplant war eine kleine Fachtagung im Walderlebniszentrum. Dann hat uns eine Flut von Anmeldungen erreicht und wir brauchten eine größere Halle. So landeten wir hier in Seiweißbach und mit dem Ortswechsel ist auch ein Wechsel des Hausherren verbunden. An meiner Seite ist der Ortsbürgermeister Ralf Noch, der uns jetzt hier willkommen heißt. Ja, guten Morgen zusammen. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen der Ortsgemeinde hier begrüßen. Wie bekannt ist, waren, Gott, er konnte längere Zeit keine Veranstaltungen stattfinden, ist jetzt die erste hier in diesem Jahr, was mich besonders freut. Und ich wünsche Ihnen für die nächsten zwei Tage gutes Gelingen, interessante Gespräche. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank noch für die Gastfreundschaft hier in Ihrer Halle. Ich bin froh, dass wir hier Platz gefunden haben. Es ist auch schön, die Verankerung im ländlichen Raum wird dadurch deutlich. Schön, wenn man Freunde hat. Das liegt nicht nur daran, dass wir Berufskollegen sind, sondern das gilt auch für viele andere Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz, die uns sicherlich auch helfen würden, wenn wir mal eine große Halle brauchen. Vielen Dank. Gerne. Gutes Gelingen. Ja, Thema Corona. Sie sehen es, ich habe hier eine Maske griffbereit. Es gilt das Hausrecht mit dem Hausherrn, ist vereinbart, dass wir nicht mehr verpflichten können. Ich kann es nur empfehlen. Aber wir sind viele Leute, wir haben versucht, sie auf Abstand zu setzen. Und das Stichwort ist Eigenverantwortung. Wenn wir nachher beim Essen oder sonst wo, wenn sich da kleine Menschen Trauben bilden, dann empfehle ich einfach, tragen eine Maske. Das hat sich bewährt. Ich stehe hier. Es gibt noch einen Punkt. Sie haben es mitbekommen. Es ist ein Filmteam hier. Früher haben wir Tagungsbände produziert, tonnenweise Papier, was irgendwo in den Schränken landet. Wir versuchen es heute mal mit einer filmischen Tagungsdokumentation und wir hatten darauf hingewiesen, dass das passiert. Wenn jemand Wünsche hat, dann sollte er sich bitte direkt ans Kamerateam Dunkelblaufilm wenden. Ich stehe hier in einer Doppelrolle als Organisator und Moderator des Nachmittags. Und die Hauptlast der Vorbereitung, die lag aber ganz klar bei Dr. Jörn Schultheiß, den ich mal bitte, sich hier zu zeigen. Er ist hier in Saiversbach aufgewachsen, arbeitet als Umweltwissenschaftler beim Kompetenzzentrum Kulturlandschaft KULT der Hochschule Geisenheim. Und es ist gut, wenn man Partner hat, wie man auf der Einladung schon sehen konnte, wie Sie es hier vorne auf dem Screen sehen. Das ist mir ganz wichtig. Wir bleiben nicht in unserer Blase. Wir sind fachübergreifend unterwegs und wir wollen raus aus den Echokammern. Und dazu kann diese Tagung heute einen Beitrag leisten. Das ist für mich schon der erste Erfolg der Tagung überhaupt, dass das alles so möglich ist. Wir haben vier Themen heute aus dem kommunalen Bereich, aus der Landwirtschaft, aus der Forschung, Waldentwicklung. Und wenn ich in den Saal schaue, dann ist das erfreulich divers. Fachrichtungen sind vielfältig vertreten und Politik und Medien sind hier am Start. Und an dieser Stelle begrüße ich die Medienschaffenden nochmal ganz besonders. Wir haben auch hier nicht einen Stapel von Pressemappen gedruckt, sondern wir haben etwas ganz Besonderes. Wir haben einen menschlichen Ankerpunkt. Das ist meine Kollegin Charlotte Bieger. Ankerpunkt für Medienvertretende, die Ihnen entsprechend weiterhelfen kann. Und um sichtbar zu machen, wie breit wir aufgestellt sind, bitte ich jetzt die Vertreter der drei Partner hier auf die Bühne. Und das wären der Dr. Lauf vom Regionalbündnis, der Professor Werk vom Bundesamt beruflicher Naturschutz und der Professor Jedecke von der Hochschule Geisenheim. Herr Lauf, ich darf Sie bitten, für das Regionalbündnis zu sprechen. Vielen Dank, dass wir Partner sein dürfen für so eine hochwertige und hochkarätige Veranstaltung hier. Das Regionalbündnis repräsentiert ja praktisch den ganz regionalen Part dieses Themas. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein, der seit 20 Jahren hier in der Region aktiv ist, viele Akteure zusammenführt. Wir vernetzen die Region in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben zum Beispiel auch eine regionale Marke so nah gegründet und treiben die weiter voran und profilieren die. Und Professor Jedecke und ich haben uns vorhin gerade nochmal besprochen. Vor 20 Jahren haben wir uns schon mal getroffen hier in der Region bei der Gründung des Projekts Lebendige Wälder mit der Deutschen Umwelthilfe zusammen. Und seit dieser Zeit ist der Wald für uns auch ein ganz zentrales Aktionsthema. Lebendige Wälder in der Hunsrück-Nahre-Region vernetzt wiederum die Akteure, die Forstleute, die Waldpädagogen und alle, die mit diesem Thema zusammenhängen. Und was jetzt unser Schwerpunkt ist in den letzten beiden Jahren, wo ja die Arbeit sehr schwierig gemacht worden ist, gerade so Vernetzungsarbeit, ist die nachhaltige Entwicklung der Region. Und da spielt das Thema Wasser und Wald ja eine ganz zentrale Rolle, auch im Rahmen des Klimawandels und der Folgen. Und ich wünsche Ihnen informative Tage hier in Seibersbach. Also ich freue mich auch schon auf die vielen Fachreferate und wie gesagt, also morgen auch eine schöne Exkursion. Wir haben bestimmt eine gute Zeit zusammen. Vielen Dank an das Regionalbündnis und für den Berufsverband. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit und über die große Resonanz, die ja auch über die Region hinaus strahlt. Und ich sage mal Wald im Fokus. Das ist auch in gewissem Maße neu und notwendig. Also wir haben die großen Debatten über die Frage Waldunternutzung. Das ist der ganz überwiegende Teil unserer Wälder. Und wie gelingt es uns, in der Nutzung Nachhaltigkeit zu garantieren? Und bei jeder Maßnahme, bei allen Dingen, die wir tun, die Fragen der Biodiversität und des natürlichen Klimaschutzes zu berücksichtigen. Das sind neue Herausforderungen, neue Themen, mit denen jeder, der im Berufsfeld sozusagen umgeht, jetzt zu tun hat. Und die Frage für uns natürlich ganz maßgeblich, wie gelingt es uns, die Senkenfunktion, die CO2-Frage auch im Zusammenhang der Waldbewirtschaftung zu lösen und natürlich Produktion sicherzustellen. Also das ist nicht so, dass der Naturschutz oder der berufliche Naturschutz hier irgendwie im Wege steht oder Probleme hat, sondern es ist die Frage des Wies, wie wir das entsprechend machen. Und Wasser und Boden, das große Thema hier, ist natürlich eine ganz ausschlaggebende Frage, wer, wir haben eben am Rande darüber gesprochen, auch die akuten Niederschläge, die wir hier in der Region gehabt haben, wie wir das auch hinsichtlich der Waldbewirtschaftung garantieren. Und natürlich geht es auch um Nutzungsfreistellung. Sie wissen, das große Thema Wildnis, Naturwaldentwicklung, also diese Parallelität, beides zu gewährleisten, ist unser Anliegen. Und deshalb will ich vielleicht nur in dieser Tagung für Sie den Blick ein bisschen auf Europa und Deutschland öffnen, aus dieser Region hinaus. Wir werden die Debatte bekommen um das 30-30-Ziel im Rahmen des Green Deal. 30 Prozent auch des terrestrischen Raumes soll naturschutzbezogen unter Schutz kommen, nicht streng, aber davon 10 Prozent streng. Und da werden die Wälder im Fokus stehen. Das wird eine relevante Frage sein, wie dies gelingen kann, wie wir das machen, wie wir das auch flächenmäßig darstellen. Eine Verordnung Restoration der Europäischen Union, also Wiederherstellung von devastierten Ökosystemen, da kann man schnell an die Gewässersysteme denken und so weiter. Aber da steht natürlich auch der Wald wiederum im Fokus. Und wie gelingt es uns, da sozusagen nicht additiv tätig zu sein, sondern das auch zusammenzubringen. Und diese Dinge kommen relativ rasch alle auf uns zu und der Bund wird entsprechend große Budgets zur Verfügung stellen. Also das ist sozusagen noch nicht 100 pro belastbar, aber es geht im natürlichen Klimaschutz in dieser Legislaturperiode um vier Milliarden Euro. Dazu kommen noch 900, also fast eine Milliarde, die im Rahmen der Waldstrategie für den Wald in Frage kommt, für natürlichen Klimaschutz und Biodiversität im Fokus vor allen Dingen. Und das sind natürlich Herausforderungen, wo wir die Frage stellen, wie personalisieren wir das überhaupt? Wie sind wir in der Lage, diese Haushaltsmittel entsprechend dann auch umzusetzen? Zuletzt, wir haben einen Arbeitskreis im BBN gegründet, vom Naturschutz zusammen mit den Kollegen aus dem Forst- und Waldbereich. Und da sind 50 Experten dabei. Wir werden jetzt ein Positionspapier zu diesen Fragen auflegen. Sie sind herzlich eingeladen, daran auch mitzuwirken. Das ist alles transparent und offen. Wir laden Sie dazu herzlich ein. Und diese Tagung ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt und Aufschlag für das Thema Wasser und Wald. Vielen Dank, viel Erfolg. Alles Gute. Danke an Professor Klaus Werk. Und der vierte Partner ist die Hochschule Geisenheim, Professor Jelicke, der dann auch die Moderation des Vormittags übernimmt. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Martin Grünebaum. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Die Hochschule Geisenheim mit dem Kompetenzzentrum Kulturlandschaft hat es sich zum Ziel gemacht, verschiedene Akteure oder Akteurinnen miteinander zu vernetzen, die sich mit der Entwicklung von Kulturlandschaft befassen. Und da gehören natürlich ganz stark die Nutzen dazu. Für uns ist es super, dass wir mit den Kooperationspartnern hier diese Tagung auf die Beine gestellt haben. Das entspricht genau unserem Ziel, verschiedene Akteure, die nicht unbedingt naturgemäß täglich miteinander reden, zusammenzubringen. Aus der Wissenschaft und Forschung einerseits, aus der Praxis ganz wichtig, andererseits, wir entwickeln gemeinsam Forschungs- und Umsetzungsprojekte, sind immer ganz nah oder versuchen ganz nah an der Umsetzungspraxis zu sein. Und unsere Haupttätigkeit ist die Weiterbildung, also Akteure zusammenführen, auch kritische und zum Teil konfliktäre Positionen zu diskutieren und dann aber auch gemeinsam Konsens und Lösungen zu suchen, wo immer das geht. Und ein klassischer Fall ist natürlich der Wald. Wir haben Riesenprobleme, sie sind offensichtlich, und das ist auch unsere Chance, dass die Klimawandelfolgen in den letzten Jahren so schlimm die Folgen sind in der Realität. Und wir alle wissen, das ist nur der Anfang einer viel schlimmeren Entwicklung, die sie uns droht, dass diese oft, dass diese Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit auch dazu wahrgenommen wird und zur Kenntnis genommen wird und diskutiert wird. Der Klimawandel ist Fakt und die Landschaft wird sich gravierend verändern. Und dieses hat massive Folgen auch für die Wirtschaft, für das Wohlergehen der Menschen, für die Erholungsfunktionen und und uns. Die Frage, die zentrale Frage ist, wie gehen wir mit dem Wald um, der ja entsprechend hohe Flächenanteile am Bundesgebiet hat. Und die eine Frage ist natürlich, wie reagiere ich mit dem Waldbau? Das ist das eine, also welche Baumarten, welche Nutzungsformen sind zukunftsfähig im Klimawandel? Wir haben uns jetzt mit dieser Tagung ein Thema herausgesucht, das in unseren Augen ein Stück weit vergessen wird bisher in der Debatte, nämlich den Wasserhaushalt. Wasser ist Mangelware, Mangelgut, das ist uns allen klar. Wasser aber außer denjenigen, die jetzt in der Umsetzung, in der direkten Praxis tätig sind, nicht so klar ist, dass das Wasser im Wald durchaus nicht unbeeinflusst ist, sondern dass es ein über Jahrhunderte gebildetes System von Entwässerungsgräben gibt, Entwässerungsrinnen, die an der Oberfläche oft gar nicht mehr sichtbar sind, sondern die trotzdem aber immer noch wirken, obwohl sie nicht zu sehen sind. Und mein Mitarbeiter Jörn Schulters hat dazu promoviert, er hat im Hunsrück-Nationalparkgebiet dezidiert offengelegt über historische Karten, über verschiedenste Quellen, wie intensiv dieses Entwässerungssystem ist. Und wenn man das sieht, ist es wirklich erschreckend. Das ist das eine. Das andere ist, und das können Sie und wir bei jedem Starkregenereignis im Wald auch beobachten, dass entlang der Waldwege Entwässerungsgräben funktionieren oder Abläufe dort sind, die das Wasser sehr schnell und über große Strecken aus dem Wald herausführen. Und genau das ist das Thema, für das wir sensibilisieren wollen. Den Wasserhaushalt, die Veränderung des Wasserhaushaltes und möglicherweise eben auch Gegenmaßnahmen, wie man das Wasser im Wald zurückhalten kann, mit dem Ziel, klimaresiliente Wälder aufzubauen. Wir glauben, dass es darum gehen muss, Nachhaltigkeit in Wäldern auch anders oder neu zu definieren, nicht fokussiert auf die Wirtschaftlichkeit. Natürlich kann man die Wirtschaftlichkeit nicht wegdenken oder wegdiskutieren. Aber die geforderte und schon seit Langem über das Waldgesetz geforderte Multifunktionalität von Wäldern ist eben etwas, über das wir auch noch mal neu diskutieren müssen. Dazu wollen wir Anregungen geben. Und da sind wir wieder bei dem Netzwerk. Für uns ist es eine super Konstellation, dass wir mit der Regionalentwicklung, mit den Landesforsten, mit dem beruflichen Naturschutz und wir als Netzwerker im Bereich der Kulturlandschaft hier eine Allianz gefunden haben, die wir mit Sicherheit auch fortführen werden. Soweit von mir vorab. Wir freuen uns auf ein spannendes Tagungsprogramm und wir steigen jetzt ein mit dem ersten Vortrag von Dr. Erwin Manz. Er ist Staatssekretär seit ungefähr einem Jahr im Umweltministerium. Ich muss leider ablesen, im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz. Das ändert sich ja mit jeder Wahlperiode in jedem Bundesland. Und wenn man bundesweit unterwegs ist, ist es immer ein bisschen schwierig. Erwin Manz ist kein Unbekannter im Naturschutz und auch in der Forstwirtschaft. Er hat seine Promotion zur Vegetation und standörtlichen Differenzierung von Niederwäldern geschrieben. Also er ist im Wald seit längerem unterwegs, nicht nur damit. Er hat Biologie studiert an der TH Darmstadt und an der Uni Göttingen, promoviert an der Uni Trier. Er war dann lange freiberuflich tätig in der Umwelt- und Landschaftsplanung, ehrenamtlich im Naturschutz engagiert, seit 2002 Geschäftsführer in der Landesgeschäftsstelle des BUND und ist dann in das Ministerinnenbüro als Leiter gewechselt und hat dann die Abteilung, bevor er Staatssekretär wurde, die Abteilung Wasserwirtschaft im Umweltministerium geleitet. Das heißt, er hat viele unterschiedliche Berührungspunkte zum Thema und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag zum Thema Wasserrückhalt in Rheinland-Pfälzischen Wäldern, Herausforderungen und Ziele aus politischer Sicht. Bitte sehr, Herr Manz. Haben wir eine Präsentation? Achso, okay. Dann habe ich jetzt Unruh gemacht. Startest du es nochmal? Weil das Bild passt ja so schön zum Thema, was wir hier haben. Ja, eher unschöne Dinge drauf, aber damit beschäftigen wir uns. Ja, sehr geehrter Herr Professor Jädig, vielen Dank für diese freundliche Einführung und auch die Hinweise auf die vielfältigen Berührungen, die ich mit dem Thema habe. Ich grüße auch Herrn Schult, heißt er ja, die Hauptarbeit hier mit der Veranstaltung hat, aber auch die Kooperationspartner Dr. Lauf, lieber Rainer, Professor Werk. Schön, dass wir uns auch in dem Rahmen wiedersehen. Ich begrüße den gastgebenden Bürgermeister, Herrn Noch, auf den Blick jetzt verloren, aber er ist sicherlich da. Und aus dem Landtag, Herrn Illing. Sehr schön, dass wir auch das Parlament hier vertreten haben in dieser Sitzung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin dankbar, dass dieses Thema von den Partnern so aufgegriffen wurde. Es ist ein hochaktuelles Thema, was uns das täglich in unserer Arbeit betrifft. Und ich erwarte, dass heute hier auch von dieser Tagung, wo sehr viele Experten anwesend sind, wichtige Impulse ausgehen, die uns auch in unserer Arbeit befruchten werden. Das Kernproblem, auch wenn es hier nicht mit Worten steht, aber auf dem Bild ist es zu sehen, ist der Klimawandel, der wirklich schon teilweise sehr katastrophale Auswirkungen in unserem Land hat. Hier auf dem Bild sehen wir Waldschäden. Es gibt andere Facetten wie Starkregenereignisse oder diese unsägliche Flutkatastrophe, die wir letztes Jahr hatten, die sehr, sehr großes Leid, viele Tote, viele große Schäden verursacht hat. Also der Klimawandel hat wirklich sehr dramatische Formen angenommen. Ich möchte einige Kerndaten kurz nennen zum Einstieg. Das ist der Anstieg der Jahresmitteltemperatur um 1,6 Grad seit 1881. Damit liegen wir in Rheinland-Pfalz sogar leicht über dem Bundesdurchschnitt. 2018 war das bisher wärmste Jahr, was wir jemals in Rheinland-Pfalz verzeichnen konnten. Ja, die Experten sagen, dass das noch schlimmer kommen wird, dass die Jahresmitteltemperaturen weiter ansteigen werden und dass auch die Niederschlagsmengen ansteigen werden. Gut, da könnte man erst mal beruhigt sein, wenn Niederschlagsmengen ansteigen. Aber das werden wir uns gleich noch mal anschauen, dass das dann nicht unbedingt hilft. Da wird auch vorhergesagt, dass eine Zunahme im Winter, vor allen Dingen eine Zunahme im Winterhalbjahr stattfinden wird. Das konnten wir in der Vergangenheit noch nicht beobachten. Da war eher das Gegenteil der Fall. Und da sind wir eigentlich schon bei einem wichtigen Symptom oder auch Teil des Problems, was wir haben, dass eben durch die erhöhten Temperaturen sich die Verdunstung erhöht und damit eben trotz vielleicht steigender Niederschläge, die überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Aber da werfen wir gleich noch einen genaueren Blick hin. Was auch in dem Zusammenhang betrachtet werden muss, ist eine Veränderung von Großwetterlagen. Der Jetstream hat sich abgeschwächt und Großwetterlagen sind stabiler. Das heißt, wenn wir Hitze und Dürre haben, dann haben wir sie und dann wird sie länger bleiben. Wenn wir ein Tiefdruckgebiet haben, dann hängt es länger da, ist auch weniger beweglich und an ganz bestimmten Stellen oder wie im letzten Jahr sogar in der ganzen Region, regnet es dann ohne Ende. Und das sind dann Regenmengen, die uns im Wald oder auch sonst, wo wir Wasser nutzen wollen, wenig helfen, weil sie in solch großen Mengen kommen, dass sie eben direkt abfließen. Das heißt, diese lokal begrenzten Starkniederschlägen, die helfen uns nicht bei der Grundwasserneubildung. Für die Grundwasserneubildung ist vor allen Dingen das hydrologische Winterhalbjahr von Betracht, also die vegetationsfreie Zeit zwischen November und April. Dort wird das Grundwasser gebildet. Aber was stellen wir fest? Diese vegetationsfreie Zeit, wo Vegetation nicht verdunstet, sie wird kürzer und der Schnee fehlt. Das sind alles also Symptome, die zusammenkommen. Höhere Temperatur, höhere Verdunstung, längere Vegetationszeit, kürzere vegetationsfreie Zeit. Dass eben alles in allem die Grundwasserneubildung dramatisch gesunken ist. Unser Landesamt für Umweltschützer hat das Ganze ausgewertet, hat sich die letzten 18 Jahre vorgenommen, das mal mit langjährigen statistischen Zahlen verglichen und kommt auf einen Mittelwert im Land Rheinland-Pfalz, der besagt, dass die Grundwasserneubildung in diesen 18 Jahren, die jetzt direkt hinter uns liegen, um 25 Prozent zurückgegangen ist. 25 Prozent verringerte Grundwasserneubildung. Das ist wirklich eine dramatische Beobachtung, die wir dort haben. Und wo wir heute nicht davon ausgehen können, dass sich das wirklich entscheidend entspannen wird. Das ist ein Mittelwert. Wenn wir dann noch betrachten, dass in den ergiebigsten Naturräumen, also was Wassernutzung, Grundwasserneubildung angeht, gerade in den ergiebigsten Naturräumen wie dem Pfälzer Wald oder dem Oberrheintalkraben, wir über diesem Wert von 25 Prozent liegen, das zeigt dann, dass die Situation noch dramatischer ist. Das Ganze können wir dann auch messen, dass eben sich die Grundwasserganglinien verändert haben, Grundwasserstände sind gefallen oder auch, das ist eine Sache, Grundwasserganglinien sieht nicht jedermann von uns, aber was jedermann beobachten kann, ist, wenn er einfach draußen in den Wald oder die Natur geht und Quellen beobachtet, dass immer wieder wir feststellen müssen, dass Quellen häufiger trocken fallen. Ja, was ist die Konsequenz? Ich will es hier, obwohl es nicht das Thema ist, allem voranstellen. Klimaschutz, das ist die zentrale Aufgabe. Wir müssen diese Auswirkungen eindämmen. Wir müssen konsequenten Klimaschutz betreiben. Wir brauchen eine Energiewende. Wir brauchen mehr Windräder. Wir brauchen mehr Solarenergie. Wir müssen Energie einsparen, wo immer es geht. Was aber das Thema heute ist, sind die Symptome, mit denen wir uns da beschäftigen. Die Auswirkungen des Klimawandels und wie können wir diese Auswirkungen abdämpfen? Wie können wir diesen Symptomen entgegenwirken? Da sind wir dann gleich beim Wald, der ja über 40 Prozent unserer Landesfläche bedeckt, der dort ja schon eigentlich das große Opfer ist. Wir werden gleich da noch ein paar Dinge hören. Auf dem Bild haben wir es ja. Die Borkenkäfer-Kalamitäten sind ja auch direkt ein Ausfluss aus diesen Veränderungen von mehr Wärme und mehr Trockenheit Wald als eigentlich ein ganz großes Opfer des Klimawandels. Aber ich will gerade auch noch mal auf Klimaschutz zurückkommen. Da spielt der Wald nämlich auch eine Rolle. Der Wald, wir haben es eben gehört von Herrn Werk, der Wald ist eine CO2-Senke. Er kann CO2 speichern im Holz. Entweder Holz, das im Wald steht oder wenn wir es stofflich nutzen und zum Beispiel im Holzbau einsetzen, kann es über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gespeichert werden. Wir brauchen also Wald und Holz als Beitrag für den Klimaschutz. Also Opfer und Lösung zugleich ist der Wald. Er muss also stabilisiert werden, dass er als solcher erhalten bleiben kann. Jetzt hat sich aber perspektivisch, wenn wir Wald betrachten und Wachstumsbedingungen, im Wald grundsätzlich was geändert. In früheren Jahrhunderten war da eher zu viel Wasser. Wir haben vieles getan, um Wasser aus dem Wald rauszubekommen. Jetzt sind wir plötzlich in der Situation, wo zu wenig Wasser da ist. Ja, was ist da alles geschehen? Über 200 Jahre lang wurden Gräben gezogen, wurden Bäche begradigt, wurde Wald entwässert. Das können wir eigentlich in allen Waldgebieten unseres Landes so beobachten. Auch gerade hier im Sohnwald, wo wir uns bewegen, ist das sehr augenfällig. Aber auch in Tieflagen hat das stattgefunden. In der oberrheinischen Tiefebene oder auch im Landstuhlerbruch ist sehr viel entwässert worden. Ja, eine weitere Aktivität war der Bau von Wegen. Ja, was hat Wege mit Wasser zu tun? Ja, die Wege sind so dimensioniert worden oder mussten so dimensioniert werden, dass schwere Maschinen, Laster drüberfahren konnten. Und da war eben immer das Wasser war der größte Feind des Weges. Also musste Wasser weg und abgeleitet werden. Also auch ein Teil des Problems, wie wir im Wegebau damit umgegangen sind. Das ist kein Argument gegen Wege. Wir können nicht alle Wege abbauen, aber wir müssen gucken, dass wir dort ein anderes Wassermanagement künftig haben. Ja, ich möchte auf einen weiteren Bereich kommen, wo wir eigentlich eher zur Entwässerung oder zur Verschärfung der Probleme beigetragen haben. Das ist der Maschineneinsatz im Wald. Wir mussten sehr stark mechanisieren und haben eben auch in der Vergangenheit durch Einsatz schwerer Maschinen und durch Rückgetätigkeiten dort auch schon zu Bodenverdichtungen beigetragen oder eben, wenn Rillen entstanden sind, sogar Erosion herbeigeführt, Erosion, die ja dann auch Abfluss wieder beschleunigt. Ich möchte auf einen vierten Aspekt kommen, der die Wassersituation in den Wäldern verschärft hat. Das ist die Baumartenwahl. Es gab Motive damals, den Brotbaum Fichte anzupflanzen. Man hatte eben diese Probleme, die wir heute kennen, hatte man früher nicht gekannt. Und so entstanden große Fichtenmonokulturen. Und damit sind auch Probleme im Wasserhaushalt mit sich gekommen, weil wir hier eine Baumart haben, die erstens mal sehr viel Wasser über Interzeption, also Wasser, was sie oben im Kronendach auf den Nadeln aufnimmt, direkt wieder in die Atmosphäre abgibt, gar nicht an den Boden gelangen lässt, dann nicht unbedingt große Poren im Boden hat, dass der Boden als Schwamm Wasser aufnehmen kann. Und dann ist es noch ein Flachwurzler, der dann das Wasser auch gleich an sich zieht und gar nicht tiefer eindrängen lässt, regelrecht als Pumpe wirkt die Fichte da. Und das wird ihr jetzt zum Verhängnis. Das hat alles funktioniert, solange viel Wasser da war. Jetzt, wo das Wasser knapp wird, ist natürlich diese flache Wurzel, also dieser Baumart das Verhängnis geworden, dass dann die Bäume geschwächt sind und dem Borkenkäfer dann zum Opfer fallen. Ja, jetzt müssen wir in die Zukunft gucken. Wir müssen all diese Dinge besser machen. Was sind die Konzepte, die wir hier in unserer rheinland-pfälzischen Forstwirtschaft verfolgen? Wir müssen eben wegkommen von diesen Monokulturen. Teilweise tut die Natur das jetzt schon von alleine und müssen Mischkulturen aufbauen, wo eben maßgeblich heimische Laubholzbaumarten wie Buche und Eiche enthalten sind und von denen erhoffen wir uns eine wesentlich größere Stabilität beim Klimawandel. Wobei, so ganz einfach ist das auch nicht, gerade wenn man hier im Sohnwald ist, aber auch in anderen Gebieten. Ich war die Woche im Donnersberg, da sterben jetzt die alten Buchen, weil auch die Buchen hatten ein Wurzelsystem ausgebildet, was wohl einfach mit mehr Wasser angepasst war. Und diese drei wirklich dramatischen Trockenjahre haben dann auch dazu geführt, dass die alten Buchen dort sehr stark gelitten haben bis hin, dass viele Bäume absterben. Aber ich möchte betonen, das ist kein Argument dagegen, Buchenwälder zu entwickeln, weil gerade die jüngeren Bestände eine sehr große Vitalität aufweisen und wir die Hoffnung haben müssen, dass wenn jetzt eine neue Generation da heranwächst, dass sie auch widerstandsfähiger sind. Ja, wir müssen mehr Totholz in den Wäldern belassen. Totholz, da können wir jetzt sehr viele Gründe aus dem Naturschutz nennen. Ich möchte jetzt aber beim Wasserhaushalt bleiben, einfach auch als ein Hitzepuffer, dass einfach, wenn Wälder dort absterben, dass wir einfach eine Bodenbedeckung haben, dass wir eine Humusbildung haben, was schlichtweg auch als Schutzschild über dem, diese organische Substanz, die dort als Schutzschild über dem Boden dann auch dient und auch hilft, Wasser zurückzuhalten. Ja, was tun wir, um Mischwälder aufzubauen? Da sind eben, gerade in den Nadelwäldern ist die Vorausverjüngung wichtig, Bodenschutzkalkung ist immer noch von Bedeutung dort, wo eben Böden zu sehr versauert sind. Und wir müssen vor allen Dingen ursprüngliche Verhältnisse auf Nassstandorten wiederherstellen. Ganz zentral ist eben, dass die Bodenlebensgemeinschaften und eine tiefgründige Durchwurzelung erhöht werden, dass wir einen großen Wasserspeicher haben, der letztendlich dann auch eine Tiefenversickerung ermöglicht und so wirklich dieser Wasserspeicher genutzt wird. Und letztendlich, wir nutzen es ja in vielen Fällen für die Trinkwassergewinnung, dass dann auch wirklich die Grundwasserneubildung stattfindet, die wir dann auch für eine gute und gute Trinkwasserqualitäten für ausreichende Mengen benötigen. Ja, Maßnahmen habe ich schon zum Teil genannt. Also die Bodenbedeckung, die ist wichtig. Vermeidung von Bodenverdichtung, Schutz vor Erosion und eben vor allen Dingen der Verschluss von Gräben. Da sind die Arbeiten von Herrn Schultheiß in der Nationalparkregion sehr wichtig. Aber das kann man übertragen eigentlich auf die meisten Waldgebiete, dass wir dieses reich verästelte Netz haben, dass eben diese Gräben, die lange in Vergessenheit geraten sind, aber wenn wir jetzt in der Schneeschmelz gucken, wo Wasser fließt, dann sind sie alle aktiv. Dass also solche Gräben dann verschlossen werden und Wasser in den Beständen gehalten wird. Der Linienabfluss muss gemildert werden, also gerade entlang von Waldwegen. Das Wasser muss verteilt werden. Da können örtliche, ein kleinräumiges Netz an Sickermulden kann da wichtige Beiträge leisten, dass wir dort immer mehr Speicherraum schaffen und eigentlich auch Retentionsräume. Denn alles Wasser, was wir im Wald zurückhalten, hilft uns nicht nur in Trockenperioden, sondern das mildert auch den Abfluss bei Starkregen, bei Schneeschmelze und regenreichen Perioden und ist letztendlich damit auch Hochwasserschutz. Ja, ich komme zum Fazit. Die Forstwirtschaft hat ja schon seit Jahrhunderten, arbeitet sie nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Der Begriff der Nachhaltigkeit muss ständig fortentwickelt werden. In den letzten Jahrzehnten haben die Diskussion um Nachhaltigkeit vermehrt Rücksicht auf die Aspekte der Biodiversität, der Artenvielfalt in den Wäldern, was jetzt ganz neu durch die Klimakrise in Fokus tritt, dass auch Wasserrückhaltung, Wasserhaushalt noch wesentlich stärker als Element der Nachhaltigkeit dort mitgedacht werden muss. Also Klimawandel heißt, dass wir an sehr, sehr komplexe Probleme wirklich eingefangen haben und da auch eigentlich auch sehr vielfältige Lösungen, die dieser Komplexität Rechnung tragen, dann auch entwickeln müssen. Was lernen wir auch daraus? Natur- und Klimaschutz müssen sich gegenseitig ergänzen. Eigentlich die Dinge, die ich vorhin genannt habe, sind eigentlich alles Wege, die nicht unbedingt jetzt in eine neue oder stärkere Technisierung gehen, sondern das sind Dinge, die stärker mit der Natur arbeiten, dass wir noch stärker die natürlichen Prozesse beachten und bei der Waldbewirtschaftung dann wirklich mit natürlichen Lösungen dort arbeiten. Ja, Fazit, ich kann es nur noch mal wiederholen. Wasser ist nicht mehr im Überfluss da, es ist ein Mangel und das ist eine sehr bedrohliche Situation und da danke ich auch jetzt an der Stelle für die Durchführung dieser Tagung, weil das ist ein Sachverhalt, der noch nicht in allen Köpfen so drin ist und wir müssen wirklich das Bewusstsein für diese Problemlage noch stärker verbreiten und da hat diese Tagung eine sehr wichtige Rolle, das zu tun, einfach das Bewusstsein weiter zu verbreiten, aber auch der Diskurs der Experten, der wird natürlich auch noch mal neue Ideen und Handlungsansätze an die Oberfläche bringen, die wir dann auch in unsere Arbeit integrieren können. Ja, damit möchte ich danken für die Aufmerksamkeit, aber nochmals auch den Kooperationspartnern für die Durchführung der Tagung und vor allen Dingen allen Referentinnen und Referenten für die Vorträge, die dann kommen wollen, allen, die da mitdiskutieren und an der Lösung der Probleme mitarbeiten. Vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Manns, für den eindrucksvollen Aufriss des Themas, der Breite des Themas. Naturschutz und Klimaschutz, haben Sie gesagt, sind, ich sage es in anderen Worten, zwei Seiten einer Medaille, Sie gehören zusammen, ich glaube, das ist in der Praxis auch schon durchaus verstanden und die Forstwirtschaft ist eben auf beiden Seiten der Medaillen auch ein ganz, ganz wichtiger Akteur. Sie haben verdeutlicht, eindrucksvoll, dass das Thema Klimawandelwirkungen im Wald und die Handlungserfordernisse und die konkreten Bedarfe in der Politik, in der Landespolitik anbekommen sind. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt und was jetzt folgen muss oder noch verstärkt folgen sollte, ist in meinen Augen die Übertragung guter Beispiele aus der Praxis auf andere. Also die Kommunikation von guten Beispielprojekten. Wie kann ich das Wasser im Wald zurückhalten? Wie sehen zukunftsfähige, resiliente Nutzungskonzepte aus und so weiter? Wir steigen noch nicht in die Diskussion ein, sondern wir haben, wie es im Programm vorgesehen ist, nach den nächsten zwei Vorträgen dann einen Diskussionsblock, wo wir alle drei Vorträge zusammen diskutieren wollen. Bitte beheben Sie also Ihre Fragen hierzu auf. Wir haben jetzt vier Vortragsblöcke im Programm, haben Sie es gesehen und wir beginnen mit der kommunalen Sicht. Kommunen sind wichtige Akteure in der Praxis. Kommunen sind vielfach Wald-Eigentümer, auch direkt betroffen. Kommunen haben Erholungsvorsorge zu betreiben und sind natürlich ganz direkt auch abhängig von der Waldentwicklung, von den Prozessen, die im Wald ablaufen. Und das werden wir jetzt verdeutlichen im Rahmen der Tagung sicherlich, natürlich auch abhängig von dem, was an Wasserrückhalt im Wald funktioniert. Ich begrüße als nächsten Redner Markus Flüttger. Er ist seit 2009 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Zuvor war er hauptamtlicher Beigeordnete. Er hat seine Ausbildung in der Verbandsgemeinde Rüdesheim absolviert, hat dann ein Studium zum Diplomverwaltungswirt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Main absolviert. Und was sein Bezug ist? Wo ist er eigentlich? Da hinten. Sie dürfen sich schon mal auf den Weg machen. Und was ist sein Bezug zum Wald? Ich weiß nicht, ich vermute, Sie sind auch kommunaler Waldbesitzer. Das werden Sie uns gleich erklären. Ja, er nickt. Im Internet habe ich gelesen, Sie fahren gerne Rad. Und damit ist natürlich auch der Bezug Erholungsfunktionen von Wäldern mit Sicherheit auch einer, der Sie ganz persönlich betrifft. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag zum Thema zentraler Akteur und Betroffener kommunaler Umgang mit Wasserrückhalt in der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Bitte sehr. Applaus Das geht auch, ja. So groß bin ich gar nicht. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Manns, lieber Erwin, Herr Ortsbürgermeister noch, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung, verbunden auch mit der Möglichkeit, Sie haben es geschrieben, als Betroffener, ich will aber auch sagen, als kommunaler Vertreter, der einmal die Meinung in Sachen Hochwasserschutz, aber auch, es wurde eben angesprochen, in Sachen Wald, Waldbewirtschaftung, hier kurz berichten möchte. Zur Verbandsgemeinde Rüdesheim, Rüdesheim an der nahe, auf der richtigen Seite also, 32 Ortsgemeinden, wir haben knapp 30.000 Einwohner, das ist mir ganz wichtig, bei den 30.000 Einwohnern würde ich die nächste Gehaltsstufe bekommen, wir haben sie nicht, ja, wir werden mal sehen, was wir machen. Wir haben eine sehr hügelige Region, insgesamt 20.000 Hektar Fläche. Ellerbach, Gräfenbach und schließlich die Nahe verlaufen, neben vielen kleineren Bachläufen, durch zahlreiche unserer Gemeinde und diese Bäche kennzeichnen unsere Verbandsgemeinde und die Nahe, ich glaube, das ist uns alle bewusst, kennzeichnet unsere schöne, so lebens- und liebenswerte Nahregion. Ich habe mir aufgeschrieben, Wasser ist Leben und ohne Wasser wird es kein Leben geben. Doch zu viel Wasser, und das an einer Stelle, stellt sicherlich auch eine ganz, ganz große Gefahr für Mensch und Natur dar. Im Mai, ich muss jetzt mal gucken, was da noch kommt, okay, ja, im Mai 2016 und im Juni 2021 wurden einige unserer Gemeinden von, und ich habe das umschrieben, mit Starkregenereignissen heimgesucht. Deshalb haben wir bereits im Jahr 2017, also vor fünf Jahren, für alle 32 Ortsgemeinden und die Werbien, da sage ich Dankeschön, für alle 32, ein Hochwasserschutzkonzept in Auftrag gegeben. Doch alleine, verehrte Gäste, mit einem Konzept ist die Gefahr des Hochwassers, der Überschwemmungen noch nicht gebannt. Zahlreiche kleinere Maßnahmen, und die sind meist im privaten Bereich, müssen, können, und sie konnten, Gott sei Dank, auch schon umgesetzt werden. Doch bereits bei den, ich glaube, jeder in seiner Gemeinde weiß das, bereits bei den vielen Ablagerungen an den Bachläufen beginnen die Probleme, und sie enden nicht an zahlreichen Brennholzstapeln, an den Hütten, an Unterständen in unmittelbarer Bachnähe. Die Großbaumaßnahmen, da spreche ich die Kolleginnen und Kollegen an, die Großbaumaßnahmen stellen die größte Herausforderung für die Kommunen dar. Und da stellt sich die Frage, wer schützt wen und wer bezahlt am Schluss diese Maßnahmen? Und sehr geehrte Damen und Herren, hierzu komme ich auf das Thema des heutigen Tages ganz kurz zurück, graben wir uns das Wasser im Wald ab. Alle, alle, wie wir hier sitzen, brauchen das Wasser und wir brauchen auch den Wald. Wir können beide Lebensgaranten nicht voneinander getrennt betrachten und wir müssen Sorge dafür tragen, dass sich beide oder dass beide gut miteinander auskommen. Und dazu möchte ich ganz kurz vier Sichtweiten einmal beleuchten. Ich sage das, wenn man es jetzt hier vom Bildschirm nicht ganz so gut erkennen kann. Ich nehme das Thema Trinkwasser. Der Staatssekretär hat es schon erwähnt. Jahr für Jahr wird es für uns als Wasserversorger immer schwieriger, gutes, gesundes Trinkwasser und das auch noch in ausreichender Menge für die Haushalte zur Verfügung zu stellen. Und die meisten unserer Vorräte liegen eben im Wald. Wir müssen sie finden und wenn wir sie gefunden haben, müssen wir sie schützen. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der oftmals, ich habe auch noch so einen Zwölfjährigen zu Hause, da wird gebadet, da wird das Wasser wieder halb abgelassen, weil es wird langsam kälter, wird wieder nachgelassen und nachlaufen gelassen. Und ich glaube, das muss uns allen ins Bewusstsein kommen. Trinkwasser ist ein ganz, ganz wichtiges Gut, auch hier bei uns in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Thema Energiewende. Nicht falsch verstehen. Ich bin katholisch, Bayern-Fan und bei der Sparkasse. Es sitzen hier unten, ich sage das nur so, damit er mir zuhört. Es gibt sicherlich lauterer evangelisch und bei der Volksbank und auch Dortmunder. Doch wir alle leben gemeinsam auf einer Erde und mit einer Menschheit. Gemeinsam müssen wir Sorge dafür tragen, dass wir noch lange hier zusammen leben können. Die Energiewende darf auch nicht am Wald Halt machen. Jedes Windrad stellt einen Eingriff in die Natur dar. Sie kostet oder es kostet Waldfläche und es verbraucht durchschnittlich, mich da mit dem Geschäftsführer der Basalt AG unterhalten, wenn man die Zuwägung, die Ausgleichsflächen und alles einmal hinzurechnet, mindestens 5000 Tonnen Abbaumaterial. Jetzt können wir unter uns wieder diskutieren, brauchen wir Steinbrüche? Ich glaube schon. Anderes Thema nächste Tagung. Hierzu erwarte ich mir zu dem Thema Energiewende im Wald die Unterstützung von Bundes- und Landesregierungen. Denn alleine wir als Verbandsgemeinden, die Städte sind ja da weniger betroffen, was die Windenergie betrifft, wir werden noch in Jahren, wie wir Erwin Windenergieanlagen planen, uns aber mehr mit den Anwälten beschäftigen müssen. Und deshalb, wir brauchen einfach klare, rechtsverbindliche Vorgaben. Und ich glaube, sowohl die waldbesitzenden Gemeinden, der Forst, wie auch wir dann als Zuständige, als Verbandsgemeinden, wir stehen zu der Energiewende. Ich glaube, das hat sich in den letzten vier bis acht Wochen nochmal auch bei jedem verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass wir unabhängig werden, nur wenn wir uns Befürworter wie Gegner. Wir werden nur eines gewinnen, Zeit. Und Zeit, glaube ich, haben wir in Sachen Energiewende keine. Thema Tourismus. Ich möchte das nur kurz anschneiden. Sie sagten es ja, ich fahre gern durch den Wald mit dem Fahrrad, ich fahre da auch gern mal abseits der Wege. Ja, ist okay, passt ja auf. Ich hatte jetzt eine Netzhautablösung, ich darf momentan nicht so viel fahren. Also Jahr für Jahr werden und wir bewerben das ja auch, die touristischen Aktivitäten in und um unsere Wälder, die werden mehr und mehr. Wir wollen wandern, wir wollen Nordic Walking, ich weiß nicht, wie man das jetzt als Substantiv sagt, wir wollen Biken, Klettern. All das muss möglich sein, ich glaube, all das ist auch möglich. Es muss aber auch erlaubt sein und es muss naturverträglich möglich sein und das sind alles, ich spreche immer von den 98 Prozent, vernünftige Menschen und wenn man da es ermöglicht und ordnungsgemäß ausweist, dann glaube ich, kann sich der Tourismus mit dem Wald in unserer schönen Heimat ganz gut vertragen. Letztes Thema hierzu, das ureigene Thema, Waldbewirtschaftung für die Kommunen, aber auch für den Forst und ich habe mich schon immer in Sachen Waldbewirtschaftung für unsere Förster und für die Forstmitarbeitenden bei Landesforsten ausgesprochen und auch eingesetzt. Und ich sage ganz offen und ganz deutlich, Nachhaltigkeit ist mehr denn je das oberste Gebot und Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, ob hier Private dabei sind, geht eben nicht nur oder ich glaube, es geht eben nicht unter dem Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung. Von daher an dieser Stelle herzlichen Dank allen Forstmitarbeitern, stellvertretend sage ich, weil wir sehr oft mit der Mann da zu tun haben, unserem Forstamtsleiter Bernhard Fraunberger, einen ganz, ganz herzlichen Dank euch und eurem Team. Ich glaube, Landesforsten macht für uns Kommunen in den Wäldern einen super Job. Herzlichen Dank. Jetzt musst du klatschen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Dr. Schulteis fragte mich im Vorfeld nach Lösungsansätzen. Nein, ich bin noch nicht ganz. Nach Lösungsansätzen. Schwierig. Ja, ist immer gut, wenn man zwischendurch geklatscht wird. Schwierig. Ich möchte da weder die Feststellungen bezüglich des Klimawandels und der Erderwärmung in Frage stellen, noch möchte ich Dämme um unsere Ortsgemeinden bauen. Vielleicht kann ich aber eine kleine Botschaft mitgeben. Das beste Konzept wird uns ohne Umsetzung nicht helfen. Und die besten Gedanken werden eben dann vergessen, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht. In meiner Verbandsgemeinde wurden Ortsgemeinde überflutet, manche bereits zum wiederholten Mal. Ich bin froh, dass keine Menschen ernsthaft zu Schaden gekommen sind. Letztes Jahr mussten wir alle ja lernen, dass es immer noch ein viel schlimmer geben kann. Hochwasserschutz geht uns alle an. Der Schutz der Ortslagen fängt im Außenbereich an. Wir müssen großflächig und wir müssen großräumig denken. Vor den Ortslagen muss das Wasser verteilt und gepuffert werden. In den Ortslagen, durch die Ortslagen muss es dann schnell und sicher für die Bevölkerung durchgeleitet werden. Und es darf sich nicht nur jeder selbst schützen. Die Gemeinschaft steht beim Schutz vor Hochwasser über den Interessen der Einzelnen. Und dazu brauchen wir eben die finanziellen Mittel und wir brauchen ein Umdenken in Landwirtschaft und in der Bevölkerung. Sehr geehrter Dr. Manns, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube nicht, dass wir die Kosten für Schadensereignisse mit denen zur Errichtung von Schutzbauten eins zu eins vergleichen dürfen. Ich sehe hier alle in der Pflicht. Die kleinen Gemeinden können diese Aufgabe nicht leisten, erst recht nicht, wenn es in den Gemeinden darum geht, dass eine Oberliga- Gemeinde, also eine über der anderen Gemeinde liegende Gemeinde, die darunter liegende Gemeinde schützen soll, vielleicht gehört sie noch nicht einmal, wie in unseren Fällen öfter geschehen, zur gleichen Verbandsgemeinde. Deshalb bitte ich, es muss Gemeinschaftsaufgabe sein, der Hochwasserschutz unterstützen Sie bitte die Menschen hier und vor Ort. Meine Damen Damen und Herren, ich bin mit meinem Vortrag fast am Ende. Ich darf eine persönliche Anmerkung machen. Hören Sie sich bis zum Schluss an, wird nicht jedem gefallen, aber so ein Stück Wahrheit ist hoffentlich dabei. Unsere Gemeinden, und da bin ich eben der Vertreter für 32, suchen immer wieder Grundstücke eben für den Hochwasserschutz, aber auch für Bauland, für Ausgleichsflächen. Wie wir alle wissen, Land ist knapp und derzeit an Land zu kommen, neun von zehn anrufen, ich brauche das Geld nicht. Doch dann, wenn wir es haben, investieren wir, und wenn ich das von meiner Verbandsgemeinde auf die 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz hochpotenziere, wir investieren Millionen und Abermillionen in die Umsiedlung von Zauneidechsen, wir suchen die Rotkopfameise, wir schützen und pflanzen Orchideen um, wir graben nach römischen Scherben, wir suchen den Boden geomagnetisch ab, es gibt keinen Klimaschutz ohne Manager, es ist vieles sicherlich notwendig und wichtig und das, was ich eben gesagt habe, ich stehe da auch zu vielem, doch haben uns die letzten Wochen und Monate nicht gezeigt, dass das Machen das Handeln einfach mal das Lösungs suchen und das füreinander einsetzen oftmals wichtiger ist als manche Vorschrift, wir planen uns, ich glaube, das weiß jeder, wir planen uns in einigen Bereichen tot, wir rauben uns viel Zeit und nebenbei geht das Geld aus, was wir mit Sicherheit genauso dringend brauchen würden für wichtige Dinge wie Kindergärten, Schulen und die Altersversorgung und auch für Wald und Wasser. Ich wünsche mir, dass wir zukünftig, wir müssen einfacher werden, wir müssen einfacher denken, wir müssen alte Zöpfe abschneiden und konkret an den Bedürfnissen von Mensch und Natur uns orientieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Lüttger, für den ganz klaren Appell der kommunalen Bedarfe. Wir planen uns tot. Das hat sich mir natürlich sofort eingeprägt, da wir Landschaftsplanerinnen und Landschaftsplaner in Geisenheim ausbilden. Wir vermitteln durchaus einerseits die Komplexität der Planungsgrundlagen. Natürliche Systeme sind sehr komplex und ich glaube, da geht es nicht, aus meiner Sicht nicht prima um das Einfachdenken, sondern darum, die Komplexität einfacher zu strukturieren und händelbar zu gestalten. Und dann ist der zentrale Punkt, da bin ich ganz bei Ihnen, wir müssen umsetzen, nicht nur planen und Konzepte machen, sondern wir brauchen finanzielle Mittel, die zielgerichtet und da bin ich bei Ihnen, da planen wir uns zum Teil auch schon ein bisschen tot, dann auch effizient vor Ausgaben mit möglichst wenig Bürokratie. Und der dritte Punkt, den Sie genannten, das Umdenken in der Bevölkerung bei den verschiedenen Akteuren ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Wir werden sicherlich gleich dazu noch weiter diskutieren. Als nächstes begrüße ich die Kollegin Prof. Dr. Dörte Ziegler von der Hochschule Koblenz. Wir haben so ein bisschen gebangt, weil sie vorher einen Termin hatte, aber ich sehe sie noch nicht. Mittlerweile sollte sie da sein. Ah, da ist sie. Herzlich willkommen. Du kannst gerne schon starten, dann gehe ich an dieses Mikro. Ihr Thema ist das Schwammstadt-Konzept, eine Lösung vor kommunales Wassermanagement. Das heißt, wir bleiben bei der Kommune als zentralen Akteur, schauen aber auf den Bereich, wo die Bevölkerung sitzt, wo sie wohnt, wo sie arbeitet und wo sie eben von, wie eben schon geschildert und allen bekannt, von Starkregenereignissen ganz besonders heftig betroffen ist. Das Schwammstadt-Konzept ist eine mögliche Antwort darauf, wie dem Problem begegnen kann. Frau Ziegler arbeitet im Fachgebiet Bauingenieurwesen an der Hochschule Koblenz in dem Rhein-Mosel-Campus. Sie ist promovierte Umweltingenieurin. Jetzt muss ich noch die Aufbauzeit übersprücken, merke ich. Sie arbeitet im Wasserressourcen und Umweltmanagement, hat langjährige internationale Erfahrung für die UN und die GIZ und arbeitet vor allen Dingen mit den Schwerpunkten Wasser und Umwelt, nachhaltiges Wassermanagement und klimaresilientes Wassermanagement. Uns verbindet und jetzt gehen mir entmeldlich die Worte aus, Frau Ziegler. Uns verbindet ein gemeinsames Projekt, über das kann ich natürlich jetzt noch ein bisschen erzählen, welches wir gemeinsam mit den Hochschulen in Koblenz und Bingen und Geisenheim gemacht haben, indem wir im Auftrag der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz ein Konzept entwickelt haben zur Beratung für die Kommunen im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal, wo wir aus den verschiedenen fachlichen Sichten und Disziplinen zusammengestellt haben, was können Kommunen ganz konkret tun. Das muss ich weiterreden. Auch da haben wir erst mal konzeptioniert und das Zentrale ist natürlich auch hier die Umsetzung. Wir haben gemeinsam, Dörter Ziegler hat das koordiniert, einen Antrag gestellt beim BMU für die Finanzierung des Anschubs von Umsetzungsmaßnahmen. Da sind wir leider nicht in die Finanzierung gekommen. Wir werden sicherlich gemeinsam einen neuen Anlauf unternehmen. So, ich hoffe, Sie sind jetzt warm und können starten. Wir sind gespannt, das Schwammstadt-Konzept kennenzulernen. Okay. Ja, erst mal. Also so einen Auftritt habe ich auch selten hingelegt, dass ich hier reinkomme und nochmal den Rechner aufbauen muss. Aber man macht ja viel und ich freue mich erst mal sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin ehrlich gesagt das erste Mal auf einer Waldveranstaltung, aber da steht ja dabei Wald und Wasser und da fühle ich mich dann doch sehr zu Hause, denn mein Schwerpunkt, wie gesagt, ist das Wassermanagement, was mich schon seit bestimmt 20 Jahren beruflich begleitet. Ja, und deswegen, ja, umso schöner, das auch mal mit dem Wald verbinden zu können und ich freue mich auch sehr, was ich hier alles noch mitnehmen kann. Jetzt hören Sie ja einen Auftakt, der eigentlich gar nicht so sehr im Kern Ihrer heutigen Thematik steht, denn es geht um die gebaute Stadt. Sie haben gehört, ich komme aus einem Fachbereich der Hochschule Koblenz, wo es um Bauen und Planen geht, um nachhaltiges Bauen, hoffentlich auch Bauen für die Zukunft und ja, da geht es natürlich dann auch darum, wie kann man das gut verbinden mit Umweltthemen, mit Klimaanpassung, Klimaschutz auch und eben auch mit dem Wasser und der Wasserinfrastruktur und da würde ich Sie gerne einmal mitnehmen. Wahrscheinlich haben viele von Ihnen auch schon vom Schwammstadt-Konzept gehört, von der wassersensiblen Stadt. Die hat bestimmt auch viel mit dem Wald zu tun und ich hoffe, dass die Verbindungen hier in der Diskussion dann auch gleich noch klarer werden, wo da Zusammenhänge sind. Ein paar werden anklingen, aber das Schwammstadt-Konzept an sich bedeutet natürlich erstmal ja nicht ganz so viel Wald, aber bestimmt ein paar Bäume. Ja, so gegliedert habe ich den Vortrag in drei Teile. Erstmal würde ich gerne nochmal und da fehlt mir leider der Vormittag jetzt. Ich weiß gar nicht, wie weit Sie schon was von den Klimawandelfolgen gehört haben. Die muss natürlich einmal kurz beleuchten, da ich aber davon ausgehe, die meisten kennen das, werde ich mich da sehr kurz halten, weil die natürlich der ausschlaggebende Grund dafür sind, dass wir beim Schwammstadt-Konzept oder bei den Klima- und wasserangepassten Städten vorankommen müssen. Dann stelle ich Ihnen das Konzept nochmal vor, welche Städte da auch daran arbeiten, wo es Beispiele und was für Elemente es gibt und würde es dann gerne auch nochmal auf Rheinland-Pfalz etwas übertragen. Was können wir denn in Rheinland-Pfalz hier noch dazu machen? Ja, die Folie, ich gucke mal in den Raum, kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Ich gucke mal kurz, wer kennt die denn noch nicht? Ja, dann kann ich das ja wie gesagt kurz machen. Also wir haben, wie gesagt, das ist der Blick hier vom Klimawandelfolgenzentrum. Heißen Sie so genau? Der Name ist immer so lang, komme ich immer durcheinander, also Klimawandel, Zentrum für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz. So stimmt es. Genau, und die geben ja immer Publikationen heraus, einmal mit dem Rückblick, was ist passiert und einmal mit der Prognose für die Zukunft. Das ist der Rückblick, Sie wissen es alle, wir haben hier einen Anstieg von 1,6 Grad in Rheinland-Pfalz und es wird auch immer wärmer und auch wenn wir die Szenarien sehen, dann liegen wir, das finde ich immer das Erschreckendste an der Folie, hier schon über den Modellierungen. Jetzt sollen ja die Modellrechnungen auch nochmal angepasst werden, also wahrscheinlich wird hier das Szenario Klein-Klimaschutz im Moment uns doch noch stärker begleiten als unsere politischen Zielsetzungen des starken Klimaschutzes, die dürfen wir natürlich trotzdem nicht außer Acht lassen. Ja, das heißt für Rheinland-Pfalz nochmal, die Hitzebelastung ist deutlich angestiegen mit allen Folgen für Gesundheit und Flora, Fauna, für die Wälder natürlich auch. Die Hitzewellen werden auch in Anzahl und Stärke zunehmen. Mindestens drei aufeinanderfolgende Tage sind eine Hitzewelle, wenn da eine außergewöhnlich hohe Temperatur für den Ort herrscht und in Zukunft werden das eben vier bis fünf pro Jahr werden. Zum Wasser wird es immer schwieriger. Ja, wenn es ums Wasser geht, dann kommen da so viele unterschiedliche Parameter und Insicherheiten noch dazu, dass das schwierig wird, das zu prognostizieren. Aber was wir sicherlich, deswegen sieht man das hier auch, also beim Sommer wissen wir gar nicht so genau, wie die Niederschläge sich entwickeln werden, ob sie wirklich abnehmen werden oder nicht. Und beim Winter ging man bisher von einer leichten Zunahme der Niederschläge aus. Ich glaube, die letzten Jahre haben uns darin bisher noch nicht wirklich zuversichtlich gestimmt, dass das wirklich auch so sein wird. Aber die Szenarien sagen das bisher noch. Also vielleicht wird es ja doch so sein. Also auch da sieht man, die schwarze Kurve sieht nicht ganz so aus, wenn Sie das erkennen können. Ja, und was hier fehlt, habe ich jetzt kein extra Bild. Wir gehen also auch davon aus, dass die Starkregenereignisse durch die steigenden Temperaturen und den dadurch auch den Wärme, die zunehmende Wasseraufnahmekapazität der Atmosphäre, dass solche Starkregenereignisse uns doch häufiger treffen, obwohl wir hier statistisch einfach aufgrund von mangelnder Datenlage bisher erst 20 Jahre wirklich auswerten können, was an Starkregen gekommen ist und deswegen die Prognosen da nicht ganz so sicher ableitbar sind. Dann gibt es noch das Thema Grundwasser. Das wird hier bestimmt häufiger noch ein Thema sein, dass die Grundwasserneubildung hier auch wahrscheinlich zurückgehen wird. Es ist die wichtigste Grundwasser, Trinkwasserressource für Rheinland-Pfalz. Und ja, auch da wird schwierig, das zu berechnen. Aber ich glaube, wenn man es jetzt auch örtlich oder regional runterbricht, kann man es wahrscheinlich genauer sagen, ob Grundwasserneubildungsraten zurückgehen. Und die Wasserversorger, die sehen ja auch schon bei ein paar Brunnen, dass die Schüttungen da leicht zurückgehen und sie überlegen sich, wie sie Speicher ausbauen, weil gleichzeitig der Wasserbedarf im Sommer ja auch steigt für Bewässerungen, für vielleicht auch Pools. Zur Abkühlung wird es ja gerne auch genutzt. Um das zusammenzufassen und dann haben wir den ersten Teil ja relativ schnell durch hier auch. Ja, die Kommunen sind hier konfrontiert mit Risiken und Schäden infolge von Starkregen und Hochwasser. Ohne Gegenmaßnahmen haben wir einfach eine Zunahme des Wasserabflusses aus der Fläche, wenn auch die Intensität der Niederschlagsereignisse zunehmen wird. Rechts sehen Sie hier mal ein Bild aus dem Ahrtal, mal nicht das Hochwasser. Das ist, glaube ich, allen hier sehr präsent, sondern der kurz einen Monat vorher gefallene Starkregen, der aus den Außenflächen auch schon große Schäden, glücklicherweise nicht diese Katastrophenereignisse da angenommen hat, aber natürlich auch schon große Schäden hervorgerufen und Heimersheim hat also hier dann auch, ja, weiter ist weiter dran, hier Maßnahmen zur Vorsorge zu treffen und umzusetzen. Demgegenüber die Hitze und die zunehmende Trockenheit der dann daraus folgende steigende Wasserbedarf für Bewässerung und zur Kühlung und eben auch die Aspekte der Wasserversorgung, die allerdings kann man jetzt mit der kommunalen Baustruktur, denke ich, auch nur bedingt beeinflussen. Deswegen habe ich sie immer etwas nach unten sortiert. Umgekehrt haben sie natürlich trotzdem eine große Bedeutung, aber da muss man dann, und da komme ich gleich auch nochmal drauf, natürlich auch immer in Wassereinzugsgebieten und etwas großräumiger denken. Ja, was ist jetzt dieses Schwammstadt-Konzept? Das Schwammstadt-Konzept steht für einen Paradigmenwechsel im Umgang mit Regenwasser, vom schadlosen Ableiten von Regenwasser, der Siedlungsentwässerung, so wird sie häufig ja noch benannt, auch in vielen Richtlinien und Merkblättern werden Sie das Stichwort Siedlungsentwässerung finden. Und das Bild hier oben ist nicht von mir, vom Atelier Dreiseitel, hat mir sehr gut gefallen, steht dafür, dass wir das Regenwasser eben ableiten. Und der Paradigmenwechsel oder der Umgang oder der Haltungswechsel dazu bedeutet eben, wir möchten das Regenwasser zurückhalten und speichern. Damit leisten wir natürlich, wenn wir das schaffen, darin besser zu werden, auch einen Beitrag zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge, schaffen uns mehr Verdunstung in Trockenzeiten und damit auch mehr Kühlung und erhalten uns Grünstrukturen und tragen auch zur Grundwasserneubildung bei. Hier kommt noch die Dimension dazu, dass wir natürlich in Deutschland hier auch an die winterlichen Schneedecken gewöhnt sind, die schon auch einen Speicher darstellen und der geht uns eben auch zunehmend hier verloren. Und deswegen war das mit Schnee noch mal eine andere Hydrologie, eine andere hydrologische Situation. Wenn jetzt der Schnee zurückgeht, dann muss man sich einfach mehr Gedanken machen und natürlich nicht nur in Städten. Deswegen sage ich das hier immer, wir gucken jetzt punktuell in die Städte, aber natürlich in den Wassereinzugsgebieten hier für mehr Rückhalt des Wassers auch in anderer Form sorgen. Und was kann das sein? In den Städten zumindest, dafür kann ich ja sprechen, können das dann eben sein, in den Straßen zu schauen, wie kann ich Wasser in Straßen, in Straßenseitenräumen zurückhalten? Wie kann ich es in Baumrigolen zum Beispiel oder auch in Muldenrigolensystemen speichern? Wie kann ich es auf Gründächern oder auch auf blauen Dächern speichern und zurückhalten und dann im Anschluss versickern? Oder eben auch hier in renaturierten Fließgewässern, in ihren Überschwemmungsräumen oder auch in Parks, Grünflächen, in Plätzen, dann so, die so gestalten, dass sie zum Wasserrückhalt tauglich sind. Auch die Bilder sind jetzt nicht von mir. Das ist Zitat Hamburg Wasser, denn Hamburg Wasser ist hier schon relativ weit in der Umsetzung. Ja, da komme ich da auch weiter dazu. Wo gibt es denn schon dieses Schwammstadt-Konzept? Das klingt ja immer, ich glaube, es ist einfach gut verständlich für so Menschen, die vielleicht keine Fachleute sind, was das auch bedeutet. Weil ein Schwamm saugt Wasser auf und gibt es dann an anderer Stelle oder zu anderen Zeiten wieder ab. Und Berlin und Hamburg in Deutschland haben sich eben selbst zum Ziel gesetzt, Schwammstadt zu werden. Berlin hat eine Regenwasseragentur gegründet. Hamburg macht das über seine, ja über Hamburg Wasser. Beide, alle arbeiten zusammen mit Universitäten, mit Forschungsinstitutionen und natürlich mit vielen Bürgerdialogen und einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung. Mit den Kommunen natürlich auch für Förderpläne, Anpassung von Bebauungsplänen, um dieses Konzept auch in die Breite zu bekommen. Noch nicht sehr lang. Deswegen denke ich, kann man da weiter drauf schauen, was da alles so passiert. Ja, unter anderem versucht man über Gebühren oder auch dann die Gestaltung, die Vorschriften, den Bebauungsplänen, das Niederschlagswasser zurückzuhalten. Es gibt ja, auch Frankfurt macht das, dass sie in ihren neuen Baugebieten vorschreiben, dass kein Niederschlagswasser bis zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit des Eintretens, also einer bestimmten Überflutungshöhe, dass es zurückgehalten werden muss. Ja, das bedeutet natürlich dann auch, wie müssen sie diese Gebiete gestalten und planen, damit eben bis zu einem, meinetwegen, ich weiß gar nicht, wie es genau geht, bis zum fünfjährigen Ereignis wahrscheinlich oder vielleicht auch höher, das Niederschlagswasser eben nicht in die Kanalisation abgeführt wird oder dann zur Überflutung beiträgt, sondern regional oder örtlich dann versickert. Ja, dann geht das natürlich immer in dem Gemeinsamen und muss zusammen geplant und konzipiert werden mit dem Kanal- und Regenwassermanagement, ja, das meistens eben bis zu fünfjährigen Ereignissen überstaufrei abführen soll und sie müssen hier beim Starkregen und bei den höheren Ereignissen dann auch zu den selteneren Ereignissen schauen und die mit in ihre Konzepte integrieren. Und dann gibt es eben diese Konzepte, die wir aus Rotterdam, aus Kopenhagen auch kennen und die jetzt auch in Deutschland zunehmend umgesetzt werden, der Gestaltung von Plätzen, Straßen, Schulen, Sportstätten etc., wo der Wasserrückhalt für diese sehr seltenen Hochwasserereignisse mit eingeplant wird, sodass die dann überstaut werden, wenn dieses seltene Ereignis auftritt, das Wasser hier zurückgehalten wird, auch soweit es vom Boden her möglich ist, der Versickerung zugeführt wird und ansonsten aber zumindest dann schadensfrei abgeführt werden kann. Ja, man kann gute Wirkungen mit diesen Maßnahmen erreichen zur Reduktion von Überflutungshöhen, auch zur Hitzereduktion. Da stehen allerdings viele Forschungsarbeiten auch noch aus. Aufenthalts- und Freiraumqualität soll verbessert werden und natürlich auch die Biodiversität. Wichtig ist hier die Kombination. Hier muss eine integrierte Planung ablaufen mit Stadtplanern, mit Architekten, mit Ingenieurinnen und Ingenieuren und eine breite Bürgerbeteiligung, damit das auch gut und mit guten Ideen und zur Zufriedenheit möglichst vieler auch erreicht werden kann. Ich habe hier mal so ein paar Bilder noch mitgebracht. Also das oben links ist das Programm von Hamburg auf die Dächer fertig grün, also relativ ambitionierte Zielsetzung. Die haben da, ich glaube, 10 Hektar oder 30 Hektar wollen Sie da begrünen. In Berlin sind es 1000 Dächer. Sie haben bisher einen Hektar begrünt. Immerhin, das ist unten links der Beitrag. Dann sehen Sie hier so ein paar Bilder von Straßen, die im Regenfall dann eben als Wasserrückhaltefläche genutzt werden können. Oben rechts ist die Baumrigole gezeigt, die hier unten auch ein Speichervolumen für Wasser beinhaltet, damit die Stadtbäume mit Wasser besser versorgt werden können. Da stellen sich allerdings auch so Fragen, wie darf denn Wasser von Dächern überhaupt in den Straßenraum eingeleitet werden? Und ich glaube, da sitzen hier im Raum wahrscheinlich auch Menschen, die das noch besser beurteilen können als ich, dass das nicht immer so einfach zu genehmigen ist. Und unten rechts sehen Sie einen Spielplatz, der auch in Hamburg im Rahmen des Forschungsprojekts Riesa umgestaltet wurde. Da wurde auch ein Sportplatz umgestaltet. Das ist nur hier das Beispiel des Spielplatzes. Also teilweise Neubau, Umgestaltung, Einbau von Rigolen-Elementen. Das sind so große Kunststoffkörper, die man unterirdisch einbringt, damit eben der Einstau und die anschließende Versickerung ermöglicht wird. Und da gab es natürlich dann auch Diskussionen mit den Anwohnern, ob denn hier Kinder gefährdet sind oder nicht. Ja, das konnte man dann eben über Diskussionen und die gemeinsame Gestaltung hier nehmen, diese Ängste. Ja, um nochmal zusammenzufassen auch das. Wir schaffen also mit diesem Konzept der Schwammstadt Wasserrückhalt einen Beitrag zu starkregen Hochwasserschutz, Kühlung durch Verdunstung, einen Wasserspeicher für Trockenzeiten und einen Beitrag zur Wasserspeicherung und Grundwasserneubildung. Umgekehrt eben die Schwammstadt selber oder die Kommune ist ja eine kleine Fläche im Vergleich zu den Einzugsgebieten. Das möchte ich hier nochmal auch deswegen betonen. Wir müssen natürlich immer auch ganzheitlich denken in Einzugsgebieten. Das gibt die EU-Wasserrahmenrichtlinie ja schon vorher und auch das ist hier wichtig. Wir haben es an der Ahr auch gesehen. Also Maßnahmenplanungen sollten immer integriert erfolgen im gesamten Einzugsgebiet. Sonst verschwendet man seine Energie möglicherweise auf Maßnahmen, die zwar öffentlichkeitswirksam sind oder punktuell interessant erscheinen, aber für das Einzugsgebiet vielleicht nicht die wichtigsten sind. Ja, das ist hier mal ein Bild von den Wassereinzugsgebieten im südlichen Rheinland-Pfalz. Dem Zustand der Oberflächenwasserkörper passt inhaltlich nicht ganz, aber zeigt ihnen zumindest schön bunt mal, wie es hier so aussieht. Leider ist die rote Farbe auch nicht unbedingt immer eine gute. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, Potenziale. Jetzt war es ein bisschen schnell. Wollte eigentlich ein bisschen langsamer vorgehen. Ach, obwohl passt schon. Also wie sieht es jetzt in Rheinland-Pfalz aus? Ja, in Rheinland-Pfalz sind 14 Prozent der Landesfläche versiegelt. Das ist etwas mehr als im Bundesdurchschnitt. Ja, müsste man ja nicht meinen, wirkt ja eher wie so ein ländlicher Bundesstaat häufig. Ja, und die versiegelte Fläche nimmt weiter auch zu. Wir sind hier zwar unter den, also Zielvorgaben der Bundesregierung, aber es ist eben weiterhin doch eine Zunahme Zunahme der versiegelten Fläche von ungefähr einem Hektar pro Tag. Zumindest sind die Zahlen, die ich gefunden habe. Und ja, da muss man eben gucken, wie geht man damit um? Sie sehen hier auch, das rechts ist dann das Einzugsgebiet des Mittelrheins. Da ist das sogar weniger, die Siedlungsfläche. Straßen und Plätze in den Städten sind nicht nur in Rheinland-Pfalz, das gilt sicherlich für Deutschland oder Mitteleuropa insgesamt, häufig wenig grün. Multifunktionale Plätze, wie eben erwähnt, gibt es meines Wissens noch nicht. Vielleicht wissen Sie da mehr als ich. Die Gewässer sind sehr stark verbaut. Dazu zeige ich Ihnen hier nochmal die Karte der Gewässerstrukturgüte. Sie sehen das hier im Raum Koblenz. Also so viel Rot heißt vollständig veränderte Gewässerläufe. Und das ist ja häufig gerade in den Innenstädten auch der Fall. Auch wenn man hier durch die Landschaft wollte schon wieder hier auf dem Weg hierher anhalten und ein Bild machen von so einem weiteren Bach, der sich zwischen den Häusern da durchzwängt und vollständig vermauert ist. Das ist natürlich nicht im Sinne von Schwammstätten und integriertem Wassermanagement. Aber umgekehrt natürlich auch ganz schwierig zu ändern, wie hier ja auch schon angeklungen ist. Ja, und die Außengebiete sind dann eben landwirtschaftlich geprägt, haben aber bei Starkregen. Und Regenereignis ist natürlich einen starken Einfluss auf diese Kommunen. Und wenn dann die Folienbewirtschaftung zunimmt, manche sagen ja auch der Mais und so weiter, dann kann es eben zu größeren Schäden auch kommen, wenn dann diese Starkregen jetzt zunehmen und eben den Abfluss im Außengebiet erhöhen. Jetzt will ich mal ein paar Beispiele zeigen, wie wir da in Koblenz auch drangegangen sind. Was kann man denn jetzt machen? Sie sehen rechts oben eine Karte der städtischen Überwärmung in Koblenz. Die Flüsse sind ja sehr markant. Die Mosel und der Rhein können Sie erkennen. Die Mosel kommt von links, also von Westen und fließt dann in den Rhein. Und Sie sehen hier, es ist doch sehr warm dann in dieser tiefliegenden Innenstadt von Koblenz. Und wir haben dann von mit Studierenden hier über GIS-Kartierung mal das Potenzial zur Entsiegelung ermittelt. Links sehen Sie die Parkflächen in diesem Innenstadtbereich. Die sind hier als Parkplätze hellblau gekennzeichnet. Alles versiegelte Flächen. Und Parkhaus gibt es nochmal in orange. Und dann wurden auch nochmal die Dachflächen kartiert. Und das ist die rechte Karte mit den roten Flachdächern, die Potenzial zur Begrünung bieten würden. Und die Gründächer sind grün gekennzeichnet. Ich glaube, Sie sehen kaum welche in dieser Innenstadt. Und jetzt gibt es ganz neu. Also jetzt ist natürlich die Überlegung, was bietet hier die Entsiegelung von solchen Flächen auch zur Kühlung und natürlich dann auch ganz neu zur Reduktion der Starkregengefahr. Und da hat Koblenz gerade dieses Jahr die Karten der Starkregengefahr veröffentlicht, finden Sie jetzt im Geoportal der Stadtrecht. Sehen Sie das mal hier auch für den gleichen Ausschnitt. Und jetzt stünde natürlich dann aus, auch zu schauen, wie weit eine Entsiegelung und eine Dachbegrünung hier oder eine andere Gestaltung der Flachdächer diese Überflutungsgefahr auch reduzieren könnte. Ja, dann waren wir ja im Mittelrheintal. Herr Jedeker hat es erwähnt. Da sind jetzt hier Bilder, die von Frau Kirchner, meiner Kollegin, sind. Wo sind denn da Hotspots der Hitze? Wie sind die Plätze und Straßen gestaltet? Links sehen Sie den Platz von Boppard. Da hat die Hochschule Bingen auch Temperaturmessungen gemacht. Der Marktplatz ist ein Hitze-Hotspot leider auch. Obwohl da hinten ein Baum steht, ist er doch eben stark versiegelt und nicht begrünt weiter. Oder auch die Stellplätze für Autos hier ohne Beschattung und Bäume. Leider auch ein neuer Platz hier wie in St. Goa, der berühmte Rheinbalkon, der auch kaum Grün enthält und bei Hitze, also nicht in Richtung Hitze geplant wurde. Und ich muss es ja auch immer wieder sagen, man hat auch leider den Bachlauf nicht integriert. Er ist weiter, läuft er unter diesem Platz, verrohrt in den Rhein. Ja, dann haben wir mal in Koblenz an einem heißen Tag letztes Jahr, ganz so heiß war es ja nicht, Temperaturaufnahmen gemacht mit einer Wärmebildkamera. Und Sie sehen links auf der Seite mal einen Abschnitt, der versiegelt ist davor, einen leicht begrünten Straßenrandabschnitt. Und da sieht man schon alleine den Temperaturunterschied hier von, ja, was sind das hier, fast nicht ganz 20 Grad. Das alleine durch eine verandert Oberfläche. Und rechts dann unter dem Baum haben wir an demselben Tag zu dieser sehr heißen Temperatur dann auch einen deutlichen Kühlungseffekt dieser Bäume zu sehen. Daraufhin haben wir eben auch da nochmal mit Studierenden konzipiert, wie man denn da Bäume hinpflanzen kann. Die Stadt Koblenz hat hier auch Mittel des Bundesinstituts für Baustadt und Raumforschung bekommen, um hier einen Teil Straßenzug in dieser Straße, die ich ja so Betonstraße genannt habe, da auch zu begrünen und einen Beitrag zur Kühlung dann hoffentlich in zwei bis drei Jahren auch gebaut zu haben. Ja, bei der Renaturierung, jetzt sehen Sie mal hier im Mittelrheintal auch diese stark verbauten Gewässer. Da ist natürlich, wie gesagt, schwierig in Innenstädten was zu machen, aber ich kann auch immer nur sagen, wo immer es geht, versuchen Sie diese Gewässer als Gewässer zu sehen. Sie brauchen einen Entwicklungskorridor, der muss bestimmt drei bis zehnmal so breit sein wie das eigentliche Gewässer. Also wo immer es geht, wäre es schön, wenn die Kommunen Flächen bekommen oder auch die Verwandtsgemeinden und dann eine Renaturierung schaffen können, damit eben auch Biodiversität, Kühlung und Lebensqualität erhöhen. Ja, und dann hatte ich ja noch was zu den Außengebieten gesagt. Da gehört natürlich dann die integrierte Planung des Rückhalts von Wasser in diesen Außengebieten dazu. Und da muss man auch mal ein bisschen großräumiger denken. Zum Beispiel links oben ein Hochwasser-Rückhaltebecken in der Gemeinde Grafschaft, ja, sieht schön grün aus im Mai oder Juni war es, ich weiß es gar nicht genau. Und wenn dann der Regen fällt, hält dieses Becken das Wasser aber zurück in einer völlig anderen Größenordnung natürlich, als es jetzt entsiegelte Plätze schaffen würden. Und rechts sieht man in der Gemeinde Heimersheim im Ahrtal wurde eben auch geplant, was kann man gegen diese Starkregenereignisse tun. Und eine Maßnahme, die vielleicht auch noch nicht so bekannt ist, sieht man hier angedeutet. Unten ist sozusagen der Hang, ja, und oben geht es nach unten in das Ahrtal. Und man hat hier überlegt, über die Anhebung von Wirtschaftswegen auch solche dann nicht sichtbaren Einstauräume zu schaffen. Und damit kann man auch einige Kubikmeter erreichen. Und dazu gehört natürlich dann auch Anliegen von Ackerrandstreifen und Buschreihen zum Wasserrückhalt oder auch die Quertrassierung in der Landwirtschaft. Aber da gucke ich wieder zur Hand an. Ich bin jetzt keine Landwirtschaftsexpertin. Dann können natürlich die Bürgerinnen, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss, auch noch einiges tun. Ja, zum Beispiel das Entsiegeln von Parkflächen, Höfen, Zufahrten. Ich glaube, viel Wissen ist da häufig gar nicht vorhanden. Da muss man vielleicht auch mal methodisch ein bisschen unterstützen oder durch Beratungsstellen unterstützen, wie man auch Wasser zurückhalten kann durch Mulden und Regenwasserspeicher. Vielleicht kann man auch mal da, wo es Hotspots für die Überflutungsgefahr gibt, punktuell Förderungen dafür geben. Fließgewässern können auch Bürgerraum geben. Sie sind häufig selbst auf ihren Grundstücken mit Gewässern zu Gange. Und ich habe schon erfahren, man legt die dann um oder baut ein Mäuerchen, damit der Garten und das kleine Gartenhaus noch dahin kann. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Also dieses Bewusstsein für Gewässer und ihre Gewässerdynamik einfach noch viel zu wenig vorhanden. Ja, Gründächer, grüne Fassaden, Bäume, da auch noch mal die Abstufung. Die Bäume schaffen uns die meiste Kühlung. Die Gründächer, je nach Höhe, die leisten zwar einen Beitrag zum Wasserrückhalt, ob die da starke Kühleffekte entwickeln. Das erforschen ja die Bingner unter anderem auch. Also das ist wahrscheinlich nicht der allergrößte Beitrag. Ja, und dann die anderen Aspekte. Die sind nochmal ein Hinweis, auch eher so in Richtung Starkregengefahr, Klimaanpassung nicht ganz so sehr zum Wasserrückhalt. Ja, sind jetzt Schwammstädte eine Lösung für kommunales Wassermanagement? Sie bieten zumindest eine Vielzahl von Elementen, die hier positive Wirkungen beinhalten, wie eben den Wasserrückhalt, die Wasserspeicherung. Beiträge können auch geleistet werden zur Grundwasserneubildung, die natürlich auch in Kommunen stattfindet. Man sollte immer gucken, was für ein Boden ist denn da? Ist das überhaupt eine Grundwasserneubildungszone? Überflutungszone, ja. Die Risiken durch Hochwasser und Starkregen können auf jeden Fall reduziert werden, also die Überflutungshöhen, aber in Kombination mit auch großräumigeren Maßnahmen sicherlich. Sie tragen zu mehr Grün, zu mehr Kühlung, mehr Biodiversität bei und damit auch zu mehr Lebensqualität. Allerdings stößt natürlich die Umsetzung auf viele Herausforderungen. Die integrierte Planung wurde gerade schon gesagt. Sie ist vielleicht manchmal erscheint sie zu aufwendig. Ich bin trotzdem dafür, bitte integriert planen, bitte auch, wo es immer geht, die Leute einbeziehen. Das schafft einfach auch langfristig Effekte und Verständnis und einen besseren Beitrag für auch die Zukunft. Ich denke, es ist häufig doch gut investierte Zeit, auch für eine bessere Lösung. Man braucht auch Innovation. Deswegen ist wichtig, denke ich, die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft oder auch mit Architekten, Planern, die da kreativer auch sind. Gerade in dem Bereich macht das auch Spaß. Und ja, die Flächenbereitstellung, das haben Sie heute schon erwähnt, ist natürlich eine große Herausforderung. Trotzdem, wenn wir die Klimawandelfolgen sehen, ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir uns da auf den Weg begeben und die Umsetzung dieser Konzepte der Schwarmstadt ermöglichen. Das muss gemacht werden aus meiner Sicht, um hier die Kommunen fit für den Klimawandel zu machen. Und sie bieten ja auch letztendlich dann mehr Lebensqualität und Attraktivität für die Kommunen. Und das wollen wir uns ja auch hier erhalten. Ja, und letztendlich bleibt mir natürlich als Professorin immer nur zu sagen, um das umzusetzen, brauchen wir viele junge Leute. Und die brauchen auch ihre guten Ideen, ihre Energie dafür, dass sie da reingehen. Und werben natürlich gerne auch hier für die anderen Hochschulen. Aber bei uns können sie das bauen lernen im Bauingenieurwesen und mit dem Studiengang Umwelt, Wasser, Infrastruktur, Management. Und das wäre auch mit ein Beitrag, wenn wir hier viele junge, neue Ingenieurinnen und Ingenieure gewinnen können, die dann in diese Themenfelder reingehen. Damit bedanke ich mich bei Ihnen und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, liebe Frau Zickler. Ich kann Sie beruhigen. Der Vortrag passe sehr gut in unsere Tagung, finde ich zumindest. Sie haben die integrierte Planung angesprochen. Und es muss einfach darum gehen, dass wir auch integriert denken. Das heißt, auch wir, wenn wir uns mit dem Wald befassen, dürfen die Landschaft außenrum natürlich nicht vergessen. Zum einen, zum anderen finde ich, wenn wir den Transfer versuchen, Schwammstadt, das Schwammstadt-Konzept hat wirklich was bewegt, glaube ich, in der Praxis. Es ist wichtiger denn je, schwierige Sachverhalte einfach darzustellen. Unter einem Schwamm kann sich jeder Mensch was vorstellen. Allein mit dem Begriff Schwammstadt kann ich in der Öffentlichkeit, kann ich in der Kommunalpolitik, in der Politik generell sehr viel erklären. In der offenen Landschaft reden wir seit Jahrzehnten eigentlich darüber, dass gerade das Grünland, dass die Auen als Schwamm wirken müssen. Wir haben aber offenbar kein überzeugendes Konzept, wie wir zur Wiedervernässung, zum Wasserrückhalt in der Landschaft kommen, in der freien, in der offenen Landschaft kommen, der über die Renaturierung, und das ist oft dann eben auch eine bauliche, neue Festlegung von Fließgewässern, nur dann ein bisschen im geschwungenen Verlauf hinausgehen. Und ähnlich gilt es, glaube ich, im Wald. Also wir brauchen, um es kurz zu sagen, ein Schwammstadt-Konzept auch für den Wald. Das wäre eine Konsequenz aus meiner Sicht aus Ihrem Vortrag. Ein Schwammwald-Konzept. Ein Schwammwald-Konzept zum Beispiel, schon wieder zu lang. Schwammstadt ist so kurz und griffig. So, wir haben jetzt, wir sind zeitlich etwas im Verzug, wir haben aber bewusst die Mutterspause so geplant, dass da ein bisschen Luft ist, auch um kürzen zu können. Und ich würde jetzt für eine kurze Diskussion, bitte beschränken Sie sich auf wirklich wichtige Fragen und vielleicht auch Kommentare, bitte ich die beiden anderen Referenten noch mal kurz zu uns oben auf die Bühne, Herrn Manns und Herrn Lüttger. Und ich schlage vor, dass wir die Diskussion vielleicht teilen in zwei Teile. Der erste Teil war die Landespolitik. Was tut sich dort? Was hat sich getan? Was sollte sich vielleicht weiter tun? Das wäre noch ein Punkt. Und das Zweite ist dann eben die kommunale Sicht, einerseits in Form der Verwaltung, andererseits die kommunale Umsetzungsebene. Und ich schlage vor, dass diejenigen damit etwas zeitsparend machen, die etwas sagen wollen, sich an das Saalmikrofon hinten begeben und dann haben wir automatisch eine Reihenfolge und ich muss mir nicht merken, wer sich zuerst und später gemeldet hat. Ansonsten hat Martin Grünebaum hier vorne auch noch ein Mikro. Also gibt es Fragen, Anmerkungen zur Landespolitik? Vielleicht stellen Sie sich bitte kurz vor mit Namen und Institutionen. Mein Name ist Adam Schmidt. Ich bin im Bundesarbeitskreis Wasser des BUND und war 40 Jahre in der Wasserwirtschaftsverwaltung. Was mir auffällt, ist, dass im Zusammenhang mit Klimawandel das Thema Landschaftswasserhaushalt in Gänze überhaupt nicht betrachtet wird. Deswegen meine Frage an Herrn Manz, wie Rheinland-Pfalz mit diesem Thema umgehen will. Und eine zweite Anmerkung, also man sollte sich von dem Märchen, dass der Forst nachhaltig sei, verabschieden, weil das nämlich den Blick auf viele Dinge verstellt, zum Beispiel auf die Plastikförster, wenn sie aufforsten. Danke. Herr Manz? Also zum letzten Stichwort, da weiß ich nicht, was gemeint ist mit Plastikförster. Ich glaube, unsere Förster versuchen, Plastik in der Landschaft zu vermeiden. Wir arbeiten... Plastikröhren im Wald. Ich weiß es schon, aber das ist nicht das Mittel der ersten Wahl. Mittel der ersten Wahl ist, dass wir möglichst gar nicht aufforsten in der Weise, sondern mit Naturverjüngung arbeiten und dass wir über ein gutes Wildmanagement auch Verbissschäden versuchen, auf diese Art und Weise zu verhindern. Und wenn wir kleinere Blöcke schützen müssen, dass wir dort auch mit Hordengattern arbeiten, die aus Holz hergestellt sind, die verrotten können. Also das ist wirklich nicht erste Wahl. So, jetzt wollen wir aber zu den eigentlichen Fragen kommen. Landschaftswasserhaushalt. Ich denke, das war ein wesentlicher Bestandteil meines Vortrags, zu zeigen, dass uns der Landschaftswasserhalt sehr wichtig ist. Das sind einmal Gewässer. Gewässer mehr Raum geben, mehr Rückhaltevermögen, und Fließgeschwindigkeiten verlangsamen. Da geben wir sehr, sehr viel Geld aus im Rahmen der Aktion Blau, arbeiten sehr eng auch mit der kommunalen Ebene zusammen, dass wir auch gerade die Unterhaltspflichtigen ermutigen, genau solche Maßnahmen zu tun, dass eben Hochwasserabfluss langsamer wird, dass Wasser in der Landschaft gehalten wird. Ansonsten ist der Rückhalt in der Fläche überaus wichtig. Und ich denke, das war auch ein Kern meines Vortrags. Ich möchte mal den Begriff des Schwampf jetzt mal ganz wissenschaftlich ausdrücken, aus der Botenkunde. Da gibt es den Begriff der Feldkapazität. Und da will ich einfach, ich will eigentlich nicht rechnen, ich will nur mal ein Modell aufmachen. Wenn es uns gelingt, die Feldkapazität der Böden, also die Aufnahmefähigkeit des Schwamms zu erhöhen, das misst man in Millimeter, Millimeter Wassersäule, dann kann der Boden mehr Regenwasser aufnehmen, wenn er eine höhere Feldkapazität hat. Und wenn ich das auf eine Fläche umrechne, nehmen wir ein Hektar, ein Hektar und multipliziere das mit wenigen Millimetern, dann komme ich auf ein ungeheures Aufnahmevermögen, was Böden haben. Da kann ich mir viele Rückhaltebecken eigentlich sparen, wenn ich das tue. Und das war ein Kern hier. Ich habe über Wald gesprochen, dass all die Maßnahmen, die hier auch von Landesforsten, aber auch in kommunalen Weltern angegangen werden, genau diese Aufnahme, das Aufnahmevermögen der Böden stärken, dass das Wasser im Sommer in Trockenperioden dort bleibt. Und wenn es nun stark regnet, dass es erstmal dort abgepuffert wird und wir eben nicht gleich einen Hochwasserabfluss haben. Also das, was wir über Schwammstadt gehört haben, das macht der Schwammwald dann. Also von daher denke ich, ist die Frage, auf die Frage sehr wohl eingegangen worden. Und da sind unzählige Aktivitäten, eigentlich Aktivitäten in der gesamten Fläche, die das zum ganz zentralen Bestandteil der Bewirtschaftung der Wälder machen. Eine ähnliche Herausforderung ist an die Landwirtschaft. Aber da ist, glaube ich, Herr Gockel nachher im nächsten Block, der wird sicherlich auch noch was sagen, was dort alles auch für Anstrengungen in der Landwirtschaft ergriffen werden, um genauso auch das Wasser dort zu halten und dort auch nutzbar zu machen. Vielen Dank, Herr Manz. Ich möchte einen persönlichen Appell anschließen. Alle Erfahrungen in öffentlichen Diskursen sagen, wir kommen mit Pauschalurteilen. Die Forstwirtschaft ist nicht nachhaltig, nicht weiter. Sondern es geht um eine differenzierte Diskussion und die Frage, wie können wir die Nachhaltigkeit noch besser entwickeln? Das ist mein Appell. Herr Kornholt ist der Nächste. Ja, Werner Kornholt, Uni Freiburg. Ich habe eine Frage an den Bürgermeister Lüttger. Sie haben gesagt, dass für alle Ortsgemeinden Hochwasserschutzkonzepte erarbeitet worden sind. Könnten Sie dazu noch ein paar Ausführungen machen, worin das Konzept besteht, ganz konkret? Also weil das ja eine generelle große, große Fragestellung ist, die Sie da angerissen haben. Und ich hätte da gerne noch ein paar Details gehört. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Ich habe dazu auch unseren Planer mitgebracht, aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen. Unser Hochwasserschutzkonzept richtet sich klar nach den Vorgaben des Landes. Das Land hat das Konzept auch mit dankenswerterweise 90 Prozent bezuschusst. Was wurde erarbeitet? Die Ist-Situation. Also woher kommt das Wasser? Welche Fließrichtung nimmt das Wasser ein? Welche Straßen sind geeignet dafür, das Wasser aufzunehmen? Und am Schluss auch, welche Maßnahmen können Private und dann auch die öffentliche Hand ergreifen, um das Wasser langsam um die Gemeinden, um die betroffenen Grundstücke zu leiten? Und sicherlich ist bei diesem Ansatz dann, wenn man von Verbandsgemeinden spricht, liegt da auch die Problematik drin, weil unsere Vorgabe war, wir müssen unsere Gemeinden schützen. Ich kann aber doch nicht sagen, leitet mir das Wasser um Winterbach rum und Winterburg ist Verbandsgemeinde Bad Sobernheim oder Naheklan, wie die jetzt heißen. Und dort ist mir es egal. Und das meine ich, wir müssen großräumiger denken. Wir müssen in der Fläche denken und Hochwasserschutz ist Gemeinschaftsaufgabe. Da hätte ich mir einfach auch gewünscht, dass diese Hochwasserschutzkonzepte, und das wird jetzt kommen, dass die ineinander verzahnt sind. Weil wir denken nicht in Grenzen oder wir dürfen nicht in Grenzen denken. Und so denkt aber auch, Entschuldigung, so denkt aber auch der Private. Der Private versucht zuerst einmal, sich zu schützen. Der versucht das Wasser, wenn er weiß, er ist gefährdet, zuerst einmal um sein Haus zu leiten. Jetzt kommen wir nicht zur rechtlichen Situation. Und der Planer sagt, jetzt darf er gar nicht, weil er muss so sehen, dass er keinen anderen behindert. Und so machen es auch die Gemeinden. Und da müssen wir wegkommen. Welche Maßnahmen, ist glaube ich die Frage von Herrn Konrad? Welche Maßnahmen haben Sie denn ergriffen, also Richtung Retentionsräume in den Oberhalb der Gemeinden, Hochwasserschutz, Rückhaltebecken? Ja, da sind wir jetzt dran. Und das war der Satz, den ich dann auch sagte. Es wird dann sozusagen abgewogen, wenn es um die Zuschussfrage geht. Wir reden da um hohe sechsstellige Beträge für kleine Gemeinden. Und es wird auf die Waagschale gelegt, wie hoch war das Schadensereignis und wie hoch sind die Kosten im Verhältnis dazu? Ist das Schadensereignis geringer als die Kosten? Ist die Maßnahme nicht erforderlich? Und an dieser Diskussion sind wir derzeit und ohne Ergebnis. Ohne Ergebnis. Vielen Dank. Also nach den Starkregenereignissen, vor allen Dingen dem von 2018, hat die Landesregierung sich zum Ziel gesetzt, im gesamten Land, in allen Gemeinden, örtliche Hochwasser- und Starkregenereignisse zu fördern, dass alle ein solches Konzept haben. Das ist also ein landesweites Programm, was sehr hoch vom Land gefördert wird. Das Ganze geschieht in einem Bottom-up-Prozess mit Planern, die auch sehr intensiv mit der örtlichen Bevölkerung, mit Experten reden. Und das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Da wird geguckt, Rückhaltung in der Fläche, auch diese landschaftsökologischen Fragen, die wir hatten, die Möglichkeit auch technischer Maßnahmen, Rückhaltebecken, Deiche, Dämme. Das ist sehr stark auch die Frage von Notabflusswegen. Da wird also über Starkregen, Risikogarten wird identifiziert, wo könnten im Gelände auch noch Rinnen sein, wo plötzlich Wasser in Baugebiete kommt. Wie kann man das schadlos ableiten über Notabflusswege? Geht aber auch hin, dann wirklich in ein Katastrophenmanagement. Was muss man vor Ort tun, dass beispielsweise der Bagger neben der Brücke steht, falls es eine Verklausung gibt oder wie sind Feuerwehreinsatzpläne? Also wirklich ein ganzheitlicher Ansatz von der sehr frühen Prävention bis hinten. Wie gehe ich in der Katastrophe vor? Und dieser ganze Maßnahmenkomplex, der wird erarbeitet und wird dann je nach örtlichen Spezifika umgesetzt. Es gibt Dinge, die dann auch vom Land gefördert werden können. Es gibt aber teilweise organisatorische Maßnahmen, die die Gemeinden selbst tun. Die Leiterin dieses ganzen Projektes, also wir haben ein eigenes Kompetenzzentrum eingeführt für diese Maßnahmen. Das ist die Frau Dr. Goll. Annalena, magst du mal gerade aufstehen? Vielleicht in der Pause mag dich noch jemand ansprechen. Sie managt also das ganze Programm im Land und kann dann vielleicht noch einzelne Fragen beantworten. Aber was dann die einzelnen Gemeinden tun, das ist dann immer von den Spezifika erforderlich. Das heißt, das Programm ist da. Sind die finanziellen Mittel ausreichend da? Oder woran hapert es eventuell in der Umsetzung? Winfried Schreiber ist da, der verteilt das Geld. Der ist, glaube ich, an dieser Stelle, wenn das vernünftige Konzepte sind. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen. Das sind sehr gute Teams mit Planern, die da arbeiten. Dann ist das Geld auch ausreichend. Also bisher ist, glaube ich, aus finanziellen Gründen kein einziger Antrag abgelehnt worden. Manchmal wird vielleicht ein bisschen großspurig geplant. Dann muss man ein bisschen auf die Bremse treten. Aber insgesamt ist es alles finanzierbar. Und dann kommen wir jetzt, also die Planungsphase, oder wir haben das ja 2018 losgetreten. Das heißt, es gibt noch nicht so sehr viele Konzepte, die wirklich abgeschlossen sind, die dann in die Umsetzungsphase gehen. Und dann müssen natürlich diese Maßnahmen auch mit Fördergeld hinterlegt werden. Aber das ist auch eine Prioritätensetzung in unserem Haushalt, dass wir genau in der Hochwasservorsorge und vor allen Dingen jetzt nach der A-Katastrophe ist das noch, hat das noch breitere politische Akzeptanz, dass diese Fördergelder dann auch bereitgestellt werden. Aber es ist, Herr Lüttger hat es betont, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Es müssen Oberliga, Unterliga zusammenarbeiten. Es müssen Kommunen, Land, auch Bürgerinnen und Bürger, die Bürgerinnen und Bürger müssen auch Eigenvorsorge betreiben. Es müssen alle zusammenarbeiten. Und in dem Kontext muss man dann gucken, wie hoch dann eben Förderquoten ausfallen oder ob überhaupt gefördert werden kann. Bei einer rein privaten Maßnahme kann dann eben auch nicht gefördert werden. Da ist dann der Einzelne selbst in der Verantwortung. Prima. Also fordern Sie das Land, der Ball liegt bei den Akteuren. Frau Ziegler, auch kurz bitte. Ja, ich möchte gerne ergänzen. Ich habe ein bisschen gezuckt beim Begriff Hochwasserschutz, weil wir immer davon reden, dass wir bitte von Hochwasserrisiko sprechen und Risikomanagement. Die Konzepte heißen inzwischen auch nicht mehr Hochwasserschutz, sondern Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte. Und das ist ganz wichtig, weil Sie mit diesem Begriff Hochwasserschutz immer ein Schutzversprechen indirekt abgeben. Und Sie können bei Hochwasser- und Starkregen keinen Schutz finanzieren. Ist nicht möglich. Also den Katastrophenfall wie im Ahrtal, davor können wir uns nicht schützen. Da können wir nur vorsorgen und überlegen, wie kann man die Schäden gering halten und auch möglichst, dass keine Menschen da wirklich umkommen. Das kann man natürlich versuchen. Aber Schutz ist bei bestimmten Ereignissen nicht mehr möglich. Deswegen bitte Risiko, Vorsorge, das kann man machen. Schäden minimieren, Gefahren minimieren. Und dann kann ich ja Frau Golds Zahlen vielleicht hier nochmal anfügen, die sie mir letzte Woche erzählt hat. Ich hoffe, dass die Stimmen von diesen Konzepten sind, glaube ich, 300 abgeschlossen, 1300 laufen insgesamt. Und das Potenzial für Rheinland-Pfalz beträgt etwas über 2000. Also das Land ist hier, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Aber die Konzepte selber sind natürlich immer nur der Auftakt zur dann anstehenden Umsetzung von Maßnahmen. Also das Ahrtal Ahrweiler hatte auch ein Hochwasser-Vorsorge-Konzept fertig. Aber eben noch nichts umgesetzt. Vielen Dank. Ich kann jetzt zwei Fragen noch, zwei ganz kurze Fragen. Eine hier vorne und eine dort hinten. Erst hier vorne, bitte. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war. Ja, schönen guten Tag. Brotbeck ist mein Name, Biologe, Journalist. Und ich habe auch ein Gewerbe, um beim Waldumbau mitzuhelfen. Einen Satz vom Herrn Manns möchte ich hinterfragen. Natürlich ist es einerseits sehr sinnvoll, biologisch und natürlich auch betrachtet, Trutholz im Wald zu lassen. Das ist aber natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Bei Trockenheit holen wir uns da nicht auch eine Menge Zunder in den Wald. Stichwort Waldbrandgefahr. Und dann eben auch die Frage an die Kommunen. Sind eigentlich die Kommunen auf die Waldbrände, auf mögliche Waldbrände vorbereitet, die Feuerwehr ausgebildet? Kriegen wir dann überhaupt genügend Wasser in den Wald auch zum Löschen? Genau, das sind die Fragen. Kurze Antwort, bitte. Also zur letzten Frage. Wir haben Bernhard Fraunberger und meine Person für unsere Region einen, hört sich jetzt groß an, einen Waldbrandgipfel initiiert. Es hängt jetzt am Landkreis, diesen noch umzusetzen. Wir haben eigene Fahrzeuge dafür und wir haben auch Listen und das ist bei uns ganz akribisch. Ich habe das jetzt auch eben nicht extra erwähnt. Klar, wenn es zum Hochwasser kommt, wissen unsere Feuerwehren, wissen die Einsatzkräfte genau, was zu tun ist. Und eben genauso, wenn es zum Waldbrand kommt, wissen wir, welcher Bauer mit welchem Blattgüllefass noch kommen kann. Diese Konzepte gibt es, aber Frau Professorin Ziegler hat es ja eben auch schon gesagt, wir können uns auch in Sachen Waldbrand oder Gefahrensituation ganz allgemein nicht gegen alles schützen. Das wird nicht möglich sein. Das ist auch, das sind meist bei uns kleine Kommunen am Waldrand, das wissen Sie. Das ist auch schlussendlich gar nicht finanzierbar, weil wir hier keine Vollfinanzierung bekommen, sondern die Gemeinden, die Verbandsgemeinden im Rahmen der Feuerwehr natürlich einen erheblichen Eigenanteil zu tragen haben. Aber wir sind da über Konzepte und auch nah mit Landesforsten sind wir da schon abgestimmt. Danke, Herr Lüttger. Herr Manns. Es gibt eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, die uns vor Waldbranden schützt. Das ist nämlich weg vom reinen Nadelholzwald, der besonders waldbrandgefährdet ist, bis hin zu artenreichen, vor allen Dingen laubholzreichen Mischfeldern, wo wirklich die Waldbrandgefahr sehr, sehr viel geringer ist. Das ist die allerwichtigste Maßnahme in dem Zusammenhang. Und hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Die letzte Frage gehört Ihnen. Ja, mein Name ist Daisy Liebau-Plath. Ich komme von Landesforsten Rheinland-Pfalz, möchte aber jetzt gerne mal eine kommunale Frage stellen, weil ich auch da aktiv bin. Und zwar wäre es für mich einfach interessant, wie haben Sie denn erfahren davon, dass man eben diese Wasserschutzkonzepte überhaupt erstellen kann? Also ich komme aus der VG Rhein-Nahal, habe davon noch nichts gehört, ehrlich gesagt. Und was mir so ein bisschen am Herzen liegt, ist, wir haben auch ganz viele Konzepte zum Thema Klimaschutz bekommen, die auch gefördert, haben aber in der strukturschwachen Region eher kein Geld, es umzusetzen. Also es gibt tausend Ideen, aber gefühlt keine Möglichkeiten, sie umzusetzen, obwohl uns die Zeit drückt, wie wir ja schon mehrfach festgestellt haben. Ja, wie haben wir davon erfahren? Ich war 2016 Beauftragter in der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebelnburg. Und dort hatten wir das Hochwasser in Hochstädten und hatte dann in Zusammenarbeit mit dem Ministerium, ich weiß nicht, wie hieß der Herr Scharnikau oder? Ja, ja, mit dem Herrn Scharnikau Kontakt, der kam zu uns und es begann. Und da gebe ich, da ist Ihre Frage vielleicht richtig. Es begann auch bei uns mit der Ansage aus dem Ministerium, okay, wir bekommen ein Hochwasserschutzkonzept gefördert, aber für die potenziell gefährdeten Gemeinden. Und dann haben wir gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir möchten bitte alle Gemeinden gefördert bekommen. Es lag jetzt eher am Anfang an den finanziellen Mitteln beim Land. Und am Schluss war es ganz einfach so, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir eine Gesamtmaßnahme raus. Ja, und der Rest ging dann über die Verwaltungsebene, Beschlusebene im Verbandsgemeinderat. Ich meine, wir haben da auch schlussendlich, glaube ich, insgesamt 300.000, 400.000 Euro investiert. Wir haben das Konzept noch einmal auf den Bereich Landwirtschaft und Weinbau erweitert. Ich habe das ja eben auch kurz angesprochen, da sind auch dicke Bretter zu bohren. Ja, also bildlich gesehen, das Wasser muss vor den Ortsgemeinden sich breitflächig verteilen können. Und dann kommt mir natürlich, Herr Gockel wird nachher noch was dazu sagen, da kommt mir natürlich auch die Landwirtschaft und sagt, ja, aber das ist mein bester Acker. Und den können wir nicht abgeben. Und dann sind wir bei der Frage, die ich da vorhin schon am Schluss verglichen habe. Wir versuchen, Grundstücke zu kaufen. Das dauert dann zwei, drei Jahre und dann ist das nächste Hochwasser schon wieder da. Das ist einfach die Praxis. Theorie sieht oftmals einfach aus. Praxis ist etwas schwieriger. Aber ich will jetzt keinen Werbeblock für die Landesregierung. Ich bin ja da in einer anderen Fakultät unterwegs. Aber das ist jetzt nicht so das Allerschlechteste, was die da in diesem. Das ist das schwäbische Lob. So ganz schlecht ist es nicht. Ihr müsstet trotzdem nicht wählen beim nächsten Mal. Nein, alles gut. Nein, das ist nicht das Allerschlechteste, muss ich echt dazu sagen. Und wir sind da auch im engen Kontakt gewesen. Und es gab auch immer noch ein Weiter. Vielen Dank, Herr Lüttger. Wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit gucken. Sie haben den Ausblick schon gegeben auf das Themenfeld Landwirtschaft, was dann gleich mit Herrn Gocke startet. Wir machen jetzt knappe zehn Minuten Pause mit der Möglichkeit, sich kurz einen Kaffee oder ein anderes Ketten zu holen. Holen Sie es sich bitte in den Raum rein, sodass und sehen Sie zu, dass Sie sich zügig bedienen. Und wir würden dann auch, wenn noch nicht alle zurück sind, um 12.20 Uhr hier wieder weitermachen. Wie gesagt, heute Nachmittag geht es mit dem zweiten, oder heute Mittag mit dem zweiten Themenblock weiter zum Thema Landwirtschaft. Und als erstes startet Ralf Gockel, Vertreter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Er ist dort Referatsleiter Raumordnung, Regionalentwicklung und Naturschutz in der Zentrale Bad Kreuznach. Und dort unter anderem zuständig für die überregionalen und zentralen Fragen der Raumordnung. Er ist unter anderem Geschäftsführer des Ausschusses Raumordnung, Regionalentwicklung und Naturschutz, also auch dort vernetzend tätig. Und Geschäftsführer im Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Rheinland-Pfalz und Vertreter der Landwirtschaftskammer im Landesnaturschutzbeirat. Sicherlich kommen noch viele andere Funktionen hinzu. Ich habe jetzt die wichtigsten rausgezogen, die ich im Netz gefunden habe. Herr Gockel, wir freuen uns auf Ihren Vortrag zum Thema nachhaltige Wasserrückhaltung in der Landwirtschaft. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Als Herr Schultheiß mich vor einigen Wochen, Monaten angerufen hat und hat gesagt, wir haben hier eine Tagung zum Thema Wasser und Wald und Sie suchen noch einen Referenten aus dem Bereich der Landwirtschaft, habe ich zunächst gestutzt. Aber die Diskussion heute Vormittag hat ja schon gezeigt, dass das Thema Landwirtschaft eben doch relevant ist. Jetzt steht auf der Folie Veranstaltung der Hochschule Geisenheim. Herr Lauf, ich bitte um Entschuldigung, dass ich das so verkürzt habe, weil es sind ja mehrere Akteure heute dabei. Ich habe... Ich habe, auch wenn ich nur eine Viertelstunde habe, aber trotzdem sechs Punkte, die ich kurz anreißen möchte, nämlich wieso Landwirtschaftskammer hier. Ich muss ein bisschen differenzieren, welche Arten von Flächennutzung wir in der Landwirtschaft haben. Das ist nämlich nicht so ganz einfach. Wir haben zwar schon über Niederschlagsereignisse gesprochen, aber ich würde das gerne aus Sicht der Landwirtschaft noch mal ein bisschen sortieren. Ich würde auch etwas zur optimierten Bewirtschaftung sagen, obwohl das so ein breites Feld ist. Und der Redner nach mir wird da wahrscheinlich aus bodenhydrologischen Gründen noch tiefer eingehen. Da könnte man einen ganzen Vortrag mit füllen. Die Folie ist ziemlich voll, aber ich kann die Punkte nicht alle ansprechen. Ich würde auf ein paar Irritationen eingehen, die sich so in der gesellschaftlichen, politischen und journalistischen Diskussion manchmal auftun, möchte aber zum Schluss natürlich etwas zu den Lösungsvorschlägen sagen. Die Landwirtschaftskammer in Hessen gibt es keine Landwirtschaftskammer. Da gibt es den Landesbetrieb Landwirtschaft, LLH. Bei uns gibt es eine Landwirtschaftskammer, aber wir sind nicht für die produktionstechnische Beratung zuständig. Das ist bei uns ein bisschen ein Dilemma. Dafür gibt es das DLR. Und die Frage ist immer, wer nimmt welche Aufgaben wahr? Aber für die Beratung ist bei uns das DLR zuständig. Ich habe nochmal in den Spiegelstrich aufgenommen, wir sind ein verantwortlicher Akteur in der Raum- und Bauleitplanung und in der Bodenordnung. Das heißt, wir sind Träger öffentlicher Belange und wir nehmen zu allen Planungen Stellung und haben die Interessen der Landwirtschaft dazu vertreten. Das ist jetzt nicht nur die Situation, dass wir sagen, da rückt ein Baugebiet nah an einen Kuhstall heran, sondern wir haben zunehmend auch die Beobachtung, dass wir über die Lage von Baugebieten sprechen. Also ein großer Hang und da entsteht unten ein Baugebiet und oben drüber sind zehn Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Dann ist es auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, wie verträgt sich denn möglicherweise ein Oberflächenabfluss mit dem dort neu entstandenen Baugebiet. Und wenn ich jetzt so mit meinen Mitarbeitern das übers Land verteilt sehe, wie die Reaktionen auf solche kritischen Hinweise sind, dann sind die sehr zurückhaltend. Also auch nach dem Ahrtal-Ereignis haben wir Besprechungen über Gewerbegebiete, die in den Talauen entstehen. Das sind gute landwirtschaftliche Flächen, die verloren gehen. Aber dieser Hochwasserschutzaspekt oder Schutz darf man nicht sagen, aber diese Hochwasservorsorge, ich habe den Eindruck, dass das in manchen Kommunen und ich bin auch selbst in kommunalen Gremien, dass das da noch nicht immer so angekommen ist. Sie haben das schon gesagt, Herr Jenig, ich bin in vielen Beiräten oder die Landwirtschaftskammern, Klimaschutzbeirat, Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie. Wir sind auch in den Planungsgemeinschaften vertreten, die Landwirtschaftskammer. Und da ist das auch eine unheimlich schwierige Diskussion, wenn es um Bauleitplanung und Erschließung neuer Gewerbegebiete geht. Das ist sehr einseitig geprägt, nach wie vor in diesen Gremien. Und wichtig ist der Zusammenschluss im Bund und Land in anderen Gremien. Ich möchte hier Verband der Landwirtschaftskammern, Deutscher Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft, aber insbesondere auch die Lava ansprechen, die ja auch mit dem Klimaschutzkonzept, was letztes Jahr erarbeitet wurde, gute Ideen, aber auch manchmal sehr praxisfremde Ideen entwickelt hat, was sie vorgelegt haben. Auch da sind wir beteiligt. Welche Flächennutzung haben wir? Das ist so der Klassiker, den kennen wir. Dauergrünland, gerade wenn Sie hier hingekommen sind, Wald, Grünland, ab und zu auch mal eine Ackerfläche dazwischen. Also wir haben, das ist überall so, Dauergrünland, Ackerbau und damit mehr oder weniger vielfältigen Fruchtfolgen. Das ist durch die GAP-Reform jetzt ein bisschen angeschoben worden, weil es vielfältigere Fruchtfolgen geben muss. Und auch das Thema Zwischenfrüchte kommt durch die Forderungen der gemeinsamen Agrarpolitik der EU stärker in den Fokus. Aber das sind nur zwei Nutzungsformen. Und wir müssen eigentlich gucken, was haben wir noch? Und gerade in Rheinland-Pfalz, auch wenn Sie hier hingekommen sind, irgendwo, egal von wo Sie gekommen sind, Sie sind an einem Weinberg vorbeigefahren. Wir haben den Obstbau. Ich habe extra geschrieben, den Baumobstbau, also Kernobst und Steinobst. Aber wir haben auch sehr stark ausgeprägte Sonderkulturen in Rheinland-Pfalz mit Erdbeeren, Spargel, Gemüsebau. Auch das sind Kulturarten, die wir bei der Rolle der Landwirtschaft, beim Hochwassermanagement im Blick haben müssen. Und da ist jede dieser Nutzungsformen, hat andere Anforderungen an Wasserbedarf, Wasserabführung und Wassermanagement. Und dann haben wir noch zunehmend den geschützten Anbau. Das ist einmal nur unter Folie, wie wir es jetzt in den letzten sechs, acht Wochen in der Vorderpfalz gesehen haben. Zunehmend aber Folientunnel, das sind dann so Meter hoch, da wachsen die Erdbeeren drin. Folienhäuser, die sind dann so, dass man sie auch begehen kann. Und Hydroponikverfahren in Gewächshäusern. Hydroponik heißt, die Pflanzen wachsen nicht mehr in der Erde, sondern die wachsen entweder auf dem Tisch oder in einer Stahl- oder Kunststoffrinne. Und die Erdbeeren wachsen dann nicht mehr in der Erde, sondern so auf Brusthöhe in 1,50 Meter, 1,60 Meter Höhe. Das sind Produktionsformen, von denen wir nicht mehr sagen können, die kommen irgendwo mal vor und das machen die vielleicht in Almeria oder Südandalusien oder so. Das sind alles Bewirtschaftungsformen, die gerade in Rheinland-Pfalz, auch in Südhessen zunehmen werden und mit denen wir uns auch im Hinblick auf Wassermanagement kurz schließen und unterhalten müssen. Und dann das Thema Bewässerungslandwirtschaft. Niedersachsen ist wohl das Land mit den meisten Beregnungsflächen, aber die größten zusammenhängenden Beregnungsflächen haben wir hier in Rheinland-Pfalz. Und wenn wir nicht nur Gemüsebauern, sondern auch zunehmend Winzer und zunehmend Landwirte hören, wird in Zeiten des Klimawandels der Bewässerungsbedarf zunehmen. Und wir stehen vor der Frage, wie das denn bei knapper Ressource Wasser überhaupt realisiert und umgesetzt werden kann. Von welchen Niederschlagsereignissen sprechen wir? Ich habe das ein bisschen grob zusammengefasst. Entweder kein Niederschlag, dann haben wir sehr starke Dürretendenzen. Und das ist in der Landwirtschaft natürlich noch umso schwieriger, weil wir keinen längeren Zeitraum haben, um etwas zu puffern. Und wenn Sie Sommergetreide im April ausgesät haben und das ist im September geerntet, dann haben Sie nur einen sehr kurzen Zeitraum, wo Sie einen Bedarf von 200, 300 Millimeter Niederschlag haben oder Wasserbedarf haben. Und wenn in diesem Zeitraum das Wasser nicht fällt und Sie haben keine Böden, die eine starke Rückhaltevermögen, Speichervermögen, nutzbare Feldkapazität haben, dann haben wir ein echtes Dilemma. Das Beste ist der Landregen in regelmäßiger Form schon über das Jahr verteilt. Sowas, wie wir es hier so seit Ostern eigentlich hatten. Also wenn ich mit den Kollegen in Niedersachsen die Woche gesprochen habe, dann waren die schon am Jammern. Da muss ich sagen, für unseren Raum ging das im Moment. Aber wir wissen nicht, wie der Mai wird und wie der Juni wird. Aber das ist so dieser Landregen, der alte Begriff, das, was wir uns gerne wünschen. Und dann haben wir den Dauerregen mit Tendenz, so habe ich das geschrieben, zum Hochwasser, auch außerhalb der Vegetation. Und da kommen die Böden manchmal auch in ihrer Schwammfunktion an die Grenze. Denn wenn Böden im Winter sechs Wochen lang Dauerregen bekommen, dann ist der Schwamm irgendwann voll und gesättigt. Und das Wasser versickert, gerade weil die Böden in den letzten Jahren so trocken im Untergrund sind. Das Wasser kann gar nicht mehr so schnell versickern. Also bei lang anhaltenden Niederschlagsereignissen, wo man sagt, prima, es regnet, es regnet, das Wasser fließt trotzdem ab. Auch wenn es einen Boden als Schwamm gibt, der kommt auch irgendwann an seine Speichergrenzen. Ja, und dann, das haben wir heute Morgen schon ein paar Mal gehört, diese lokalen Stark-Niederschlagsereignisse, die wirklich von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sind. In dem einen Ort scheint die Sonne und in dem anderen geht das Dorf unter. Und das Problem ist dann die Frage, wir hatten auch das Thema Grundwasserneubildung schon vorhin, was kommt überhaupt im Boden an? Und welche dieser Niederschlagsereignisse tragen denn nachhaltig zur Grundwasserneubildung bei? Und dann sehen Sie schon, das ist eigentlich nur der Landregen in seiner regelmäßigen Form. Bei allen anderen Niederschlagsereignissen, die ja angeblich zunehmen werden, werden wir ein Problem mit der Grundwasserneubildung haben. Wenn wir über eine optimierte Bewirtschaftung auch in der Landwirtschaft sprechen, dann ist es einmal der Rückhalt auf der Fläche, dass das Wasser möglichst zurückgehalten wird, dass die Infiltration verbessert wird, dass die Wasserhaltekapazität im Boden erhöht wird. Auch der Erosionsschutz ist ein Ziel unserer optimierten Bewirtschaftung. Und dass wir vermeiden müssen, dass Wasser ungenutzt abfließt. Also kann die Landwirtschaft irgendwas dafür tun, dass es regnet und das Wasser ist beim Nachbar oder im Tal angekommen? Was können wir tun, dass das Wasser ungenutzt abfließt? Und dann müssen wir uns Gedanken machen, da hätte ich eigentlich von Herrn Manns erwartet, dass er was dazu sagt. Wie sieht denn in Rheinland-Pfalz ein Niedrigwassermanagement aus? Jetzt nicht nur aus Sicht der Landwirtschaft, sondern auch für den Naturschutz. Wir haben in Rheinland-Pfalz viele feuchte, abhängige FFH-Gebiete. Die leiden darunter. Die Forstwirtschaft sowieso, die Landwirtschaft sowieso. Und Herr Lüttger hat das angesprochen, die kommunale Wasserversorgung. Da brauchen wir, glaube ich, ein landesweites Programm. Und andere Bundesländer, die Bayern, ich glaube auch Hessen und Baden-Württemberg, sind da schon ein bisschen weiter. Also welche Konzepte haben wir denn insgesamt bei weniger Niederschlägen? Und da können wir ja nicht nur jeden Akteur für sich sehen. Wir überlegen uns was für den Wald. Und wir überlegen uns was für die Landwirtschaft. Und wir überlegen uns was für die kommunale Wasserversorgung. Das sind ja Bedarfe, die alle auf die Ressource zurückgreifen. Und ich glaube, dass es da Bedarf gibt, ein Niedrigwassermanagement für das Land zu entwickeln. Ich habe gesagt, ich gehe auf ein paar Irritationen ein, was zur Zeit, in Zeiten des Klimawandels und dem Greenwashing, nenne ich das jetzt mal vorsichtig so, durch die Lande geht, Humus-Zertifikate. Landwirte wird angeboten, Humus-Zertifikate zu erwirtschaften. Aufbau des Humus soll mit Geld honoriert werden. Das Geld ist dann das, womit andere sich Fluggesellschaften oder wer auch immer, klimaneutral machen. Ja, Aufbau von Humus ist für CO2-Speicherung und auch für eine bessere Wasserhaltung wichtig. Aber das über Zertifikate und einen Zertifikatehandel und mit Geldbeträgen abzuwickeln, halten wir in der Landwirtschaft für nicht seriös. Denn der Aufbau von Humus ist ein Prozess, der über drei, vier, fünf, acht, zehn Jahre geht. Und Sie können mit einer falschen Bewirtschaftung das Humus-Zerende innerhalb von zwei Jahren wieder rückgängig machen. Von daher ist der Zertifikatehandel sehr kritisch zu sehen. Was wir auch kritisch sehen, ist, dass man sagt, eine Extensivierung der Landwirtschaft dient grundsätzlich auch der besseren Wasserrückhaltung. Und auch in vielen Publikationen lesen wir immer, ja, Umstellung auf ökologischen Landbau. Wenn ihr umstellt auf ökologischen Landbau, habt ihr die Wasserprobleme gelöst. Da muss ich sagen, beides stimmt nicht. Es kommt nicht auf die Frage an, werden synthetische Düngemittel und synthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt, sondern es ist die Frage, wie der Boden bewirtschaftet wird. Das ist das A und O und die zentrale Frage. Minimalbodenbearbeitung und Direktsaat, warum steht das jetzt bei Irritationen? Weil das ist doch eigentlich das, was wir in der Landwirtschaft wollen. Aber da kommt so ein bisschen das Problem rein, dass wir ja nicht mehr flügen wollen und nicht so viel Bodenbearbeitung machen wollen, weil erstens erhöht es den Erosionsschutz, zweitens ist es unheimlich energieaufwendig. Aber wenn wir Minimalbodenbearbeitung oder Direktsaat machen, das ist kompliziert für Landwirte, es umzusetzen. Aber dann braucht man chemische Pflanzenschutzmittel, um den Aufwuchs zu reduzieren. Weil flügen dürfen wir nicht oder will man nicht. Und dieses Dilemma, vor dem steht die Landwirtschaft so ein wenig, weil Pflanzenschutzmittel oder gerade Glyphosat ja ein Produkt ist, was eigentlich verboten wird in den nächsten Jahren. Aber das ist ein großes Hindernis dann für eine intensivere oder weiter verbreitete Minimalbodenbearbeitung oder Direktsaat. Lösungsvorschläge. Sie sehen, das ist eine ganz, ganz lange Liste. Ackerland zu Grünland, Krümelgefüge, gut verwurzelte Krume, Schaffung von Abflussbarrieren, Bewirtschaftung quer zum Hang, Kalkversorgung, Humusgehalt, ganzjährige Bodenbedeckung, Striptill, also streifenförmige, Bearbeitung, Maisanbau. Wir hatten das Thema Mais, Mais in Verbindung mit Ackerbohnen zu kombinieren, Mais mit Untersaaten zu versehen. Also Sie sehen, es gibt unheimlich viele Maßnahmen in der Landwirtschaft, die man machen kann. Das ist aber immer einzelbetrieblich umzusetzen und manchmal gar nicht so einfach in die Betriebsabläufe des Betriebes auch zu integrieren. Das ist so der Bereich, der sich auf die Landwirtschaft bezieht. Ich habe ja auch noch andere Produktionsverfahren angesprochen, den Weinbau. Da auch ein Thema Art der Reifen und Reifendruck. Das ist vielleicht nur eine kleine Maßnahme, beträgt aber dazu bei. Aber Bearbeitungsverfahren und Systematiken abstimmen mit dem Stickstoffbedarf der Reben, Verdichtungen aufbrechen, Bodenpflege in den Gassen, im Weinbau, jede zweite Gasse begrünen oder nicht. Die Topografie beachten, gleich kommt da noch ein Bild. Also auch im Weinbau kann man sehr viel machen. Und ein Beispiel hier, die Bilder sind von Herrn Walk vom DLR, da sieht man wie nur ein leichter Hang, ein kleiner, kurzer Hang. Aber bei einer Junganlage, das ist die rechte Seite, wie schnell es hier zu Erosion kommen kann und zu einem unerwünschten Wasserabfluss kommen kann. Im Weinbau haben wir noch das Problem, dass in den Rebzahlen immer in der gleichen Stelle gefahren wird. Das heißt, und wir haben viele Bearbeitungsgänge im Weinbau. Es ist nicht wie im Ackerbau, wo man drei, vier, fünf, vielleicht achtmal über die Fläche fahren muss. Das kann sich im Weinbau schon auf zehn und 15 Überfahrten aufsummieren. Und wenn man immer in der gleichen Spur fährt und man hat einen verdichteten Boden, dann nehmen die Verdichtungen immer mehr zu. Und auch das sind natürlich Hemmnisse, dass Wasser gut infiltrieren kann und sind natürlich ein Beitrag dafür, dass Wasser schneller abfließen wird. Und wenn wir dann Regenereignisse wie letztes Jahr in der Vorderpfalz hatten und sehen, dass das Wasser nicht abfließen kann, auch in der Ebene, wo wir kein Gefälle haben, dann sehen wir, dass die Boden wirklich im Schwamm so gesättigt sind, das Wasser fließt nicht mehr ab. Und das sieht man auch bei dem nächsten Bild. Wir kommen leider sehr schnell und das waren 68 Liter pro Quadratmeter. Da müsste man jetzt sagen, bei den leichten, teilweise leichten Böden in der Vorderpfalz müssen die Böden das verkraften. Aber Sie sehen auch in der Ebene, dass Wasser steht. Und das sind dann Wasserressourcen, die langsam versickern oder in den Gräben abfließen und die für ein nachhaltiges Wassermanagement in den Böden nicht mehr zur Verfügung stehen. Lösungsvorschläge Weinbau. Ja, Lösungsvorschläge Sonderkulturen. Das ist natürlich im Gemüsebau gar nicht so einfach, wenn wir mit den Gemüsebauern sprechen und vom Zwischenfruchtanbau sprechen, zur Vermeidung von Bodenverdichtungen oder Nitratauswischungen, Waschungen. Dann ist das gar nicht so einfach, in die Produktionsverfahren und in die Fruchtfolge einzubauen, weil der Gemüsebau an einem sehr starken Umlauf angewiesen ist. Also das ist schwer in die Praxis zu bringen. Wir müssen aber auch über ein angepasstes Bewässerungsmanagement sprechen. Auch das ist so ein bisschen eine heilige Kuh bei den Gemüsebauern, wenn man Wege sucht, das Beregnungswasser effektiver einzusetzen und weniger Wasser einzusetzen. Und der Wasserrückhalt im geschützten Anbau, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben zunehmend Folienanbau, Folientunnel. Da haben wir ja die Situation, dass das Wasser nicht mehr direkt im Boden versickert, sondern dann da, wo die Folie auf dem Boden ist, das Wasser dort konzentriert ist und dort dann auch konzentrierter abfließen kann. Wir hatten gerade in der Grafschaft im Erdbauanbau diese Diskussion. Und die Frage ist, ob wir das Thema Hydroponik im Hinblick auf Wassereffizienten nicht stärker nutzen, weil in diesen Plastikwannen, das hört sich sehr industrialisiert und künstlich an, aber in diesen Wannen, in denen Kulturen wachsen können, entsteht natürlich ein Wasserkreislauf, der in sich geschlossen ist und der Wassersparsam ist und der den Boden nicht beeinträchtigt. Ich komme zur Zusammenfassung. Ich habe das Signal bekommen, ich bin gleich am Ende. Die lange Liste von vorhin habe ich jetzt mal auf ein paar Punkte zusammengefasst. Bodenmodellierung, Abflussreduzierung, Pufferstreifen in den Schlägen und am Gewässer reduzierte Bodenbearbeitung und Grünlandflächen als Rückhalteräume entwickeln. Das ist das Zusammenfassende. Da kann uns übrigens auch die Flurbereinigung helfen, entsprechende Räume festzulegen. Ganz allgemein die Frage, welche Versiegelung können wir uns noch leisten? Sie haben zwar gesagt, ein Hektar, weniger als ein Hektar in Rheinland-Pfalz. Ich weiß auch vom Innenministerium, dass die immer sagen, Herr Gockel, das ist alles gar nicht so schlimm. Was ist schon ein Hektar? Gucken Sie sich mal Bayern und Nordrhein-Westfalen an. Da sind das 15, 20 Hektar pro Tag. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dieser einen Hektar, der findet sich nicht hier im Hunsrück und im Birkenfeld, sondern er findet sich rund um die Stadt Mainz, Niederolm. So bis hier in unsere Verbandsgemeinde, Herr Lüttger, das ist noch so ein Ballungsraum. Aber sobald wir in andere Regionen sind, da haben wir keine Flächenversiegelung mehr. Und gerade in diesen ballungsnahen Räumen ist die Versiegelung nach wie vor ein Problem. Nicht nur für den Verlust landwirtschaftlicher Flächen, sondern auch für das Wassermanagement. Und da ist die Frage, wie wir so etwas lösen können. Herr Lüttger hat zwei, dreimal gesagt, ja, wir kommen ja nicht an Flächen dran, wenn wir was kaufen wollen. Vielleicht müssen wir, ich habe dir mein Werk vorhin gesagt, ich hätte noch eine Botschaft Ihnen als Landschaftsplaner gehabt. Vielleicht müssen wir auch bei dem Thema Naturschutzfachliches Kompensationsmanagement etwas mehr umdenken. Es ist nicht die zehnte Streuobstwiese, die ein Baugebiet sinnvoll kompensiert, sondern wir müssen hier auch integrative Lösungen finden, wie wir Wasserrückhaltung und Wassermanagement in den Gemeinden, auch Wasserrückhaltung vor dem Ort, wie wir so etwas in Kompensationsmanagement einbauen können. Das ist in den Planungsbüros und in den Köpfen der Planer nach wie vor noch nicht angekommen. Und jetzt das nochmal, der letzte Punkt, vorletzte Punkt. Und ja, auch an die Diskussion mit dem Klimaschutzministerium. Müssen wir nicht überlegen, Niederschlagswasser, was im Winter abfließt und weg ist. Oberflächenwasser, am Rhein ist das im hessischen Ried ein Thema und das wird auch weiterentwickelt. Und ich sage auch mal Prozesswasser, wo es auch immer herkommt, dass wir so etwas nicht zur Grundwasseranreicherung nutzen müssen. Das gehört auch zu diesem Konzept Niedrigwassermanagement. Das ist jetzt eine technische Lösung und wir sind sie als Förster und wir als Landwirte sind immer so an natürlichen Lösungen interessiert. Aber im Zuge des Klimawandels müssen wir vielleicht auch darüber nachdenken, wie wir ansonsten abfließendes Wasser dafür nutzen können, um die Grundwasservorräte anzureichen. Das hessische Ried ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und Talsperren, Fragezeichen, das ist jetzt, kommt nicht von mir, sondern das war auf einer Veranstaltung letzte Woche, wo jemand gesagt hat, es gibt kaum Länder wie Rheinland, falls sie so wenig Talsperren haben, müssen wir auch über sowas nicht nachdenken. Kooperation mit Kommunen und Landwirtschaft ist wichtig. Ich war Herrn Lüttger unheimlich dankbar, dass er das Paket Landwirtschaft in seinem Stark-Niederschlagskonzept noch mit eingebaut hat. Und die Verbandsgemeinde musste ja auch die Kosten dafür übernehmen, dass die Landwirtschaft da noch mit eingebunden wird. Das Ergebnis war, Herr Schwerbel, Landwirte sind ein dickes Brett. Wir haben zwei Veranstaltungen für Winzer und Landwirte gemacht. Die Resonanz war jetzt nicht so, dass man uns die Türe eingerannt hat und hinterher gesagt hat, ich möchte jetzt was tun. Also wir brauchen Beratung von Landwirten vor Ort und da müssen wir wieder aufs DLR bauen, dass das umgesetzt wird. Ich habe etwas überzogen. Bitte mir, das nachzusehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Gockel. Sie haben natürlich die Herkules-Aufgabe gehabt, ein riesengroßes Maßnahmenportfolio in kurzer Zeit darzustellen. Es gibt viele Maßnahmen, die bekannt sind und wir müssen in die Umsetzung kommen. Auch hier in der Landwirtschaft haben wir die gemeinsame Agrarpolitik als wesentliches Förderinstrument. Aber ich vermute, wir sind uns einig, dass da noch erheblich mehr in die wirklich wirksamsten Maßnahmen gelenkt werden müsste. Wir schreiten zunächst fort im Programm. Das nächste ist Professor Dr. Peter Schifflat von der Philips-Universität Marburg. Mikro wechseln. Er hat dort seit einigen Jahren die Professur für Boden- und Hydrogeografie innehat. Er studierte Geografie an den Unis Regensburg und Augsburg. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter in Regensburg und Bochum, hat dort seine Dissertation zum Thema Abflussbildung im Mittelgebirge angefertigt, verortet im Sauerland. Er war Postdoc in Wien und in Linz. Und sein thematischer Fokus liegt kurz gefasst auf Wasser und Stoffflüsse in gekoppelten aquatisch-terrestrischen Ökosystemen und entlang von fluvialen Netzwerken, also Fließgewässersystemen. Und uns beide verbindet die Tatsache, dass wir uns einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, den Dr. Martin Reis, nicht teilen. Er war erst in Marburg, mittlerweile ist er bei uns in Geisenheim. Aber dadurch besteht immer noch eine sehr schöne Konnektivität zwischen uns. Also, lieber Peter, dein Vortragsthema, wo steht es? Heißt Einfluss der Landnutzung auf die Abflussbildung in ländlichen Einzugsgebieten. Wir sind gespannt. Lieben Dank für die Einführung. Ich versuche mal so ein bisschen hier, dass ich mich ein bisschen bewegen kann. Noch eine Anmerkung. Also erst mal ist es schön, hier zu sein und ein großes Dankeschön an die Organisatoren für diese bisher wirklich sehr interessante Veranstaltung. Und ich war nicht in Linz, sondern in Lundz. Und wenn man in Österreich gelebt hat, dann kennt man Lundz, weil das ist der kälteste Ort in Österreich. Deswegen, genau, kein Problem. Genau, ich möchte heute so ein bisschen einen Bogen spannen, also Einfluss der Landnutzung auf die Abflussbildung, ein bisschen Einblick in verschiedene Landnutzungssysteme geben, um dann am Ende vielleicht auch so einen quantitativen Ansatz vorzustellen zu können, wie man vielleicht diesen Schwamm berechnen oder quantifizieren kann, der schon angesprochen wurde. Also Schwamm-Effekt nicht nur von der Stadt, sondern vielleicht auch vom Boden, der unter verschiedenen Nutzungen ja auch existent ist. Wenn man solche Bilder sieht, die wir alle kennen, also links oben, quasi das war das Jahrhunderthochwasser 2013, dann auch rechts unten ist das Ereignis vom Ahrtal, dann fragen wir uns als Forscher immer, was sind die Ursachen? Herr Gockel hat ja schon verschiedenste Lösungsansätze geliefert. Das ist ganz gut, weil da muss ich mich nicht damit beschäftigen. Wir sind eher so für die Fragen und Hinweise und können darauf ein bisschen eingehen. Und das war auch recht schön, das Ereignis 2013, da war ich gerade in Österreich, als das entstanden ist sozusagen, dieses Jahrhunderthochwasser. Und da konnte man ganz gut sehen, wie sich so ein Hochwasser aufgeschaukelt hat. Es hat drei Tage geregnet. Ich war damals in Bad Ausseem, Ausseerland. Drei Tage geregnet, ohne dass irgendetwas passiert ist im Bach. Und dann gab es einen schönen Sonnentag, das war der Samstag. Und dann war hier das Narzissenfest. Und dann über Nacht kam dann ein Niederschlagsereignis, etwas stärker, aber nicht so stark, dass es generell ein Auslöser für dieses Ereignis ist. Aber da die Böden gesättigt waren und nichts mehr aufnehmen konnten, kam es eben zu diesem großen Ereignis. Und ich bin eben einen Tag vorher noch für diese Autobahn bei Deggendorf gefahren und danach quasi brach alles zusammen, auch eben Verkehrsinnsverstruktur und so weiter. Wie gehen wir da ran, um solche Fragen zu lösen? Das ist immer ein großes Problem. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen, auch in der Hydrologie. Wir haben eben Modellierer, die haben ihre physikalischen Gesetze, die rechnen sich solche Sachen aus. Und dann gibt es die nassen Hydrologen, die Feldstudien machen. Da zähle ich mich dazu. Also ich bewege mich lieber im Gelände als vor dem Computer. Und deswegen hatte ich hingeschrieben, Feldstudien mit oder und oder versus Modelle. Das heißt, manchmal klappt es, dass es zusammenarbeitet, manchmal eben nicht. Und deswegen gibt es auch unterschiedliche Prozessvorstellungen. Und es ist auch ein Problem, dass wir auf unterschiedlichen Skalen arbeiten. Wir gehen der Frage auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen ran. Wir haben einmal den Standort, da können wir uns den Boden angucken. Wir können aus, rauslesen, was hat der einzelne Stein für eine Auswirkung? Wir haben die Vigoration und den Boden und so weiter. Der nächste Stufe wäre eben der Hang. Da können wir eben Zusammenhänge erkennen. Wie wird das Wasser, die Nierschlagswasser quasi über den Hang in den Bach transformiert? Und letztendlich haben wir dann ein ganzes Einzugsgebiet. Das heißt, da kommen auch noch Sohlgefälle hinzu, das Gewässernetz und so weiter, Verbauungen und so weiter. Und das ist das ganze System. Aber wo ist es interessant? Interessant ist es eigentlich hier an Ort und Stelle, weil dort entscheidet sich, wie wird das Wasser weitergeleitet? Und dort kommt es darauf an, wie ist die Vigoration, die Landnutzung und wie ist der Boden aufgebaut? Ich möchte mich im Vortrag ein bisschen auf die Landnutzung bis erst mal im ersten Schritt ein bisschen intensiver eingehen. Also wir haben die verschiedenen Nutzungssysteme, ganz pauschal gesagt, Wald, Grünland, Kombi aus Weide und Wiese, Ackerbau, Siedlung und Verkehr. Siedlung und Verkehr haben wir schon intensiv behandelt. Was wir wissen, ist, dass eben die Veränderung der Landnutzung über die Jahrhunderte oder seit dem Eingriff des Menschen im Prinzip den Abflussverhalten verändert hat. Also es gibt verschiedene Modellstudien, die das zeigen, wie hier zum Beispiel ein Einzugsgebiet in Bayern. Und dann sehen Sie hier den Urzustand mit viel Waldgebieten, Mooren und so weiter. Und dann hat sich das verändert, Zunahme der Siedlungsgebiete. Und Sie sehen hier unten auch die Zunahme des Abflussscheitels und des Abflussvolumens. Das heißt, durch unseren Eingriff haben wir das ganze System schon so wesentlich verändert, dass wir jetzt damit lernen müssen, damit umzugehen. Ein Punkt ist eben der Einfluss des Ackerbaus auf die Abflussbildung. Was wir kennen, was wir wissen, der Ackerbau verändert die Interzeptionsspeicher, die Verdunstung, dann ganz typisch eben dieser Verschlemmungsneigung der landwirtschaftlichen Flächen oder Ackerflächen. Dann haben wir unterschiedlich, einfach durch die Verdichtung der maschinellen Einsatz, der maschinellen Einsatz ist die Verdichtung, haben wir geringere Speicherkapazitäten. Wir haben die Pflugsohlen, die einfach das ganze System verändern. Und Sie sehen letztendlich, das sehen Sie jeden Herbst, jedes Frühjahr, einfach diese Oberflächenabflüsse, Bodenerosion, Abtrag und so weiter. Da können wir, Herr Gockler hat schon verschiedene Ansätze aufgezeigt, ein Beispiel letztendlich, einfach durch die Bearbeitung des Bodens schon wesentlich beitragen, um hier die Gefahr des Hochwassers oder die Gefahr des zunehmenden Oberflächenabflusses zu verringern. Sie sehen einfach durch die Mulchung, dass Sie hier, haben Sie den unbedeckten Boden und dann wäre der Oberflächenabfluss hier als Anteil des Niederschlages im Prozent bei knapp 60 Prozent. Das ist ein kleineres Niederschlagsereignis, hier haben wir ein großes Niederschlagsereignis und dann reduzieren Sie den mehr als die Hälfte in den Oberflächenabfluss. Also mit geringem Aufwand können wir eigentlich schon sehr gut auf diese Gefahren eingehen. Was aber in Zukunft so auch eine Herausforderung ist, das ist so meine Beobachtung, ist eben, ja, was auch verbunden ist mit der Energiewende, dass wir immer mehr Biogasanlagen haben, also immer mehr Biomasse erzeugen müssen und das natürlich auch ein Wechsel oder ein Umschalten dieser ganzen Landnungssysteme mit sich bringt. Also ein Punkt ist eben der Maisanbau zum Beispiel, der natürlich hier sehr viel oder sehr stark genutzt wird für die Biomasseerzeugung und da versucht man jetzt auch schon quasi andere Pflanzen zu züchten, anzupflanzen, die letztendlich auch einen stärkeren Schutz vor Bodenerosion geben. Also wir haben hier ein Forschungsprojekt zusammen mit dem ZALF und dem Julius-Kühn-Institut, wo wir herausfinden wollen, erst mal den Einfluss von Mais im konventionellen Anbau und im Direktsaat im Vergleich zur Silphi, also einer Dauerkulturpflanze, die also genutzt wird zur Biomasseerzeugung, welchen Einfluss hat die auf die Bodenerosion? Aber gleichzeitig messen wir natürlich auch den Oberflächenabfluss und können somit abschätzen, welche Auswirkungen dieser Veränderung der Landnutzung in Zukunft auf die Abflussgeschehen in so landwirtschaftlichen Flächen haben kann. Ich hatte mir gedacht, ich könnte noch schon erste Ergebnisse mitgeben, aber hier hat uns auch der Klimawandel so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben erst im letzten Jahr erst zehn erosive Ereignisse gehabt, einfach weil es auch zunehmend, sage ich mal, auch ein bisschen trockener wird und die zusammen, Sie sehen also hier verschiedene Niederschlagsmengen, dann Intensitäten und Dauer der Ereignisse und in zwei Standorten eben mit unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen und die ersten Ergebnisse, deswegen stelle ich es nicht dar, sind also noch nicht signifikant, deswegen wäre es jetzt nicht zielführend, hier einen Einblick zu geben. Ein anderer Aspekt ist das Grünland. Vom Grünland oder auch eben Weideflächen geht man immer davon aus, dass es vielleicht das Wasser gut versickern kann, aber hier haben Sie auch letztendlich durch die Viehnutzung und so weiter eine oberflächennahe Verdichtung, wo Sie letztendlich auch die Speicherkapazität des Bodens verringern. Dann oftmals im Alpenraum eben auch angesprochen Skipisten als Flächen, die ja das Hochwasserrisiko vergrößern. Da ist aber meistens mittlerweile auch so, dass es eben erkannt ist, dass es nicht ja sehr großräumig wirkt. Was wir so festgestellt haben in den letzten Jahren, ja zu Veränderungen der Nutzung, der Beweidung, also wenn Sie in den Umraum, ja urbanen Umraum sind, Umfeld sind, dann sieht man, dass eben die Pferde, die Anzahl der Pferde zugenommen hat, auch der Pferdeweiden. Das hat auch in den letzten zehn Jahren der Bestand zugenommen und das ist etwas, was uns aufgefallen ist und deswegen hatten wir das mal versucht zu untersuchen, wie sich diese Veränderung, ob das jetzt durch Rinder genutzt wird, diese Weide oder eben durch Pferde, wie sich das auf den Oberflächenabfluss auswirkt. Sie haben hier im oberen Feld zwei Flächen, die durch Pferde beweidet werden. Linke Hand, das war jetzt nach einjähriger Pause der Beweidung und rechts eben direkt beweidet und im Unteren sehen Sie das gleiche einjährige Pause und direkt Beweidung durch Rinder. Und Sie sehen auch schon, dass hier diese Vigrationsdecke relativ gestört ist und somit natürlich auch eine offene Bodenoberfläche vorliegt. Und wir haben das dann beregnet mit 50 Millimeter pro Stunde und Sie sehen hier die Rinderweide. Die Y-Skala wäre sozusagen der Oberflächenabflussanteil von der aufgebrachten Niederschlagsmenge über eine Stunde Zeit, geringe Vorfeuchte. Sie sehen, also hier haben wir kaum Oberflächenabfluss, der Boden kann noch sehr viel aufnehmen. Dann hohe Vorfeuchte, auch bei hoher Vorfeuchte sehen Sie, dass der Boden auf der Rinderweide noch sehr gute Infiltrationen aufzeigt. Ganz anders sieht es eben bei der Pferdeweide aus. Hier sehen Sie, sowohl bei dem Boden oder Standort mit geringer Vorfeuchte als auch hohe Vorfeuchte, wir haben Werte von 0,5, das heißt 50 Prozent des aufgetragenen Niederschlages fließen oberflächlich ab. Und das sind ja fast schon Werte von teilversiegelten Flächen, die wir vielleicht aus dem eben urbanen Raum kennen und sobald es dann mit hoher Vorfeuchte geht, dann sind wir auch bei 0,6 und das relativ schnell, also schon nach fünf Minuten zeigen wir hier eine Reaktion. Und das sind so Aspekte, sie sind auch in der Modellierung noch gar nicht so integriert, dass wir hier nochmal unterscheiden müssen zwischen Art der Beweidung auf solchen Weideflächen. Dann kommen wir auch ein bisschen auf den Wald. Der Wald ist an sich, ja, hat sehr positive Aspekte, was die Hochwasserentstehung betrifft. Wir haben hier eine zusätzliche Speicherung durch die organische Auflage, wir haben einen großen Interzeptionsspeicher, höhere Verdunstung. Trotzdem, also generell, haben wir erstmal eine mildernde Wirkung vom Wald auf die Hochwässer. Das zeigen auch verschiedene Modellstudien. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Pegel am Erzgebirge, ein hundertjährliches Ereignis und hier gerechnet, wenn alles bewaldet wäre, dann würden wir dieses hundertjährliche Ereignis gar nicht erreichen. Hier eben mit Nadel und Baum und Laubwald. Das heißt, wir sehen diese minderte Wirkung auch bestätigt durch Modellrechnungen. Dann gibt es aber auch Studien, die jetzt schon älter sind, die aber sagen, irgendwann ist die minderte Wirkung des Waldes begrenzt, weil eben auch der Boden eine Rolle spielt. Also der Boden mit seiner Speicherkapazität kann irgendwann letztendlich diese mildernde Wirkung begrenzen. Und da kommt eben das wieder ins Spiel, was wir momentan zum Beispiel auch im Harz oder im Sauerland sehen. Weite Teile der Wälder sind quasi entwaldet durch einfach, durch den Abschlag der Fichten. Das heißt, jetzt wird der Boden in Waldgebieten eigentlich wieder bedeutsamer. Und deswegen sollte man sich jetzt wieder auch ein bisschen auf den Boden konzentrieren. Und da möchte ich Ihnen ein neues Merkblatt vorstellen, DWA-Merkblatt Nummer 922, das in einer Arbeitsgruppe Bodenhytologische Aktierung über mehrere Jahre erstellt wurde. Es gibt quasi, die erste Ausgabe war vom März 2020. Sprecher war der Markus Kasper, der heute auch da ist. Und ich war eben auch Mitglied in dieser Gruppe. Und das war so ein Mix aus Geografen, Bodenkundler, Hydrologen, um zu beurteilen, wie wirkt der, was hat der Boden für eine hydrologische Wirkung. Und wir haben uns eben wirklich nicht nur quasi am Schreibtisch getroffen, sondern eben auch im Feld und uns die Böden angesehen unter verschiedener Nutzung. Und ich möchte jetzt eben gar nicht so tief darauf eingehen aufgrund der Zeit, aber was war das Ziel? Wir wollten eine einheitliche Geländekartierung erschaffen auf Grundlage vorhandener ein Verfahren zur Kartierung bodenhydrologischer Prozesse. Und wozu kann man das anwenden, dieses Merkblatt oder diese Kartieranleitung, um eben genau diese Fragen auch zu beantworten, nämlich wie kann ich Niederschlagsabflussmodelle verbessern? Wie kann ich auch Szenarien verschiedener Landnutzungsänderungen evaluieren? Also wie kann ich auch in die Zukunft blicken mit so einem Werkzeug? Nicht nur den Ist-Zustand erfassen, sondern eben auch verschiedene Szenarien bewerten. Im Mittelpunkt steht dabei immer ein Bodenprofil erst mal, das für einen bestimmten Raum Gültigkeit hat und dann letztendlich auch durch die Veränderung der Landnutzung als Art Bodenhydrotop begrenzt wird. Wir nehmen dabei verschiedene Parameter auf und rechnen die oder fügen die zusammen auf Basis unseres Expertenwissens, das in der Gruppe vorhanden war, und auf Basis von Literaturstudien. Und ich gehe jetzt sofort auf das Ergebnis ein, aufgrund der Zeit. Letztendlich, wenn Sie so einen Standort bewerten, da fließt ein die Oberflächenzustand, die Bodenart, die Lagerungsdichte, organische Substanz und so weiter, dann bekommen Sie als Ergebnis eine Aussage, wie ein Standort, zum Beispiel hier eine Braunerde unter Wiesennutzung, wenn der Regendauer 720 Minuten ist, bei einer Regenmenge von 236,6 Millimeter als Beispiel, dieser Boden bei trockenen Bedingungen reagiert, bei feuchten und gesättigten. Das heißt, bei trockenen Bedingungen, da haben Sie noch, hier ist der Retretionsspeicher angegeben, sehr viel Platz im Boden und es kann sehr viel, das Blaue, das ist die Legende, kann sehr viel in die Tiefe versickern. Trotzdem, also sehr viel aufgefüllt werden und dann auch das Schwarze ist die Tiefenversickerung, dann entsteht Zwischenabfluss und hier das Gelbe und das Blaue wäre Oberflächenabfluss und das verändert sich natürlich im Laufe der Zeit, das heißt, wenn ein Boden feucht ist oder gesättigt und dann haben Sie hier nochmal Aussagen zur Geschwindigkeit dieser Prozesse, also wie schnell reagiert zu einem Standort, das ist ja auch oftmals sehr wichtig. Dann machen wir auch Aussagen zum Raumbezug, das heißt, da könnte man auch solche Kleingerinnene Anschlüsse mit einbeziehen, die in den Mooren hier im Umfeld tätig sind, vorliegen, das heißt, die entwässern oder bewässern diesen Standort nochmal. Ich habe diese Anleitung jetzt mal benutzt, um festzustellen, wie wirkt sich eine unterschiedliche Landnutzung beim, sage ich mal, gleichen Boden. Ich habe jetzt mal einen einfachen Boden mir ausgesucht, den ich so erstellt habe, das heißt, eine Braunerde mit 1,30 Meter Mächtigkeit, ein CV in 1 Meter Tiefe und dann, wie sieht es aus, wenn ich nur die Landnutzungsänderung ändere. Das heißt, der Boden bleibt gleich, aber ich ändere die Landnutzung und dann möchte ich nochmal sehen, wie sieht es aus, wenn ich den Boden, zum Beispiel im Pseudoglei einsetze, also im Stau und im Boden, wie der im Wald aussieht. Gewählt habe ich ein Ereignis mit 60 Minuten mit 100 Millimeter, also ein etwas größeres Ereignis, hier als erster Standort, das wäre das Grünland, dann sehen Sie, bei trockenen Bedingungen würde der Speicher aufgefüllt werden. Also es würde noch gar kein Abfluss stattfinden aus diesem Bereich. Wenn der Boden feuchter wird, dann haben Sie veränderte Abflussverhältnisse, das heißt, Sie haben vor allem Zwischenabfluss, Abfluss im Boden und Sie haben einen geringen Teil, schwarz hier markiert, der in die Tiefe versickert. Also Sie können hier auch die Grundwasserneubildung in dem Sinn berechnen. Und dann sehen Sie hier die Prozessgeschwindigkeit, das heißt, wenn ein Abfluss an der Oberfläche auftritt, dann ist die Geschwindigkeit mittel. Oder wenn der Abfluss im Boden auftritt, ebenfalls mittel. Also es ist eine mittlere zeitliche Reaktion. Gehen wir nun in den Wald, so sehen Sie, dass hier markant eine gelbe Farbe erscheint. Das wäre der hortonschen Oberflächenabfluss. Also es würde im Wald hier anzeigen, dass Oberflächenabfluss auftreten kann. Warum? Weil wir angeben, wenn es Nadelwald ist, dass er eben hydrophob reagieren kann, dass über gewisse Distanzen vielleicht doch an der Oberfläche Wasser auftritt, vor allem, wenn es trocken ist. Und das wird natürlich entscheidend, wenn wir jetzt auf die Kahlflächen gehen, die jetzt eben entstehen und dort keinen Schutz mehr durch die Überschirmung gegeben ist, dass wir hier vielleicht auch über kurze Distanzen Oberflächenabfluss generieren können. Aber die Reaktion, wie gesagt, tritt erst dann auf, eine starke Reaktion, wenn der Boden gesättigt ist. Was Sie noch mal sehen, im Vergleich zu vorhin, Sie haben jetzt eine langsame Geschwindigkeit, eine langsame Reaktion. Das heißt, wir sehen auch wieder, was bestätigt wird durch dieses Modell, dass der Wald quasi reduzierend, in der Zeit reduzieren und vermindern wirkt. Der Pseudoglei, also der Stauböden, macht kaum Unterschied. Also man sieht, jetzt bestätigt dadurch, Sie haben ein gewisser, wenn man zurückgeht, in dem Bereich eigentlich nur eine Veränderung. Jetzt haben wir den Pseudoglei, dass es eben schon früher zu Zwischenabfluss kommen kann, also zu Abfluss im Boden. Also die Wirkung des Bodens ist, wenn quasi wir einen Wald drüber haben, gering, aber ich denke, wenn dann quasi mehr Entwaldung hinzukommt, dann wird der Boden bedeutender werden. Den größten Unterschied sehen Sie natürlich auf landwirtschaftlichen Flächen. Wenn Sie eine Ackerfläche haben, dann haben Sie hier sehr schnelle Reaktionen. Nur im Boden haben Sie langsame Reaktionen. Das ist ja der gleiche Boden letztendlich wie unter Wald. Da muss es ja ähnlich, sage ich mal, erst mal reagieren. Aber Sie sehen hier auch eben durch die Verschlemmungsneigung einen hohen Anteil an Oberflächenabfluss. Also wir können quasi mit so einem Modell, mit so einem einfachen Modell, also dieser Kartierenleitung letztendlich abschätzen an einem Standort, welche Reaktionen, Abflussreaktionen auftreten. Aber Sie können eben auch Retentionseffekte berechnen. Das heißt, Sie haben hier einen trockenen Boden und einen feuchten Boden. Der blaue Bereich, das ist der gefüllte Bereich und der Bereich wäre noch frei. Frei für einen Niederschlag und somit können Sie letztendlich auch abschätzen, welche Niederschläge gepuffert werden und nicht. Zusammenfassend, ganz kurz, man sieht, was auch bekannt ist, dass das Abfluss ist, Abflussbildung ist ein räumlich-zeitliches, sehr komplexes System. Und das zu erfassen, das ist immer noch quasi Aufgabe auch der Forschung. Wir machen das jetzt auch noch mal in Forschungsgruppe, wo es nur um den Zwischenabfluss im Boden geht, wo wir uns in den nächsten vier Jahren und uns damit beschäftigen. Die Landnutzung spielt eine wesentliche Rolle, wie wir gesehen haben, bei der Abflussbildung. Und deswegen ist es auch interessant, wie sich die zukünftigen Landnutzungsänderungen auswirken auf die Abflussbildung. Einfach nicht nur Versiegelung, sondern auch Veränderung dieser Landnutzungssysteme. Der Boden ist ein steuerndes Kompartiment, wie wir es gesehen haben, bei unterschiedlicher Feuchte, Vorfeuchte in diesem System. Und was ich Ihnen vielleicht dann in die Hand geben würde, auch für die Praxis, diese bodenhygologische Kartieranleitung ist ein sehr einfaches Modell. Das ist auch dazu gedacht, jetzt rauskommend aus der Wissenschaft, eben nicht nur durch die Wissenschaft, sondern eben auch für die Anwendung in der Praxis, dass man hier auch, wenn man keine bodenkundlichen Vorkenntnisse hat, letztendlich abschätzen kann, welche Speicherkapazitäten hat einen Boden oder ein Standort und welche Neigung hat ein Boden für die Abflussbildung. Es gibt noch vieles mehr, aber ich denke mal, die Zeit ist soweit um. Deswegen Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank, Peter Zschifflat. Auch dieses ist ein ungeheuer komplexes Thema. Das ist immer wieder die Komplexität der natürlichen Systeme, anthropogen natürlich beeinflusst, die uns die Arbeit in der Landschaft schwierig machen. Es hilft nichts. Wir sind froh, dass wir Forschung haben, die dort hilft, die Probleme zu beleuchten. Ich bin sicher, wir haben viele Fragen, die sich jetzt aufdrängen werden. Wir sind leider in der Zeit ziemlich weit fortgeschritten. Deswegen würde ich es jetzt vielleicht auf zwei ganz zentrale Verständnisfragen reduzieren wollen. Idealerweise eine für Herrn Gockel, eine für Herrn Schifflat. Der Ring ist frei. Jetzt traut sich niemand mehr. Doch, bitte. Sie haben gerade Ihre Präsentation noch offen. Könnte ich noch mal Nummer 18 sehen? Wenn ich das richtig sehe, die Folie 18, ist der Abfluss bei einem Mischwald größer als bei einem Nadelwald. Ist das richtig? Und warum? Verstehe ich nicht so ganz. Also die linke Folie. Also die linke Schautafel da. Genau. Da spielen natürlich viele Faktoren noch mal eine Rolle. Zum Beispiel auch der Boden an sich und auch die Vorfeuchte. Das sind immer Standardwerte, die da gesetzt werden. Das kann natürlich in der Altersstruktur sein. Also es können verschiedene Sachen sein. Also verallgemeinern kann man es nicht. Es gibt keinen konkreten, warum das jetzt quasi größer ist als das andere. Das sind ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Danke sehr. Und Werner Konolz. Ich habe noch eine Frage an den Herrn Gockel. Das ist ja erlaubt. Der eine und der andere kriegt noch eine Frage. Hat mir sehr gut gefallen, was Sie vorgetragen haben. Manches ist noch ein bisschen unscharf geblieben, aber das ist sicher der Zeit geschuldet. Könnten Sie vielleicht noch ein bisschen etwas sagen zum Thema angepasstes Bewässerungsmanagement? Also welche Techniken Sie da im Kopf haben? Dann was mich umtreibt, das ist das Thema mit der Folienlandwirtschaft. Sie haben das angesprochen. Mit der Abflusskonzentration in den Furchen zwischen den Folien. Weiß man etwas über die Abflussbildung aus großflächigen landwirtschaftlichen oder Gemüseflächen mit Folien? Und dann schließe ich noch das Thema, aber Sie müssen sich da alles breit beantworten, das Thema Streifenlandwirtschaft. Ich halte es für ein Megathema. Also dass wir versuchen, nicht nur hangparallel, sondern generell in Richtung Streifenlandwirtschaft zu kommen. Da können ja die Bearbeitungsbreiten der Agrartechnik angepasst sein. Also es muss kein prinzipielles Problem sein. Und vor dem Hintergrund auch das Thema Agroforstwirtschaft, inwieweit das mitdiskutiert bei Ihnen, mitdiskutiert wird. Also dass man hangparallel Streifen anlegt, wo dann Wertholz zum Beispiel noch erzeugt wird, wo man dann die Abflussbildung an den Hängen auch reduzieren kann. Also mir fehlen noch so ein paar konkrete Bilder zu dem, was Sie allgemein angesprochen haben. Vielleicht konzentriert, danke, konzentrieren Sie sich auf die letzte Frage, die finde ich besonders wegweisend. Ja, es waren ja vier Fragen. Da fange ich wie gewünscht bei den Agroforstsystemen an. Man muss das ein bisschen differenziert sehen. Das ist genauso wie Agri-Photovoltaik derzeit und Humus-Zertifikate, auch Agroforst oder das Heilmittel für alles. Man muss immer schauen, wo befinde ich mich. Wenn ich in Bernburg in Sachsen-Anhalt bin und die Agroforstsysteme da sehe, dann sind das Schläge, die sind 50 Hektar groß, 100 Hektar groß. Da fällt es relativ leicht, dort Streifen von 30, 40 Metern mit Agroforstsystemen anzulegen. Wenn Sie sich hier im Sohnwald umschauen, ich wüsste nicht, wo man hier noch sinnvoll in eine landwirtschaftliche Nutzung integriert Agroforstsysteme etablieren könnte. Da bin ich schon froh, wenn wir da, wo es abflussmindernd notwendig ist, dann eine Streifenwirtschaft, wie Sie es gesagt haben, oder einen dauerhaften Bewuchs haben oder mindestens am Hangfuß oder am Gewässer oder am Wegen Bewuchs haben. Aber ich glaube, dass das Thema Agroforst hier in unserer kleinstrukturierten Landwirtschaft nicht ein Ergebnis sein wird, weil es muss sich letztendlich ja auch ökonomisch rechnen. Sie haben auf den Flächen, die Sie mit Agroforstpflanzen, bepflanzen, keinen unmittelbaren Ertrag, der sich im Deckungsbeitrag auswirkt. Im Gegenteil, wenn Sie mir überlegen, das sind ja dann auch keine billigen Pflanzen, die da gepflanzt werden. Das ist erst mal ein ziemlich hoher Aufwand und es ist ziemlich unklar, wie der Aufwuchs dann verwertet und genutzt werden kann. Also der ökonomische Ertrag, das ist auch, wenn ich die Betriebe in Sachsen-Anhalt sehe, die sagen, ja, das rechnet sich nicht, aber ich mache es, weil ich es für sinnvoll halte. Und das ist dann gerade in so einer kleinstrukturierten Landwirtschaft, wie wir hier sind, ein Problem, sowas als allgemeine Lösung anzusehen. Also ich bin bei Agroforst sehr skeptisch und Beregnung und Bewässerung können wir vielleicht, wenn Ihnen das wichtig ist, in der Pause diskutieren. Wir sind da gerade, die Frau Haas ist ja auch da von der Flurbereinigung. Wir waren ja eigentlich immer dabei, Flächen zusammenzulegen, damit die Flächen größer werden. Und wenn wir mal einen Schlag von 10 Hektar haben hier in Rheinland-Pfalz, das ist schon super. Ich schlage vor, Sie schalten sich in der Pause gleich noch mal kurz. Herr Kronel hat viele Erfahrungen mit Agroforstsystemen. Ich denke, der Austausch wäre froh. Okay, gerne. Und Bewässerung und Beregnung können wir dann auch beim Mittagessen, wenn Sie möchten. Ja, ich sehe, alle sind frisch zurück aus der Mittagspause und ich habe mal hier was mitgebracht, so einen Schwamm. Wir hatten ja schon die Schwammstadt. Ich hoffe, wir haben auch den Schwamm bald. Im Jahr 2003, da war es wochenlang über 35 Grad. Ich war damals in Mainz damit beschäftigt, die Tagung des Deutschen Forstvereins vorzubereiten. Und das war so heiß, dass im Haus des Deutschen Weines wurde als Gag Glühwein ausgeschenkt. Das war der DPA tatsächlich eine Meldung wert. Glühwein bei wochenlang 35 Grad plus. Ich konnte nicht mehr schlafen nachts, habe mich einmal dann im Hilton eingemietet. Die hatten eine Klimaanlage, damit ich einmal wieder durchschlafen konnte. Und dann haben wir eins gemacht, weil das so in den Köpfen auch der Menschen war. Dann haben wir geguckt, wie können wir Aufmerksamkeit für so eine Fachtagung gewinnen. Dann haben wir unter anderem, neben 1000 Wanderschuhen von Meindl und so weiter, da haben wir auch 1000 Badeschwemme in die Bäume gegangen, in die Stadtbäume in Mainz und haben die nachts angestrahlt. Und das war schon ein sehr starkes Symbol. Und das war 2003 in der Folge. In den nächsten Jahren hat sich Landesforsten auch immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Hinten von Ihnen aus gesehen ganz rechts hinten sind zwei Rollups aus dem Jahre 2013. Da haben wir den Geburtstag des Begriffs Nachhaltigkeit gefeiert. Das sind zwei alte Rollups, wo gerade Wald und Wasser thematisiert worden sind. Also da war das auch ein Thema. Und immer wenn man sich jetzt so umschaut, wer ist kompetent in Fragen Wald und Wasser, dann landet man ganz schnell bei unserem Referenten Professor Schüler im Jahr 2007. Das erinnere ich noch, kam Varela raus. Da geht es um Wasserrückhalt durch vorsorgende Landnutzung, schon vorsorgend, nicht Schutz. Super. Und das Tolle ist, in der jetzigen Betriebszeitschrift, eine der letzten Nummern des letzten Jahres, da haben wir mal so eine Rubrik fünf Fragen an einen Menschen bei Landesforsten. Und die gingen an Professor Schüler. Fünf Fragen natürlich ausgelöst auch durch Ahrweiler, das schreckliche Ereignis. Und da habe ich mich gefreut, dass das auch in der Fortbildung bei Landesforsten jetzt etabliert werden soll. Im Jahr 2022 sollen die Erkenntnisse aus dem Projekt erneut in Seminaren für die forstliche Praxis aufgegriffen werden. Also man sieht, das Thema ist doch auch bei Landesforsten schon ganz gut verankert. Und wir kommen jetzt zum dritten Teil des Tages der Forschung. In der ursprünglichen Planung gab es so zwei Titel aktuelle Forschungsansätze zum Wasserrückhalt im Wald war das eine. Und dann die zunehmende Bedeutung der Forsthydrologie im Klimawandel. Professor Schüler liefert uns jetzt hier ein Cuvée von beiden Themen, ein Kombipack. Und ich bin gespannt auf den Vortrag. Dankeschön. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einleitung und die zunehmende Bedeutung. Also Bedeutung hatte die Forsthydrologie eigentlich schon immer. Ich gehe jetzt ein bisschen darauf ein, wieso es die zunehmende Bedeutung ist. Und ich werde darüber sprechen über Forsthydrologie und Klimawandel. Klimawandel ist eben auch schon angesprochen worden. Deswegen kann ich über manche Darstellungen eben schneller hinweggehen und auch die Bedeutung der Landnutzung. Mein Vorredner hat hier schon Grundlagen geschaffen, sodass wir auch da schon direkt tiefer einsteigen können. Und dann kommen wir zu der Phase, wo Sie auch schon haben gesagt 2003. Jahr 2003, wir hatten auf einmal Klimawandel, war auf einmal bemerkbar geworden. Und das will ich auch hier zeigen, was, wie sich der Klimawandel auch im Wald bemerkbar macht, in der Mikro-, in der Makroskale. Und wir kommen dazu zu sprechen zu den Ökosystemleistungen oder Ökosystemdienstleistungen, die der Wald erbringt. Und gleichzeitig dann eben auf dem Bereich, der so mehr praxisnah ist, vorbeugender Wasserrückhalt gegen Hochwasser und Sturzflutgefahr und pro Grundwasserneubildung. Das lässt sich nicht auseinander dividieren. Die Forsthyteologie befasst sich mit dem Wasserhaushalt ganz allgemein in Wäldern und insbesondere natürlich mit dem, was von oben runter kommt. Das sind die Niederschläge, Niederschlag, Schnee, den wir leider in der letzten Zeit zunehmend vermissen. Nebelinterzeption, dann die ganze Verdunstungsleistung, Evapotranspiration nennt man das dann wissenschaftlich, die Grundwasserneubildung, die davon abhängt und dem Abflussverhalten. Und zwar Abfluss, Abflussprozesse. Auch da kann ich, hat mein Vorredner eben schon auf bestimmte Prozesse hingewiesen. Und zwar hier in Abhängigkeit von bestimmten Waldtypen. Also wie ist, wie wirkt sich die Baumartenzusammensetzung aus? Wie wirkt sich der Bestandestyp aus? Wie wirkt sich das Alter aus? Und natürlich, weil Wald nicht unbedingt Wald ist, sondern auch mit forstwirtschaftlichen Maßnahmen. Das heißt, wir bewegen uns im bewirtschafteten Wald. Ja, und insbesondere Klimawandel und rezente Waldschäden beeinflussen natürlich ganz stark den Wasserhaushalt. Die Grafik hat mein Vorredner auch schon gezeigt. Ich finde sie einfach nur schön, weil sie zeigt, dass der, dass die Menschen sich die Erde untertan machten. Das heißt, dass ursprünglich von Landschaft geprägte, ausgedehnte Wälder meandrierende Flüsse hatten. Und dass wir Überschwemmungsgebiete, natürliche Überschwemmungsgebiete in der Landschaft hatten. Und dass dann der Mensch eben zunehmend durch die Landnutzung eingegriffen hat. Und der Effekt, den wurde eben schon mal dargestellt. Der zeigte sich ja dadurch, dass eben diese Abflusspeaks und ich will speziell auf diese Peaks eingehen. Denn das ist das, was uns eigentlich draußen berührt, wenn wir über Sturzfluten oder sonstiges sprechen, dass die beschleunigt werden und in kürzerer Zeit ablaufen. Und wenn wir draußen im Wald wirtschaften als eine der Ökosystemdienstleistungen, die wir erbringen, dann sollten wir uns überlegen, dass künstlich abfließendes Wasser, Hochwasser ist eigentlich eine natürliche Erscheinung, aber künstlich durch uns forciertes abfließendes Wasser wieder in den Wald zurückleiten, bevor es so richtig Fahrt aufnimmt. Denn im Wald brauchen wir das Wasser und in den Vorflutern gerade diese Peaks verursachen eben die entsprechenden Schäden. Klimawandel, je nachdem wie sich der auch die Grafik hatten wir schon gesehen, die Entwicklung der Temperatur, je nachdem wie sich der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen entwickelt, sprechen wir von der Jahresmitteltemperaturerhöhung von 1 bis 4,5 Grad Celsius. Und in dieser Spanne müssen wir auch denken. Also wir müssen praktisch in dieser gesamten Spannbreite denken, wenn wir Maßnahmen auch gegen im Prinzip Vorsorgemaßnahmen ergreifen wollen. Was kann denn draußen im Wald passieren? Wir müssen auch überlegen, wie sich solche extremen Wetterereignisse auswirken können, wie sich Dürre und Starkregen in Zukunft dann auch weiterentwickeln. Die höheren Temperaturen, jeder sagt, höhere Temperatur ist ja ganz angenehm, da kann ich mich eben sehr schön draußen auffallen, aber das bewirkt natürlich auch eine erhöhte Verdunstung. Und diese erhöhte Verdunstung verbraucht natürlich wieder Niederschlag. Und dadurch entwickelt sich natürlich auch durch diese Verdunstungsleistung eine erhöhte Bodentrockenheit. Sie kennen vielleicht diese Dürrekarten, die von Leipzig da entwickelt wurden und immer wieder aufgezeigt werden. Und das liegt im Prinzip auch daran, dass die Winter dieser Schläge nicht mehr ausreichen, um das jeweilige Wasserdefizit der Vorjahre vollkommen auszugleichen. Und im Sommer fallen dann Regenereignisse, die oft als Extremereignisse fallen. Und auch das hat mein Vorredner gezeigt, dass diese Extremereignisse natürlich auf ausgetrocknete Böden fallen. Die Böden wirken dann eher hydrophob und dann haben wir natürlich einen Oberflächenabfluss, aber keine Tiefensickerung. Das Wasser reicht also nicht mehr aus, um die pflanzenverfügbare Feldkapazität aufzufüllen. Es gibt nicht mehr genügend Wasser für die Grundwasserneubildung. Auch da hatten wir schon mal leicht reingehört. Und wir haben häufig in zu kurzer Zeit zu viel Wasser. Das heißt also, das Wasser übersteigt die Infiltrationsleistung in die Böden und verursacht damit Sturzfluten, Erosion, Erdrutsche nach solchen sindflutartigen Regenfällen. Die Wälder leiden natürlich auch darunter. Hier sehen Sie so eine Darstellung, die zeigt, wie die Feldkapazität eben beeinflusst wird durch diese Austrocknung. Sie sehen hier unten, das ist im Prinzip die Feldkapazität, die nicht mehr als pflanzenverfügbares Wasser vorliegt. Im gelben Bereich ist das Wasser nur noch sehr eingeschränkt für die Pflanzen zu gebrauchen. Der grüne Bereich ist das, was wir so als Feldkapazität bezeichnen. Und Sie sehen, dass wir in den Sommermonaten zunehmend in den Bereich reinkommen, wo die Pflanzen überhaupt kein Wasser mehr haben. Je nachdem, wie lange diese Trockenperiode hält, haben wir dann natürlich auch Schäden an den Bäumen zu verzeichnen. Das ist also eine Phase, wenn Sie die letzten Jahre sehen, die wir regelmäßig immer wieder erreichen. Bei den unterschiedlichen Baumarten, Buche, Douglasie, Mischbestand, die hier aufgezeigt sind, im Pfälzer Wald hier als Beispiel, die wir hier darstellen können. Wie sieht sowas aus? Wir hatten jetzt ein Projekt für den Pfälzer Wald, haben wir das durchgeführt. Wir planen sowas im Rahmen dieses Landesprogrammes Klimawahl 2100 auch für andere Bereiche hier in Rheinland-Pfalz durchzuführen. Es ist also so, dass wir zum einen natürlich, Sie können es hier oben sehen, Säulwettnis. Also das ist praktisch die Bodentrockenheit oder die Bodenfeuchte und die Perkulation. Grün ist im Prinzip die Bodenfeuchte, die blaue Linie ist die Tiefenperkulation. Und Sie sehen, dass wir beide in den letzten 20 Jahren 2000 bis 2020 ja im Prinzip abnehmende Verhältnisse haben. Das heißt also, die Bodenfeuchte geht zurück, die Bodentrockenheit nimmt zu und auch die Tiefenperkulation nimmt ab. Wie sieht sowas aus? Wir haben das dann mit Klimaprojektionen unter des Kompetenzzentrums für Klimafolgenforschung, haben wir es aufgezeigt für die nächsten 100 Jahre. Hier ist jetzt mal eine Phase von 2097 bis 99 gezeigt. Diese Bodentrockenheit, die hier aufgezeigt ist oder Bodenfeuchte, die wir hier aufgezeigt haben, geht zurück. Die Bodenfeuchte, Bodentrockenheit nimmt zu, ganz deutlich nimmt sie zu, um etliche Liter. Das heißt also, hier haben wir simuliert, eben im Prinzip um die 100 Liter geht die Bodentrockenheit zurück und gleichzeitig dehnt sich auch diese Trockenphase aus. Das heißt also, die Trockenphase wird länger und stärker ausgeprägt. Die Auswirkungen konnten wir in den letzten drei Jahren sehen, 2018, 19 und 20. Das heißt also, die Trockenheit und die Hitze führten zum Tod oder zumindest mal zur Vitalitätsschwächung bestimmter Bäume. Geschwächte Bäume sind dann wieder anfälliger gegenüber Schaderregern und die höheren Temperaturen begünstigen natürlich eher die Schaderreger als die Bäume. Und das führt dann natürlich zu solchen Stresssituationen, wie wir sie hier an diesen Alpbuchen erkennen können. Auch typisch diese jungen Buchen können damit noch zurechtkommen. Das heißt also, wir haben immer noch die Chance, dass sich natürlich junge Bäume auch über den Längenzeitraum anpassen, möglicherweise nicht mehr in der gleichen Baumhöhe, denn die Bäume müssen ja das Wasser aus dem Boden nach oben ziehen. Aber es sieht eigentlich für diese Naturverjüngung durchaus noch so aus, dass wir eine Zukunft aufzeigen können. Die Wälder sind natürlich ambivalent. Einmal sollen sie Ökosystemdienstleistungen für das Wasser erbringen, Schutzleistungen für Wasserressourcen erbringen. Zu anderen ist ihre eigene Vitalität geschwächt dadurch, dass weniger Wasser zur Verfügung steht. Und angesichts der Prognosen zum Klimawandel und muss der Wasserkreislauf der Wälder natürlich dann neu bewertet werden, auch in der forstlichen Planung, in den Maßnahmen, die wir ergreifen. Und der Wald muss auch an Risiken angepasst werden, um eben dieses Ausmaß, das wir für die Zukunft noch gar nicht genau beziffern können, eben hier durchaus gewappnet zu sein. Das heißt also, wir sollten möglichst versuchen, solche Decisions of no regret, also Entscheidungen zu treffen, die wir später nicht bereuen müssen. Wie sieht es aus in der Makroskale? Ich sagte eben, bestimmte Baumarten werden leiden, bestimmte Waldgesellschaften werden leiden. Das heißt also, werden die Vegetationsperioden deutlich trockener und mit höheren Temperaturen. Dann wird wahrscheinlich eine der Baumarten, mit denen wir sehr gut arbeiten hier, das sind die Buchen. Wir sind in Buchenwaldgesellschaften hier. Die werden wahrscheinlich etwas zurückgedrängt durch andere Waldgesellschaften. Bei uns zum Beispiel drängt die Eiche als Lichtbaumart in die in die Dominanz der Schattbaumartbuche ein. Das sind auch Studien, die zeigen im Balkantüben. Die Nemcklim-Studien haben genau das in den Karpaten, haben gezeigt, dass solche Prozesse stattfinden. Das heißt also, wir werden auch bei uns damit rechnen müssen, dass die Buche sich in höhere Lagen zurückzieht, in höhere und feuchtere Lagen zurückzieht, da wo der Verdunstungsanstoß nicht ganz so groß ist und dass dann eben andere Waldgesellschaften hier nachfolgen und in die Buchenwaldgesellschaft vordringen. Das sind dann solche makroskaligen Effekte, die wir hier verzeichnen. Kommen wir auf diese Ökosystem-Dienstleistungen. Wichtig ist natürlich, dass wir viele Ökosystem-Dienstleistungen gleichzeitig erfüllen. Und das ist auch ganz wichtig. Holzproduktion ist zum Beispiel eine ganz wichtige Ökosystem-Dienstleistung, wenn wir sagen, wir wollen nach wie vor einen umweltfreundlichen Rohstoff erzeugen. Gleichzeitig haben wir natürlich andere Ökosystem-Dienstleistungen, Wasser. Das heißt also, wir haben bereitstellende Dienstleistungen, die wir hier gleichberechtigt nebeneinander erfüllen wollen. Holz und Wasser und so weiter. Regulierende Dienstleistungen, das wäre dann zum Beispiel Hochwasser- und Erosionsschutz oder wir hatten eben gesagt Begegnung der Risiken, die dadurch entstehen. Und wir haben unterstützende Dienstleistungen, das ist dann Biodiversität, Bodenbildung und diese kulturellen Dienstleistungen, also unserer touristischen Ansprüchen, dass der Wald auch dem entsprechend genügt. Kommen wir auf das Wasser, Grundwasser Neubildung. Wie sieht sowas aus? Das heißt also, ich habe hier mal aufgelistet. Das ist jetzt für den Pfälzer Wald. Ich sagte, wir werden das Gleiche nochmal machen für andere Regionen hier in Rheinland-Pfalz. Und wir sehen hier, wir haben eine stabile Phase der Grundwasser Neubildung für den Pfälzer Wald berechnet. Damals, Pfälzer Wald ist also eines der bedeutendsten Grundwassergebiete, die wir hier haben. Grundwasser Bildungsgebiete. 286 Millimeter pro Jahr zurückgegangen in der Zeit von 2011 bis 2020 schon auf 178 und das wird sich auch auf lange Zeit in dem Bereich bewegen. Sie sehen also hier auch die Grundwasser Neubildung nochmal für 2010 bis 20 die Phase und für die Phase 1961 bis 71. Das heißt also, die Grundwasser Neubildung ist deutlich zurückgegangen. Interessant ist, dass wir, wenn wir uns überhaupt nicht ökologisch oder überhaupt klimawandel angepasst verhalten, dass wir im Prinzip so weiterleben wie bisher mit erhöhter Temperatur, dass es dann zu einem Kipppunkt kommen kann. Das heißt also, dass tatsächlich so viel Wasser wieder über den Meeren verdunstet wird, dass die Winterniederschläge diese Wasserdefizite ausgleichen, dass wir dann, wenn wir uns überhaupt nicht ökologisch verhalten, dass wir dann auf einmal tatsächlich wieder in Grundwasser Neubildungsraten kommen wie 1991 bis 1990. Ich würde sagen, ist ja ganz toll, nur das sind natürlich chaotische Verhältnisse und ein chaotisches Verhältnis kann man nicht nachweisen. Ich habe eben gezeigt, gleichzeitig mit dieser erhöhten Grundwasser Neubildung, die dann unter schlimmsten Verhältnissen angezeigt werden könnten, haben wir eine ganz starke Bodentrockenheit. Das heißt also, der Wald oben drüber stirbt ab, obwohl wir mehr Wasser im Grundwasser haben. Das liegt daran, dass eben die Grundwasser Neubildung ja überwiegend im Winter stattfindet und im Prinzip im Sommer alles Wasser trotzdem verdunstet und wir nach wie vor mit ganz starker Bodentrockenheit zu rechnen haben. Die Zukunftsprojektion zur Grundwasser Neubildung. Das heißt also, ich habe hier auch mal errechnet, wie sieht diese Grundwasser Neubildung aus für das Jahr 2030 bis 50 und für 2071 bis 90. Und wir sehen also hier, dass diese dieser Umkehrpunkt sich durchaus abzeichnet. Das heißt also, die Baseline, das ist die Phase von 1960 bis 90, die wird im Prinzip nur in einzelnen Fällen überschritten. In der Regel liegt das gesamte Bandbreite, der Spannbreite liegt deutlich unter der Grundwasser Neubildungsrate, die wir in der Phase 61 bis 90 verzeichnet hatten. Ja, dann kann man natürlich sagen und das zeichnet sich jetzt schon ab, dass der Kampf ums Wasser begonnen hat. Die Wälder beziehen natürlich das Wasser zum Überleben aus den oberen nicht gespannten Grundwasser Leitern. Aber sowohl die Wasserversorger nehmen natürlich Wasser aus tieferen Bereichen, als auch die Landwirtschaft nimmt Wasser aus tieferen Bereichen zur Bewässerung der Kulturen. Und die meisten Grundwasser Leiter sind natürlich über solche hydraulischen Fenster miteinander verbunden. Das heißt auch tiefere Grundwasser Leiter werden irgendwann in den werden irgendwann betroffen sein von der geringeren Grundwasser Neubildungsrate. Die Bäume können dann unter Trockenstiss geraten, sterben sogar daran und wir entnehmen trotzdem noch aus tieferen Bereichen Grundwasser, was dann im Prinzip die Situation nochmal wieder verschärft für die Bäume, für die Waldgesellschaft, die oben drauf wächst. Die Frage ist einfach nur, wir merken das natürlich im Augenblick weniger oder allenfalls, dass eben diese Grundwasser Leiter natürlich die Grundwasser Pegel natürlich absinken. Und da ist natürlich ein Zeitlag dazwischen. Das heißt also, es kann durchaus mal ein Zeitlag von 30, 40 oder gar 100 Jahren sein, bis die tiefen Grundwasser Leiter davon richtig betroffen werden. Und dann steht eigentlich die Frage im Raum, wie lange dauert es, bis die Menschen kein Wasser mehr haben oder bis die Landwirtschaft kein Wasser mehr hat, wenn oben die Bäume schon unter Wassermangel leiden. Und das ist ein Prozess, der dann auch nicht einfach so umzukehren ist. Man könnte sagen, bohren wir halt tiefere Brunnen und dann kriegen wir das Wasser immer noch raus oder sowas. Aber das ist im Prinzip natürlich eine ganz starke Hypothek, die wir mit in die Zukunft nehmen. Sie hatten eben schon darauf hingewiesen, dass wir schon 2007 auf diese ganze Problematik hingewiesen haben, haben wir auch veröffentlicht und Sie können hier auch im Prinzip diese Maßnahme sehen. Dezentraler Wasser rückhaltender Landschaft durch vorbeugende Maßnahmen der Waldwirtschaft, aber auch der Landwirtschaft und Siedlungswirtschaft. Auch das hatten wir eben schon mal besprochen. Es reicht nicht aus, wenn wir im Wald alleine wirtschaften, sondern wir brauchen die Kooperation zwischen den einzelnen Landnutzern, um eben hier zum Beispiel die Entstehung von Sturzfluten, um hier Risiken zu begegnen oder auch um die andere Seite, um zum Beispiel die Grundwasserneubildungsrate durchaus in einem erträglichen Maß zu erhalten uns. Der Starkregen und Sturzfluten, wie kommt es zu solchen Sturzfluten? Und zwar, das hatten wir eben auch schon mal angesprochen, nach solchen Trockenperioden, die in Zukunft auch zunehmen werden, also durch diese erhöhte Temperaturen, die wir haben. Das sind hier die Tage, der ohne Niederschlag aufgezeigt. Also die Bandbreite nimmt auf jeden Fall gegenüber heute zu. Das heißt also, die Böden trocknen stärker aus, bekommen so eine Art hydrophobes Verhalten. Das sind solche, die einzelnen Bodenbestandteile werden mit organischen Coatings behaftet und dadurch werden die Böden hydrophob. Niederschlagsereignisse, die dann fallen, können nicht direkt in den Boden eindringen, sondern fließen oberflächlich ab. Das sehen wir hier unten auch, diese Niederschlagsverhältnisse. Das heißt also, diese Tage mit richtigen Starkniederschlägen, die werden wahrscheinlich auch zunehmen. Das heißt also, wir bekommen stärkere Einzelniederschläge. Wir hatten auch heute Morgen schon gehört, dass diese stärkeren Einzelniederschläge sich länger an einem Ort halten, dass mehr Wasser an einem Ort runterkommt, fällt auf erstmal hydrophoben Boden. Das heißt also, das Wasser fließt schon mal in einem ersten Peak ab oberflächlich. Wenn dann der Boden, wenn das Wasser dann in den Boden einsickert, dann haben wir es nachher mit einem Sättigungsoberflächenabfluss zu tun, weil nach einer bestimmten Wassermenge, die wiederum von der Feldkapazität abhängt, ist der Boden aufgefüllt. Und dann habe ich bei lang anhaltenden Niederschlag geeignet sind auch gleichzeitig die nächste Welle, die hier erzeugt wird und die dann im Prinzip den Oberflächenabfluss speist. Wir haben also hier dann auch die das Modell mal angewendet. Wie sieht sowas aus in Zukunft, wenn der Oberflächenabfluss in den Klimaprojektionen abnimmt? Und Sie sehen auch da in der Zukunft steigen insbesondere diese Spitzenabflüsse werden ganz stark einsteigen. Hier 2071 bis 90, hier 2030 bis 50. Auch hier haben wir ganz starke Spitzenabflüsse und das ist die Baseline, wie sie 1960 bis 91 war. Hier ist die Baseline liegt hier. Das heißt also, wir werden ein zunehmendes Risiko von stark Regen und gleichzeitig Sturzfluten bekommen. Und zwar das hier auf einem Standort, der äußerst günstig hydrologisch darstellt. Das ist also der Sandstein, der Bundsandstein des Pfälzer Waldes. Man kann sich vorstellen, wenn ich dann auch staunende Böden, die eben auch schon mal angesprochen wurden, hier vorhanden habe, dass die Situation sich entsprechend verschärft. Was bewirkt nun der Wald? Wir haben schon einiges jetzt. Jetzt kommen wir tatsächlich zum Wald. Der Wald hat natürlich eine Wirkung dadurch, dass alleine der Wald existiert mit einem Kronendach. Und zwar wird hier im Wald wird dann natürlich diese Niederschlagsenergie oder die Energie, die Fallenergie der einzelnen Tropfen gebrochen. Das heißt also, die Wälder mindern natürlich bei starken Niederschlägen auch die Fallenergie. Das heißt, diesen Splash-Effekt, den habe ich schon mal nicht. Wir haben gleichzeitig unter dem Wald natürlich einen Boden, der noch ein relativ intaktes Porensystem hat. Und dieses Porensystem sorgt dafür, dass die Infiltrationsleistung deutlich günstiger ist. Das heißt also, wenn wir sagen, wir schützen unsere Waldressourcen, dann ist das untrennbar auch mit Bodenschutz verbunden, um eben diese Bodenfunktionen der möglichen Infiltrationsleistung aufrechtzuerhalten. Das ist also die günstige Wirkung des Waldes. Und jetzt komme ich zu einem anderen Bild. Wald ist nicht gleich Wald. Wald wird auch bewirtschaftet. Und wir haben zwar hier in natürlichen Systemen haben wir diese günstige Wirkung des Waldes mit Infiltration. Aber wir haben natürlich hier auch lineare Infrastruktureinrichtungen. Das sind Waldwege. Das sind wegebegleitende Gräben zu Waldwege. Das sind zum Teil Drainagesysteme. Und das sind natürlich auch diese Befahrungslinien für maschinelle Holzernte und Vorlieferung. Und auch da wollten wir wissen, wie wirkt sich sowas aus? Das ist jetzt die Auswirkung, die forsthyteologische Folgenabschätzung für das Waldwegenetz, wie es zurzeit im Pfälzer Wald sich darstellt. Also es ist mit den realen Daten gerechnet. Und Sie können sehen, dass wir Spitzenabflüsse haben, die jetzt Oberflächenabfluss gesehen um die 200 Prozent, 200 Prozent, 130 Prozent der Normalabflüsse haben gegenüber dem, also wenn ich den Wald modelliere, ohne Waldwege. Also diese rote Linie ist praktisch mit Wald, mit dem vorhandenen Waldwegenetz. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch hier diese Spitzenabflüsse, immer wieder diese Peaks, 110 Prozent, die im Prinzip in die Vorfluter landet, also der Streamflow, den wir haben. Das heißt also, wir haben allein durch das Wegenetz ganz extrem gesteigertes Risiko, dass eben hier das Wasser zu Sturzfluten führen kann. Wie sieht sowas aus mit der Befahrung von Maschinen? Auch hier haben wir gesehen im Pfälzer Wald jetzt, dass auf den Sandstandorten, das Bild zeige ich Ihnen gar nicht, da habe ich überhaupt keine Effekte gesehen, auf den Sandstandorten im Pfälzer Wald hat sich im Prinzip kein Effekt gezeigt, dass wir erhöhte Oberflächenabflüsse haben. So wie aber Lehm oder Schluff in den Böden vorhanden war, ließen sich die Böden tatsächlich so stark verdichten, dass wir auf einmal Spitzenabflüsse haben und die Zahlen sind nicht verkehrt, 3000 Prozent. Also die Oberflächenabflussintensität nimmt immens zu, dadurch, dass wir hier auf unseren Befahrungslinien entsprechende Verdichtungen haben auf lehmigen und schluffigen Standorten. Tonige Standorte gibt es im Wald kaum, aber lehmige und schluffige Standorte und auch der Wasserertrag, das heißt also der Abfluss in die Vorfluter beträgt 500 Prozent, 600 Prozent und hier 1000 Prozent. Das heißt also extreme Zunahme von Abflüssen aus unserem Rückegassennetz auf die Fläche. Natürlich hier auch immer wieder gerechnet dadurch, dass die natürlich das Wasser von den Rückegassen in die Wegebegleitgräben und von den Wegebegleitgräben in die nächsten Vorfluter gelangen kann. Ja, wie kann die Forstwirtschaft jetzt darauf reagieren? Ich sagte, wir wollten Ökosystemdienstleistungen erbringen. Das heißt also, die wesentliche Situation ist, dass wir Abflussspitzen verhindern oder verzögern müssen. Zum einen durch den Waldbau. Ich kann die Niederschlagsenergie, die Fallenergie der Regentropfen brechen. Durch Bodenschutz, wenn ich einen Boden schütze, kann ich auch die Infiltration fördern. Gräbenwege und Feinerschließung, da muss ich versuchen, den Linienabfluss zu vermeiden und den Abfluss wieder in die Fläche zurückzuleiten, denn der Wald braucht das Wasser. Wir brauchen diese Oberflächenabflusspeaks nicht irgendwo in den Ortschaften. Und Förderung von Retentionsräumen. Wir haben natürlich auch Täler, sowohl bewaldete Täler, auch andere Täler. Aber das ist eigentlich das Wasser, wo sich früher auch das Hochwasser verteilt hat. Und genau diese Retentionsräume brauchen wir. Das heißt also, hier müssen wir das Oberflächenwasser räumlich verteilen, dass es da auch wieder abgebremst wird, sodass es nicht zu einem Abflusspeak kommt, sodass wir diese Sturzflut da vermeiden können. Zum einen kann ich sowas erreichen durch waldbauliche Maßnahmen. Das hatten wir eben schon mal gehört. Einfach nur hier nochmal so ein paar Zahlen. Das heißt also, auf einer Kahlfläche habe ich ungefähr einen Abfluss auf gleichem Standort, vergleichbaren Standorten hier. Das war jetzt hier im Sohnwald gewesen, diese Untersuchungen von 50 Prozent. Und unter Waldfläche hatten wir hier noch 17 Prozent Abfluss. Also ich kann im Prinzip Wasser allein dadurch zurückhalten, dass Wald existiert. Gleiche Untersuchungen hier von Herrn Bott damals auch im Sohnwald durchgeführt mit künstlicher Beregnung, mit einem künstlichen Regenereignis. Und auch da zeigt sich eben, dass diese Spitze dadurch gekappt werden kann, dass ich keine Kahlfläche im Wald zulasse. Soweit es möglich ist, wenn der Borkenkäfer mir das alles erlaubt. Die nächste Maßnahme Wegeprofil. Das Wegeprofil. Wir kennen eigentlich Wege mit tiefen Wegebegleitkrämen, damit die Wege trocken bleiben. Wir müssen versuchen natürlich solche Wege so zu bauen, dass wir ein Rundprofil haben, dass im Prinzip der Weg trocken bleibt. Auch der Unterbau muss entsprechend mit Kopfschlag bearbeitet werden. Aber dass sich kein Weg sammelt, sondern dass das Wasser eigentlich breitflächig verteilt wird. Felser Wegebau sieht so aus, einseitig geneigt. Das Wasser kann abfließen. Ja, wenn es friert und Wasser obendrauf friert, dann fährt da auch kein Abfuhrfahrzeug mehr drüber, was es ja eigentlich soll. Versickerungsmulden relativ häufig anlegen auf der berg geneigten Seite. Denn da sammelt sich immer mal wieder Wasser und dann muss ich sehen, wie viel Wasser kommt denn an. Zur Not auch mal alle 30, 50 Meter so eine Versickerungsmulde entsprechend groß dimensioniert anlegen, damit ich das Wasser sammeln kann. Und ich kann das Wasser natürlich auch immer mal wieder über einen Weg durchleiten, aber möglichst breitflächig. Dann was wäre die Wasserführung. Wasserableitungen wurden traditionell eigentlich immer mit solchen Betondurchlässen gebaut, also diese Dohlen. Aber was heißt das eigentlich? Ich konzentriere erst mal Wasser, dass es zusammenkommt und dann habe ich das konzentrierte Wasser, leite ich dann auf die andere Seite und auch da fließt das Wasser konzentriert raus. Im ungünstigsten Fall sehen wir sogar eine rückschreitende Erosion, dass sich diese Dohle selbst freilegt. Das ist im Prinzip, wenn ich sowas habe, dann muss ich natürlich so viele Durchlässe in den Wegekörper legen, dass sich erst gar kein Wasser sammelt. Haben wir früher nicht gemacht, sondern es wurden einige wenige gebaut, sodass eben das Wasser konzentriert abgeleitet wurde und dann möglichst rasch in den nächsten Vorfluter ging. Noch günstiger ist es, mit Kropfschlag eine Rigole anzulegen, sodass das Wasser gar nicht sich erst sammelt, sondern hier durch diesen Wegekörper durchsickern kann. Da brauche ich gar keine Dohle. Damals, als wir es angelegt hatten, sind jetzt schon 20 Jahre her, war diese Anlage einer Rigole mit halb so hohen Kosten belastet, wie so einen neuen Durchlass zu bauen. Ich kann natürlich auch solche Rigolen im Prinzip auf dem ganzen Waldweg ausdehnen. Das heißt also, wenn ich jetzt den Weg neu bauen würde, würde ich im Prinzip sagen, dann legen wir den ganzen Weg als Rigole an mit einem richtigen Kropfschlag unten drin. Da oben wird natürlich eine schöne Schleißwicht drauf gebaut. Dann kann das Wasser ganz einfach unten durchsickern, ohne die Standfestigkeit des Weges zu beeinflussen und auch ohne den Wasserhaushalt großartig zu beeinflussen. Das ist eine der Möglichkeiten, die wir haben. Die nächste Möglichkeit, wenn ich solche Dohlen habe und ich weiß um die Standfestigkeit des Weges, dann kann ich auch meine Durchlässe ganz einfach reduzieren. Das heißt allerdings im Hochwasserfall, im Sturzflutfall, das Wasser sammelt sich auf der bergseitigen Seite stark an. Das heißt also und hier haben wir natürlich mit Statikern zusammengearbeitet, die uns dann auch die Standsicherheit des Weges gewährleistet haben für bestimmte solche für solche Maßnahmen. Manchmal haben wir dann auch eine Verstärkung eingebaut. Das heißt also das Wasser konnte sich auf der Bergseite sammeln und ist dann im Prinzip über die Holzwand moderat dann abgeflossen, nachdem solche Peakabflüsse stattgefunden haben. Aber auch Sie sehen da, wir haben natürlich auch da hier den Wegekörper entsprechend verstärkt, dass nicht dieser ganze Wegekörper praktisch in einer Flut mit abgeht. Wir hatten eben über die Forstmaschinen gesprochen. Das heißt also zum einen, wir haben ja die Vorgabe bei uns, dass wir natürlich schwere Forstmaschinen einsetzen, aber nur auf festen Linien. Das heißt also diese Linien haben so einen Abstand von 40 Meter ist der Regelabstand. Das heißt aber, ich habe immer noch 13,5 Prozent der Fläche im Prinzip verdichtet, der Gesamtwaldfläche verdichtet. Wenn wir weiterhin Forstmaschinen einsetzen, müssen wir neueste Technik, neueste bodenschotende Technik einsetzen. Auch da sind wir bei uns in der Forschungsanstalt zurzeit haben wir einigen Forschungsprojekten laufen und wir haben auch einen weiteren Antrag gestellt, um solche neueste Technik eben zu untersuchen. Es gibt da durchaus erfolgverschwächende Ansätze. Wenn wir Maschinen einsetzen, müssen wir allerdings berücksichtigen, dass Bodenschäden in den Rückegassen vermieden werden durch zum Beispiel auch andere Möglichkeiten. Das wäre zum Beispiel die Seilkrantechnik. Nur ist es natürlich ein erhöhter Kostenaufwand und da muss man abwägen, wie viel Technik kann ich mir erlauben, wie viel Mehrkosten kann ich mir erlauben, um solche Schäden zu vermeiden. Sehen Sie sich das nächste Bild an. Wir haben ein Handbuch für die Walderschließung von Landesforsten. Da steht eben drin, die technische Befahrbarkeit einer solchen Linie ist nicht mehr gegeben und damit sollte diese auch gar nicht angelegt werden. Bei Boden Strukturveränderungen mit plastischen Fliesen, bei stehendem Wasser in der Fahrspur, bei Erosion. Ich würde mal sagen, dass es Erosion bei Beeinträchtigung der Waldästhetik. Erosion und damit Oberflächenabfluss muss also grundsätzlich unabhängig von Holzerntemaßnahmen entgegengewirkt werden. Bevor solche Bilder erscheinen, dann muss ich versuchen, eben auch auf solchen Rückegassen, nicht nur beim Waldwegebau, auch auf den Rückegassen solche Spurgleise zu beseitigen und natürlich diagonale Wasserabfleitungsmulden in den Wald anzulegen, sodass ich das Wasser wieder auch von den Rückegassen entsprechend im Wald verteilen kann. Dann da, wo ich das Wasser auch benötige, aber nicht in den nächsten Vorflug dann. Eine andere Sache, Hangmoore, die ja hier im Hunsrück besonders häufig vorkommen. Ich habe Ihnen hier mal aufgelistet aus einem anderen Projekt, Waldmoorbilanz, das wir durchgeführt haben. Wie verhält sich der Wasseraushalt in so einem Hangmoor? Ein gestörtes Hangmoor hat auch hier diese Peakabflüsse, die wir hier sehen können und aus einem renaturierten Hangmoor habe ich einen gleichmäßigen Wasserabfluss. Klar, aus einem Hangmoor fließt Wasser raus, das wollen wir auch gar nicht verhindern, aber der Abfluss ist gleichmäßig und nicht als Peak ausgebildet. Und diese Peaks, das ist ja das, was uns richtig weh tut und nicht dieser gleichmäßige Abfluss. Das heißt also, unabhängig von den Niederschlagsereignissen, das waren diese gleichen Niederschläge, sehen Sie, dass hier der Abfluss gleichmäßig ist, aber eben nicht als Peak ausgebildet. Wir kommen zu den Bachmull, zu den Bachauen. Wir haben auch Bachauen im Wald. Das heißt also, diese Bachauen müssen im Fall von Sturzfluten Oberflächenwasser aufnehmen können. Das heißt also, das Wasser muss ich, wenn so ein Oberflächenabflusspeak kommt, das muss er sich verteilen können. Im Prinzip, dass ich den Peak eben verzögere und auch verteile im Wald. Das heißt also, dass ich spitzen Hochwasserwellen brechen kann. Und das lässt sich daraus machen, indem ich die natürliche Struktur von Waldbächen zulasse, möglichst keine Kanalisierung zulasse, sondern dass ich hier dem Bach erstmal Platz gebe, dass er meandrieren kann. Und dass ich natürlich hier eine angepasste Vegetation im Bachbett in der Talauer habe. Nun muss man immer wieder sehen, das ist heute Vormittag auch schon mal angeklungen. Es gibt keinen absoluten Schutz. Und das zeigt sich auch hier in den Maßnahmen. Das heißt also, je mehr Maßnahmen ich ergreife, umso eher kann ich eben hier diese Wiederkehr, Hochwasserwiederkehr eben nach unten drücken. Das heißt also, ich kann durchaus für kleinere Ereignisse hier Wasser zurückhalten und solche Peaks brechen. Es kommt irgendwann natürlich dann die Phase, wo so viel Wasser tatsächlich hier aus so einem Einzugsgebiet herausläuft, dass ich wieder im Prinzip da bin, dass hier auch technische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Das heißt also, dann sind wir wieder bei denjenigen in der Siedlungswirtschaft, dass wir sagen, wir können nicht auf jegliche Rückhaltebecken und so weiter verzichten, um eben Gebiete zu schützen oder dass wir sagen, die Siedlungsplanung muss insoweit berücksichtigen, dass da eben kein Wohngebiet oder kein Industriegebiet hinkommt, da wo eben so ein Abschluss zu erwarten ist. Ja, und dann komme ich eben zu dem, was wir schon angesprochen haben. Forstwirtschaft steht nicht alleine. Wir brauchen natürlich das Wasser. Wir brauchen das Wasser für die Wasserversorgung der Pflanzen. Wir brauchen die Grundwasserneubildung. Wir brauchen die Ergänzung des herkömmlichen Hochwasserschutzes. Aber wir brauchen es alle, also forstliche, landwirtschaftliche und die Nutzung in Siedlungsbereichen bei Verkehrsanlagen. Und ich denke, damit komme ich jetzt zu meiner letzten Folie, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Fragen bestehen und dann bestehe ich natürlich gerne hier zur Verfügung. Ja, Professor Schüler, vielen herzlichen Dank für diesen Kombi Vortrag. Da war alles drin und ich habe gelernt, Wald ist nicht gleich Wald. Also die Botschaft 2003 mit den Badeschwemmen in den Bäumen haben wir untergeschrieben. Wald ist ein Wasserspeicher. Stimmt grundsätzlich. Aber wenn man es differenziert betrachtet, dann kommt man genau zu den Dingen, die Sie gerade vorgetragen haben. Jetzt Feuer frei für eine Diskussion. Zwei Saalmikros sind offen für Sie. Fragen zum Vortrag. Ich habe eine Frage und zwar, wie wirkt sich denn die Grundwasserförderung im Pfälzer Wald auf die Waldentwicklung in den Höhenlagen des Pfälzer Waldes aus? Ich habe den Eindruck, die Grundwasserleute, die Grundwasserförderer interessiert überhaupt nicht, wie es dem Wald oben auf den Hängen geht, wenn sie unten genug Wasser zu fördern haben. Also das kann ich nicht ganz bestätigen, denn wir haben einen ganz guten Draht auch zu den Wasserförderern, ganz einfach, weil die auch wissen, dass sie das Wasser benötigen. Aber die ersten Auswirkungen, die wir haben, ist natürlich gerade Pfälzer Wald ist ein Sondergebiet unheimlich guter Kluft, Grundwasserspeicher und so weiter. Das heißt also, die Bäume merken es früher als unten die Grundwasserförderer. Und dennoch sind wir im Augenblick in der Diskussion mit den Wasserbehörden über die Entnahmemengen, die hier zur Verfügung stehen. Und ich hatte eben so ein Beispiel gezeigt, das ist natürlich durch die Presse gegangen. Der Kampf ums Wasser hat begonnen. Also insofern, wir werden natürlich auch mit den Genehmigungsbehörden, aber auch mit den Wasserversorgern in Kontakt bleiben müssen, um einfach zu sagen, ja, Wasser ist eine endliche Ressource und das ist ganz wichtig. Wasser ist nicht unendlich zu haben. Das heißt also, wir müssen da auch im Prinzip hingehen und sagen, zur Not müssen wir auch diese Entnahmemengen begrenzen. Wobei es ist immer eine ethische Frage. Die ethische Frage ist die, soll ich das Wasser für Trinkwasser begrenzen? Soll ich das Wasser für die Unterstützung der landwirtschaftlichen Nutzflächen, die ja Nahrungsmittel produzieren, begrenzen, damit der Wald weiter lebt? Oder umgekehrt, wenn der Wald oben stirbt, wie lange hat denn die Landwirtschaft oder wie lange haben wir denn noch Trinkwasser? Und das ist die Frage, die wir dann beantworten müssen. Ja, bitte. Sie sprachen, Brotbeck mein Name, Sie sprachen die tiefen Grundwasserleiter an und es wird häufig so dargestellt, gerade von der Industrie, als wären die tiefen Grundwasserleiter oder Speicher eigentlich völlig unabhängig von dem Oberflächenwasser oder von dem normalen Grundwasser. Ist das so, Stichwort Brandenburg, aber auch Stichwort Nationalpark, wo gerade in der Diskussion ist, da die tiefen Grundwasservorräte abzupumpen? Wer hat denn die Trennschicht da eingebaut? Das würde mich mal interessieren. Natürlich, das Grundwasser muss doch von irgendwas gespeichert werden. Das muss doch von oben runter kommen. Und insofern, die Hydrogeologen, die wissen im Prinzip natürlich, dass es hydraulische Fenster gibt. Aber das Problem ist natürlich, dass dieser Zeitlag, das kann durchaus sein, je nachdem, in welchen Tiefen die bohren, dass das Wasser 100 Jahre alt ist. Das heißt also, dann merkt man eben erst in 100 Jahren, dass da unten Wasser fehlt, aber nicht jetzt sofort. Und das ist eben das große Problem. Und da müssen wir darauf aufmerksam machen. Das ist ein Prozess, den wir nicht mehr umkehren können. Natürlich gibt es hydraulische Fenster. Natürlich sind auch Schichten unterschiedlich geneigt. Das heißt also, das Wasser, was jetzt hier oben reinfließt, kann durchaus woanders kommen. Aber auch das tiefe Grundwasser, es gibt ja mehrere Grundwasserstockwerke, auch das Tiefe wird von oben irgendwo gespeist. Ansonsten gäbe es kein tiefes Grundwasser. Danke. Ja, danke. Zwei Fragen vom hinteren Mikro. Ja, ich habe, vielen Dank nochmal für den schönen Überblick. Ich habe zwei Fragen. Einmal, der Wald trägt ja, es ist ja auch Teil einer Wasserbilanz und Sie sind auf die Verdunstung bisher noch nicht eingegangen. Kann man dazu auch was sagen? Wie verträgt der Wald denn auch eben zur Verdunstung und damit vielleicht auch zur Trockenheit bei? Und die zweite Frage, die ich hätte, wird denn schon über Bewässerung nachgedacht, Bewässerung von Wäldern und woher würde dann das Wasser kommen? Also, Wald trägt Verdunstung bei. Klar, Wald verdunstet Wasser. Das ist richtig. Der, ich weiß nicht, Sie kennen ja wahrscheinlich den guten alten Montes, der die potenzielle Verdunstung definiert hat. Und zwar, er hat die ja nicht definiert als potenzielle Verdunstung, also die maximal mögliche Verdunstungsleistung ist eigentlich über einer freien Wasseroberfläche. Er hat sie definiert über einer Grasoberfläche, also einer Rasenoberfläche. Was macht aber Wald oben, wenn das Wasser knapp wird, wie ich es eben gezeigt habe? Der Wald macht die Spaltöffnungen zu. Das heißt also, er verdunstet weniger Wasser als zum Beispiel eine Grasfläche. Denn die meisten Gräser, nicht alle Gräser, die meisten Gräser haben nicht so effektive Spaltöffnungen in ihren Vegetationsorganen. Das heißt also, wenn es trocken wird, reduziert der Wald natürlich auch die Verdunstung. Er hat gleichzeitig ein feuchteres Bestandesinnenklima. Die Situation des Waldes ist also relativ günstig in Bezug auf die Verdunstungsleistung. Die andere Seite wiederum ist die, dass wir im Sommer, die Verdunstung wird ja nicht durch den Wald produziert, sondern das ist ja ein atmosphärischer Anstoß von außen. Und dieser atmosphärische Anstoß ist im Sommer so hoch, dass wir auch im Sommer keine Grundwasser oder kaum Grundwasserneubildung zu verzeichnen haben. Die meiste Grundwasserneubildung findet im Winter statt, nicht wenn die Bäume kein Wasser verdunsten, sondern wenn der atmosphärische Anstoß von außen fehlt, um eben entsprechend viel Wasser zu verdunsten. Und das ist eben im Prinzip eine ausgleichende Funktion des Waldes, dadurch, dass der Wald einfach existiert und Spaltöffnungen hat, die bei anderen Pflanzen oder bei einer unbedeckten Bodenoberfläche, also Kahlschlag, Borkenkäferfläche oder so weiter, nicht vorhanden ist. Das heißt also, da kann so lange Wasser vorhanden ist, verdunsten. Wenn natürlich das Wasser in die Tiefe sickert, wenn der Boden im Prinzip trocken ausgetrocknet oben ist, verdunstet da nichts. Aber der Wald hat auch seine Verdunstungsleistung dann eingeschränkt, indem er die Spaltöffnungen ganz einfach schließt. Er produziert dann auch kein Holz mehr oder keine Zucker mehr. Gut. Achso. Direkt, direkt dazu. Die Bewässerung. Ja, also wir werden den Wald nicht bewässern hier. Das heißt also, wir versuchen natürlich mit solchen Waldgesellschaften zu arbeiten, die mit dem Wasser, was am Standort zur Verfügung steht, mit der nutzbaren Feldkapazität auskommen. Unter Umständen wird es dazu kommen, dass wir auch einen Umbau in der Waldgesellschaft natürlich im Prinzip in Kauf nehmen müssen, beziehungsweise in Kauf nehmen müssen, dass Zuwachseinbußen stattfinden. Das heißt also, wenn weniger Wasser im Boden zur Verfügung ist, ist auch diese Potentialkraft deutlich größer, um das Wasser meinetwegen 30 Meter nach oben zu bringen. Vielleicht werden unsere Wälder dann eben nur 25 Meter hoch. Also das ist im Prinzip das, was wir hier machen. Ich weiß, dass die niedersächsische forstliche Versuchsanstalt auch Bewässerungsversuche macht, aber nur Bewässerungsversuche. Und dann wird das Wasser aus, ich glaube, aus dem Main wird es rausgenommen. Aber das Problem ist da natürlich, wenn wir solche extrem trockene Ereignisse hätten, dann führen auch die Flüsse weniger Wasser. Und in den Flüssen brauchen wir das Wasser auch. Die sind Transportwege, die sind Kühlanlagen für unsere Energieversorger. Und wir brauchen das Wasser für die ganzen Anlagen, die entlang der Flüsse ist. Also es ist nicht so einfach zu sagen, dann nehmen wir doch Flusswasser und bewässern damit unsere Wälder. Ne, ich denke auch, wir sind in der Verpflichtung, dann zu sagen, dann arbeiten wir mit solchen Waldökosystemen, die mit dem geringeren Wasserverbrauch zurechtkommen. Im Augenblick können wir ganz sicher noch mit der natürlichen Waldgesellschaft hier arbeiten, die dann unter Umständen Wachstumseinbußen haben. Und das zeigen eigentlich alle Wachstumsmodelle auch. Ja, danke. Bitte sagen Sie kurz, wer Sie sind, woher Sie kommen. Stefan Kreft, Naturwaldakademie Lübeck. Ja, vielen Dank für den vielfältigen Vortrag. So nach einem Drittel haben Sie nach meiner Wahrnehmung etwas, sind wir etwas abgebogen ins Technische. Also wie man entlang von der linearen Infrastruktur im Wald das Wasser vernünftig leiten kann. Vielleicht nochmal zurück zu dem Wald selbst. Gibt es Forschung, die untersucht, ob die Bewirtschaftungsmethoden des Waldes, also Holzernte, Vorräte, die aufgebaut werden, die der Wald aufbauen darf, auch Einfluss haben auf die Rückhaltekapazität. Die Leere, also wenn man sich Naturwälder anschaut, sieht man, dass Wälder effizient umgehen mit Wasser. Und je mehr oberirdische Biomasse, Tote und Lebende, in einem Wald steht, auch umso weniger Abschluss passiert, auch nach stärkeren Regenfällen. Wird in die Richtung geforscht? Wenn nicht, würde ich das gerne anregen. Ja, natürlich. Ich sage ja, das ist ja genau das Prinzip, was wir versuchen, auch mit der naturnahen Waldwirtschaft nachzuvollziehen. Wir versuchen genau zu analysieren, wie entwickeln sich natürliche Waldökosysteme. Also wir haben solche Naturwaldreservate, die bei uns entsprechend untersucht werden, die nicht eingegriffen wird. Und darauf aufbauend werden auch die Bewirtschaftungskonzepte entworfen. Es ist sicher durchaus mal übers Ziel hinaus geschossen worden, dass zu viel Holz entnommen wurde. Aber da muss man auch wieder sehen, in welchen Waldökosystemen arbeiten wir eigentlich. Also ein Buchenwaldökosystem ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass es geschlossen ist und sehr dunkel ist unten drunter. Und das muss man natürlich in der naturnahen Waldwirtschaft auch beibehalten. Das heißt also, ich darf es nicht so weit, dass ich jetzt das Gronendach will, einfach aufreiße und sage, jetzt forciere ich mal den Zuwachs auf einzelne Zukunftsträger oder sowas. Das wäre verkehrt. Das wäre auch nicht naturnah. Also insofern, da müssen wir uns wirklich orientieren. Wie entwickelt sich ein natürliches Waldökosystem, um uns daran zu orientieren? Die andere Seite ist die, dass wir wahrscheinlich durch den Klimawandel forciert natürlich entsprechende Einbrüche bekommen. Dass wir zum Beispiel, wenn der Borkenkäfer so eine riesen Kahlfläche einfach kahl frisst, da muss man überlegen, was macht man mit so einer Kahlfläche? Und das ist eine ganz große Herausforderung, denn die Kahlfläche muss möglichst rasch wieder grün werden. Das ist das A und O von so einer Kahlfläche, um eben diese ungebremste Verdunstung zu verhindern auf den Standorten. Kann ich ganz kurz antworten? Also ich könnte nicht mehr übereinstimmen, was Sie zu der Fähigkeit von Buchenwäldern gesagt haben, sich das Klima selbst zu schaffen. Was allerdings vielleicht Ihre, ja, Sie haben es ja schon fast als Ankündigung formuliert, dass die Buchenwälder sich in kühlere Lagen zurückziehen, vielleicht etwas relativiert. Denn Buchenwälder, weil sie sich ihr Klima selbst schaffen, können vielleicht doch deutlich länger dort bleiben, wo sie im Moment sind. Das hatte ich noch angemerken wollen, jetzt habe ich die Gelegenheit dazu gehabt. Dankeschön. Also es wäre in unserem Sinne, dass wir die Buchenwälder möglichst lange erhalten. Auf jeden Fall. Schön. Dann gibt es jetzt noch drei Wortmeldungen. Einmal der Harald Dücks am vorderen Mikro und danach einmal noch das hintere Mikro und dann Professor Konold und dann ist Kaffee-Pause. Ich kann doch, wenn ich... Gut. Zackig. Sie haben die Ambivalenz der Wälder angesprochen, dass die einerseits das Wasser verbrauchen, aber eben auch das Spendium zurückhalten. Mich würde mal interessieren, das Wechselspiel zwischen einer Durchbrustung, wo ich Individuen entnehme, damit auch Wasserväufer, auf der anderen Seite aber den Bestand aufrichte und dadurch natürlich auch die Verdunstung erhöhe. Gibt es dazu konkrete Ergebnisse? Also das Wassersäufer habe ich eben versucht zu relativieren. Das heißt, es sind ja keine Wassersäufer, sondern die machen ihre Spaltöffnungen zu, sodass sie mit dem Wasser aushalten. Also Wasserhaushälter wäre vielleicht günstig gesagt und nicht unbedingt Wassersäufer. Das ist doof. Die andere Seite ist die, ja, wir machen natürlich auch, wir versuchen genau solche Modelle, die wir natürlich hier anpassen, weil die Verdunstung kann man nicht eins zu eins messen, sondern das sind natürlich modellartige Bereiche. Wir versuchen, die Modelle zu adaptieren, indem wir natürlich andere Kalibriergrößen nehmen, um zu sehen, wie viel Wasser muss denn der Wald verdunsten, weil ich dann weiß, die Kalibriergröße ist die Bodenfeuchte, die ich messen kann. Und dann kann ich natürlich auch messen, wie weit, wie ich so ein Modell anpassen muss, um zum Beispiel einen bestimmten Durchforsungsgrad zu erreichen. Und das ist durchaus im Bereich der Forschung. Gut, Sintre Mikko, bitte kurze Vorstellung. Kurze Wortmeldung, das, ja, okay. Juncker Held ist mein Name, aus Kümmtchen, hier aus der Nähe von Simmern. Wohne hier schon seit vielen, vielen Jahren, Zehten im Hunsrück, bin aber auch in Köln wohnhaft gewesen und auch in Nürnberg, also jeweils an großen Flüssen. Eigentlich würde ich mir auch gerne eine halbe Stunde Referatzeit nehmen, aber Sie haben ja gerade gesagt, einen kurzen Beitrag. Ich versuche es mal abzukürzen. Wir haben gesprochen über Hochwasserereignisse, wir haben gesprochen über Abflussmengen, wir haben gesprochen über den Klimawandel. Eigentlich haben wir keine Klimakrise. Wir haben eine Umweltkrise, die zu einer Klimakrise geführt hat. Und das haben wir schon seit 30 Jahren. Schon länger. Schon länger, aber 30 Jahre, also vor 25 Jahren ist das Nahprogramm entwickelt worden, was dann später Aktion Blau Plus wurde und so weiter. Die Abflüsse im Wald oder es geht ja Wald und Wasser. Der Baum braucht das Wasser. Wo bekommt der Baum das Wasser her? Die Niederschläge, die wir haben, nehmen in der Menge zu. Die trockenen Böden können nicht aufnehmen, haben wir vorhin gehört. Wenn ich mit dem Landesamt für Umwelt spreche und frage, wie die Pegelstände zum Beispiel sich entwickeln in Verbindung mit den Niederschlägen, dann können die mir gar keine Auskunft geben. Betrachte ich den Wald als Naturraum oder ich betrachte Neubaugebiete, Besiedlungsfläche und so weiter und so fort, dann weiß ich, wir haben zunehmend Hitzetage im Jahr. Wir haben Hitzeinseln, Mainz, Rhein-Main-Gebiet, Hamburger Raum, wir haben Köln und so weiter und so fort. Der atmosphärische Anstoß, den haben Sie vorhin erwähnt. Bei ganz vielen Hochwasserschutzkonzepten, ich sage bewusst Schutz, denn man schützt sich auch für Hochwasser, es ist nicht nur eine Vorsorge, sondern ein Schutz. Da geht es darum, Niederschlag, wenn ich mir Afrika angucke, da gibt es jeden Tag Hitze und am Abend durch die Thermik steigt die Feuchtigkeit in den Himmel auf, kühlt dort ab und es kommt zum Niederschlag, zum Starkregenereignis, zu einem Gewitter. Wenn ich mir angucke, dass bei vielen Hochwasserschutzkonzepten die Klimatologie überhaupt gar keine Rolle spielt und ich mir dann angucke, wenn ich an einem Tag eine bestimmte Temperaturentwicklung habe und ich zum Beispiel über den Autobahn kreuze, ob das jetzt in Koblenz ist, ob das das Rhein-Main-Gebiet ist, wir haben einziehende Starkregenereignisse oder sich selbst entstehende Starkregenereignisse. Wo bleibt Ihre Frage? Es soll keine Frage sein, sondern ein Denkanstoß. Wir können den Wald nicht schützen, nur durch Fragen stellen, sondern wir müssen auch mal zum Beispiel andere Themen mit aufnehmen. Der Herr Frauenberger, mit ihm habe ich eine Waldbegehung gemacht und auch wegen dem Hochwasser im Juni, Winterburg, Winterbach und so weiter. Wir müssen das alles berücksichtigen, auch die Straßenkörper, die ebenfalls viel zu Überschwemmungen führen, zu Schäden. Aber wie gesagt, wir müssen sowohl die Flächen als auch die Wälder schützen. Haben wir verstanden. Vielen herzlichen Dank, Professor Konold mit der letzten Frage dieser Runde. Ich habe ganz kurz zwei Aspekte. Eine ist eine Frage, weiß man schon etwas über die Veränderung der Abflussbildung durch Kahlflächen, also beispielsweise im Sauerland oder auch im Harz, wo sehr großflächige Ereignisse stattgefunden haben. Also wie sich das dann auch in den Fließgewässern auswirkt. Das wäre das eine, geht sicher ganz kurz. Und dann noch ein weiterer Punkt. Wir hatten das heute Morgen mal kurz angesprochen mit Totholz und dann hieß es, zu viel Totholz im Wald führt auch zu möglicherweise stärkeren Brandschäden, weil das Material auf dem Boden liegt. Wie schätzen Sie das ein, die Rauigkeit des Waldbodens, also was jetzt die Abflussbildung angeht, gibt es darüber Erkenntnisse in Abhängigkeit auch von der Baumart Zusammensetzung? Also wir sind auch der Frage nachgegangen, wie sich solche Kahlschläge auswirken. Das habe ich jetzt hier nicht dargestellt im Felserwald, sondern wir haben eben tatsächlich simuliert, was passiert, wenn so ein Kahlschlag stattfindet, aufgrund von Messungen, die auf der Einzelfläche stattgefunden hatten, haben das dann regionalisiert. Und wir haben da tatsächlich eine labile Phase gefunden, solange eben diese Fläche unbedeckt war. Nach drei bis fünf Jahren, wenn die Fläche wieder grün wird, pegelt sich wieder ein normaler Wasserhaushalt ein. Aber wir haben wirklich eine ganz empfindliche Phase, drei bis fünf Jahre lang, solange eben im Prinzip kaum irgendwas Grünes auf der Fläche ist. Die andere Frage war die Totholz. Ja, die Rauigkeit ist natürlich ein Abflusshindernis. Man muss einfach nur dann sehen, wo kann ich mir diese Rauigkeit überall leisten? Ich weiß nämlich noch damals, als es nahe Hochwasser war, hatten wir natürlich auch Bäume, die mit der nahe mitgeschwemmt wurden und die dann Brückenbauwerke und so zerstört hatten. Ich muss dann überlegen, also wenn ich solche direkten Einzugsbereiche habe, wo eben Hochwasser mit einer Gewalt abfließen kann, dass ich solche im Prinzip auch lange Baumstämme eben mit weg transportieren kann, dann würde ich das tunlichst vermeiden. Überall da, wo es, wir haben diese Einzugsgebiete, die gehen ja weit bis oben in die entlegensten Bereiche rein. Da würde ich überall sagen, möglichst Bodenrauhigkeit erhalten, um eben den Abfluss allein zu bremsen, den Oberflächenabfluss. Dass man auch Schadflächen nicht beräumt zum Beispiel. Dass man eben dann möglichst versucht, möglichst, ich meine, es hängt immer vom Maß dessen ab, wie stark nutze ich dann meinetwegen das Holz noch oder nicht. Aber im Prinzip natürlich, je rauer die Bodenoberfläche ist, umso günstiger ist es für die Minderung der Abflussgeschwindigkeit. Vielleicht machen wir einfach mal einen Applaus für die beiden letzten Vortragenden jetzt. Ja, das wirkt, das wirkt, das wirkt, das ist hervorragend. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum Thema Waldentwicklung mit zwei Impulsvorträgen. Der erste heißt Wasserrückhalt und Waldentwicklung, ein Praxisbericht aus dem Forstamt Sohnwald. Wir haben hier den Bernhard Fraunberger, der hat Forst-Waldwirtschaft von der Pike aufgelernt als Forstwirt. Dann hat er in Freiburg Forst studiert, war dann im Waldbaureferat. Und seit 2017 ist er hier im schönen Sohnwald in der Forstamtsleitung. Und das Besondere ist, da hat man nicht lange geplant, sondern man hat schon mit längerem gemacht. Und Bernhard, ich darf dich hier bitten, den Bericht aus der Praxis im Forstamt Sohnwald zu geben. Die Wissenschaftler aus Galten haben wir ganz überrascht, was hier alles schon passiert ist. Deswegen, das lohnt sich jetzt besonders. Und da ist schon tatsächlich was zu sehen. Da ist was passiert. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Bitteschön. Es ist immer schön, wenn vorher schon applaudiert wird. Ja, einen wunderschönen guten Tag darf ich Sie ganz herzlich begrüßen hier im wunderschönen Sohnwald. Vielen Dank, Martin, für die einführenden Worte. Ich freue mich, in viele bekannte Gesichter zu blicken. Mein alter Universitätsprofessor ist da. Herr Konold freut mich, dass er da ist. Viele Freunde und Bekannte, mit denen ich in den letzten Jahren hier bei Landesforsten Rheinland-Pfalz arbeiten durfte, aber vor allen Dingen auch in meiner Uni-Zeit freundschaftlich verbunden bin. Wasserrückhalt und Waldentwicklung. Ein Praxisbericht aus dem Forstamt Sohnwald. Für mich bin jetzt rund viereinhalb, fast fünf Jahre hier Forstamtsleiter. Ein ganz, ganz zentrales Thema, was sich in den letzten Jahren, kann man schon fast sagen, und hier im Sohnwald in den letzten Jahrzehnten eigentlich aufgebaut und potenziert hat. Mein Vortrag soll in erster Linie Appetit machen für die morgige Exkursion, wo wir wirklich versuchen, auch die Themenfelder im Wald noch mal gemeinsam zu bearbeiten. Ich freue mich vor allen Dingen auch auf kritische Nachfragen, auf kritisches Hinterfragen. Wir sind hier sehr weit ab vom Schuss. Das hat Vor- und Nachteile. Wir machen und würde mich auch einfach freuen, wenn wir gemeinsam diese bereits umgesetzten Maßnahmen diskutieren. Wie läuft es ab? Rückblick. Was ist passiert? Ein kleiner Schwank durch die Geschichte. Wie hat sich der Sohnwald in den letzten Jahren entwickelt? Warum ist es eigentlich dazu gekommen, wie es heute ist? Wasserrückhalt aktuell. Wie Martin Grünebaum eben gesagt hat, wir sind tatsächlich seit letztem Jahr massiv in der Umsetzung von Wasserrückhaltemaßnahmen hier bei uns im Wald. Der Anlass war natürlich das Starkregenereignis, was hier im Sohnwald etwa zwei Wochen vor dem Ahrhochwasser passiert ist und auch hier katastrophale Folgen nach sich gezogen hat. Ausblick, wie geht es weiter? Auch für dieses Jahr haben wir bereits Maßnahmen geplant und stehen kurz vor der Umsetzung und vielleicht auch erste Schlussfolgerungen, die ich dann auch gerne gemeinsam mit Ihnen diskutieren würde. Rückblick. Was ist passiert? Viel ist schon genannt worden. Der Sohnwald hat eigentlich über 30 Jahre Vorsprung gegenüber anderen Waldregionen in Rheinland-Pfalz. 1990, die Orkane Vivian und Wiebke haben hier oben, ich sage mal, nicht nur die forstliche Welt, eigentlich die gesamte Welt auf den Kopf gedreht. 2003, damals habe ich noch als Forstwirt gearbeitet, kann ich mich noch selber sehr genau daran erinnern. Ein brutal heißes Jahr mit dem ersten massiven Käferholzanfall in Rheinland-Pfalz. Wir haben damals alles von Hand geschält. Deswegen weiß ich auch, wie anstrengend und heiß es in dieser Zeit war. Es war brutal heiß und wenn man in die Literatur heute reinguckt, haben sich eigentlich die Grundwasserstände seit diesem Jahr nicht mehr erholen können. 2016, Markus Lüttger hat es eben erwähnt, ein erstes katastrophales Starkregenereignis hier in der Region. Die Anrainergemeinden, die also unterhalb des Sohnwaldes in Richtung Nah liegen, sind in diesem Jahr komplett abgesoffen. Und das eigentlich dramatische dann, 2018 Dürrejahr, 2019 Dürrejahr, 2020 Dürrejahr. Wir hatten hier in der Region 2020 knapp 100 Tage keinen Niederschlag. 100 Tage Sonne, Sonne, Sonne. Das war beängstigend. Ich wohne hier in einem Forsthaus mitten im Wald und es hat im Prinzip kein Wetter mehr stattgefunden. Du bist morgens aufgestanden und es sah genauso aus wie die 60 Tage davor. Am Anfang war das noch ganz schön, aber irgendwann hat man wirklich angefangen, sich Gedanken zu machen, was passiert hier eigentlich gerade. Sprich, 2021 ist das Ganze dann eben gegipfelt in dem zweiten Starkregenereignis. Ich habe es eben gesagt, etwa zwei Wochen vor dem Ereignis an der Ahr. Wir hatten innerhalb von 24 Stunden rund 120 Liter Niederschlag auf sehr konzentriertem Raum. Also wirklich ein Gewitter, was sich nicht bewegt hat, was lokal gestanden hat und über ganz kleiner Fläche innerhalb kürzester Zeit massive Niederschläge nach sich gezogen hat. Sprich, die Klimawandelentwicklung, die Klimawandelfolgen laufen hier schon seit vielen, vielen Jahren massiv ab, haben die Regionen hier seit vielen, vielen Jahren massiv beeinflusst und auch massiv verändert. Wie geht denn wir damit um? Vieles ist auch schon gesagt. Ich versuche das einfach nochmal schnell darzustellen. Ganz, ganz grob und ganz, ganz holzschnittartig gibt es für mich drei wichtige Komponenten, drei Aufgabenfelder, die wir in der Praxis bearbeiten müssen. Das ist eben das Thema Wegebau, ist heute schon angesprochen worden. Natürlich die ganzen waldökologischen Maßnahmen, die waldbaulichen Maßnahmen und als drittes großes Thema hier im Sohnwald der Grabenverschluss im Wald. Waldökologische Maßnahmen, was ist passiert? 1990 ein klassischer fichtendominierter Staatswaldbetrieb, möchte ich mal sagen, wie es ihn zu der Zeit einfach in vielen Bereichen von Rheinland-Pfalz gab. Hier gab es etwa 80 Prozent Nadelbäume und rund 20 Prozent Laubbäume. 1990 ist im Prinzip alles umgefallen, sodass wir heute eine Baumartenverteilung haben von 80 Prozent Laubbäumen und nur noch 20 Prozent Nadelbäumen. Warum ist das so? Nach diesen katastrophalen Windwurfereignissen hat man sich eben entschieden, mit Laubbäumen aufzuforsten. Wie hat man aufgeforstet? Schon damals nicht flächig, mehr aus der Not heraus, aber vielleicht auch schon aus einem waldökologischen Weitblick hat man die sogenannte Nesterpflanzung vorgenommen. Das sind im Prinzip Pflanzungen von 20, 25 in der Regel Eichen und die hat man über die gesamte Fläche verteilt. Was ist aber passiert? Und das ist das eigentlich Tolle an der Sache. Die Birke hat sich angesahmt, sprich eine Pionierbaumart, mit der man eigentlich so in diesem Maße nicht gerechnet hatte, hat massiv die Flächen auf natürliche Art wieder bewaldet. Ich habe es eben schon gesagt, das führt dazu, dass wir heute die glückliche Ausgangssituation haben, dass wir 80 Prozent Laubbäume und 20 Prozent Nadelbäume haben. Innerhalb von 30 Jahren hat sich das Baumartenverhältnis einmal gedreht. Spannend ist eben auch, ich habe es eben gesagt, häufig nur eine Baumart gepflanzt auf ganz, ganz kleinen Ecken. Häufig, muss man auch sagen, sind diese gepflanzten Bäume heute gar nicht mehr da. Aber wir finden eben auf den Flächen heute bis zu zwölf unterschiedliche Baumarten, die sich überwiegend natürlich angesahmt haben. Deswegen ist es ganz essentiell, wenn wir von Waldbewirtschaftung, von Waldregeneration, von der Regenerierung des Ökosystems sprechen, dass wir auf die Selbstheilungskräfte der Wälder vertrauen und dass wir diese Selbstheilungskräfte auch zulassen, sprich auf die Naturverhängigung setzen. Dafür braucht es Geduld und vor allen Dingen Nerven. Zu diesem Themenkomplex wird auch Dr. Langshausen gleich nochmal wahrscheinlich genauer darauf eingehen. Deswegen will ich das nur am Rande streifen. Aber es ist charakteristisch für den Sohnwald. Häufig in der Vergangenheit waren das so die Schmuddelecken. Die hat man sich nicht gerne angeguckt, weil da ist es nämlich in die Hose gegangen. Heute sage ich, die Flächen sind super und ich lade Sie alle ein, in einer Sonderexkursion sich mal diese Sukzessionsflächen nach 30 Jahren mit uns anzugucken. Zweites wichtiges Themenfeld, Grabenverschluss im Wald. Hier eine Karte von unseren Kollegen, von Michael Tempel und von Jörn Schultheis. Vielen Dank für die Zurverfügungstellung. Diese Karte zeigt das Einflussgebiet unserer zwei großen Bäche. Das ist der Gräfenbach und das ist der Lammetbach. Diese wunderschönen blauen Linien, die Sie da sehen, ist das sehr ausgeklügelte Grabensystem. Alles das sind Entwässerungsgräben, die im Laufe der Jahrhunderte in den Wald angelegt wurden. Also sehr stark menschlich überprägt. Was auch interessant ist, natürlich sind diese Gräben überwiegend in den staunasse Bereichen angelegt worden. In den terrestrischen, sprich bei uns sind das häufig so Blockschutthalten, sind logischerweise keine Gräben drin. Man wollte eben diese staunässe beeinflussten Bereiche bewirtschaftbar machen und hat diese heute noch perfekt funktionierenden Gräben eingelegt. Die Gräben sind aus einer Schummerungskarte entnommen worden, vermute ich mal, sprich das sind so Laserscan-Modelle. Das ist also nicht nachgezeichnet, das ist de facto heute noch so auf der Fläche. Und das Katastrophale dabei ist, dass diese Gräben auch heute noch funktionieren. Wenn Sie im Sommer über so eine Fläche gehen, dann sehen Sie die teilweise gar nicht, weil die natürlich über die Jahrhunderte sich zuschwemmen. Aber unten drin, wenn man das Laub ein bisschen wegkratzt, merken Sie sofort, dass das Grabensystem bis zum heutigen Tag sehr gut funktioniert. Und das hat natürlich katastrophale Auswirkungen auf den Abfluss des Wassers, aber vor allen Dingen auch auf die Retention des Wassers. Aus damaliger Sicht gut gemeint, würde ich heute sagen, war das ein kapitaler Fehler, den man damals gemacht hat. Man hat das erkannt, wie geht man damit um? Ich freue mich vor allen Dingen auch, dass heute Partner von der Stiftung hier bei uns im Saal sind. Bereits 2010 ist im Rahmen eines LIFE-Projektes das Problem erkannt worden. Und man hat damals aber mehr aus dem Artenschutzgesichtspunkt, LIFE ist ja ein Artenschutzinstrument, hat man versucht, diese Fehler der Vergangenheit, ich sage das ganz bewusst, aus damaliger Sicht mit Sicherheit richtig, ich sage das auch vorwurfsfrei, aber aus heutiger Sicht ein Fehler, hat man versucht zu korrigieren. Und zwar, dass man auf diesen Standorten, in diesen Bereichen die naturfernen Fichtenreinbestockungen zurückgenommen hat. Als zweites, dass man die Entwässerungsgräben verblombt hat. Dort sind schlicht und ergreifend Spundwände eingezogen worden, sodass sich das Wasser sukzessive wieder zurückstauen kann. Und dass Verrohrungen, sprich diese linienhaften Strukturen, die auch Professor Schüller angesprochen hat, entfernt wurden. Rückbau der Verrohrungen. Das Ganze hat das Ziel, das natürliche Wasserregime wiederherzustellen. Dass das funktioniert, werden wir morgen auch draußen an einem Beispiel uns anschauen. Es gibt also sehr schöne Modellierungen bzw. Abflussmessungen, wo wir die Effekte des Grabenverschlusses nachvollziehen können. Für mich ein ganz, ganz zentraler Punkt für die Region hier im Sohnwald. Bitte denken Sie noch mal an diese Karte zurück mit den unwahrscheinlich vielen kleinen Verästelungen. Weiteres wichtiges Element, der Wegebau. Auch hier ist der Sohnwald wunderschön einfach gestrickt. Bei uns laufen die Hauptwege nämlich in der ost-westlichen Richtung. Das sind die hangparallelen Wege. Der Sohnwaldrücken zieht sich ungefähr so einmal quer durch den Bildschirm. Sprich, wir haben die Wege, die so laufen und wir haben die Wege, die in Falllinie laufen. Ganz grob strukturiert ist das auch der Bereich, wo wir morgen hingehen. Das ist das Wegesystem, wie wir es in ganz vielen Bereichen haben. Sprich, wir haben in den Nord-Süd-Wegen, also die Wege, die in Falllinie laufen, haben wir uns überlegt, wie gehen wir mit der Situation um, dass wir diese linienhaften Strukturen eben durchbrechen. Weil das Interessante war, dass genau in diesen Nord-Süd-Wegen bei dem 21er Starkregenereignis das Wasser aus dem Wald geschossen kam. Kann man anders nicht sagen. Das konnte man auch gar nicht wegdiskutieren, weil die Wege waren weg. Die kompletten Wege sind in diesem Starkregenereignis unten auf die Landesstraße gespült worden. Und es war wirklich Wahnsinn, was an Wassermenge aus diesen Wegen rausgelaufen kam. Wir haben uns dann überlegt, wie gehen wir damit um. Wir mussten erstens die Wege sowieso wieder in Stand setzen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen sofort das Thema Wasserrückhalt mitdenken. Und haben eben entlang dieser Wege ganz, ganz viele kleine Abschläge eingebaut. Was ist ein Abschlag? Da geht einfach von dem wegebegleitenden Graben, wird mit einem Bagger, da wo es von der Topografie möglich ist, wird ein kleiner Durchbruch geschaffen, dass das Wasser von dem Graben eben nicht nach unten fließen kann, auf die Straße, sondern durch eine Blombe wird der Graben verschlossen und das Wasser wird rechts und links in den Wald zurückgeleitet. Das geht relativ einfach. Wir haben das auch umgesetzt und haben eben versucht, dass wir nach Möglichkeit kein Wasser aus dem Wald rauslaufen lassen. Weiterer wichtiger Punkt sind die Ost-West-Wege. Das sind eben die Wege, die hangparallel laufen. Auch hier bietet sich Retentions- und Rückhaltepotenzial, weil in einer gewissen Art und Weise sind diese Wege natürlich Staubarrieren. Die sind ja nun mal da. Sprich, die halten das Wasser zurück und hindern es am Abfluss. Auch hier, Professor Schülle hat es eben schon gesagt, wollen wir jetzt Regolen einbauen, und sprich, das Wasser von einer punktförmigen Konzentration durch einen Durchlass in eine breite Versickerungsmulde zu überführen und damit eben Abflussgeschwindigkeiten zu reduzieren. Kreuzung, ganz wichtiger Punkt. Ich habe es eben gesagt. Bei uns laufen die Wege in Nord-Süd- und in Ost-West-Richtungen. Und an den Kreuzungen bietet sich sehr gut die Möglichkeit, das Wasser eben nicht mehr parallel nach unten laufen zu lassen, sondern im Prinzip in die Hangparallele zu überführen. An den Kreuzungen haben wir Rohre eingebaut, die das Wasser eben rechts und links in die Bestände ableitet und somit den direkten Abfluss über den Wege begleitenden Graben aus dem Wald heraus reduzieren kann. Für uns gilt der Grundsatz, das Wasser vom Weg in den Graben in den Wald. Das ist relativ einfach, aber ist, wenn man ehrlich ist, eine 180-Grad-Drehung, weil früher war es nämlich Weg, Graben, raus. Das war der eigentliche Punkt und der Wald wurde an dem Punkt vergessen. Wenn man sowas baut, muss man ja gucken, ob das auch funktioniert. Ich hoffe, dass das Video läuft. Sie sehen hier einen Nord-Süd-Weg, also einen Weg, der in Falllinie von den Sohnwaldkämmen nach unten läuft. Ich habe mir dann die Mühe gemacht und bin an einem Regentag einfach mal rausgefahren und habe geguckt, was passiert eigentlich. Funktioniert das, was Sie uns da so theoretisch ausdenken? Zuerst möchte ich Sie mal auf die Wassermengen hinweisen. Das ist jetzt kein Starkregen. Das ist ein ganz normaler Regentag, wie wir ihn uns eigentlich gerne wünschen würden. Und schauen Sie mal, was in diesem Graben, in diesem wegebegleitenden Graben an Wasser zusammenkommt. Dieses gesamte Wasser wäre bis vor anderthalb, zwei Jahren ungenutzt im Prinzip nach unten in die Vorflute abgeleitet worden und wäre aus dem Wald draußen gewesen. Jetzt lasse ich das Video mal laufen. Sie sehen, wir haben hier eine Plombe eingebaut und das Wasser wird nach rechts in den Wald abgeleitet. Weil es so schön war, mache ich das nochmal. Jetzt bin ich auch schon gleich fertig. Das ist der alte Graben, der läuft hier weiter. Sie sehen hier dieses Stauwerk, was wir eingebaut haben. Das ist im Prinzip der Aushub aus dem Baggerbereich hier in dem Bereich. Das ist hier angebaut worden und das Wasser wird schlicht und ergreifend umgeleitet. Kann sich dann hinten dran, Sie sehen, da steht überall das Wasser, es verbreitet sich also im Wald und kann dann über die Zeit im Boden versickern. Es bleibt natürlich spannend, weil nicht alles Wasser abgeleitet werden kann. Es fließt auch immer was durch, Sie sehen das hier. Deswegen ist es wichtig, diese Abschläge entlang der Wege in regelmäßigen Abständen von oben bis nach unten durchzuführen, dass man möglichst viel Wasser von den wegebegleitenden Gräben in den Wald hineinleiten kann. Eine total simple Möglichkeit, relativ effektiv die Wassermengen zu reduzieren, weil darum geht es am Ende ja auch, Abflussspitzen zu brechen und das Wasser in die Breite zu bringen. Weiterer wichtiger Punkt, ich habe es eben gesagt, es sind unsere Kreuzungen, wo wir unsere Rohre eingebaut haben. Auch das konnte ich an dem gleichen Tag filmen. Das Wasser kommt von oben, fließt sich dieses Rohr unter dem Weg durch und wird unten in den Wald reingeleitet und eben nicht mehr hier in den Wege begleitenden Graben nach unten. Relativ einfach, aber sehr effektiv. Auch hier drücke ich nochmal auf Play. Wasser kommt von oben. Dieser Weg ist ein hangparalleler Weg. Das Wasser wird unten drunter durchgeleitet, fließt in den Wald. Hier sieht man es ganz schön. Früher ist das Wasser hier weiter aus dem Wald rausgeleitet worden und nun fließt es in den Bestand rein. Das Ganze noch aus dem Wald herausgefilmt. Von unten ist die gleiche Ecke. Und da sehen Sie mal, welche Massen das sind. Das ist, wie gesagt, ein ganz normaler Regentag. Und wie wunderschön wir innerhalb kürzester Zeit den Wald unter Wasser gesetzt haben. Meine Vorgänger würden mir an der Stelle den Kopf abreißen, aber ich finde es super, dass das so toll funktioniert. Und es ist wirklich sehr unaufwendig. Wie geht es weiter? Wegebau sind wir dran. Wir sind so weit, dass wir jetzt an die Ost-West-Wege, sprich an die hangparallelen Wege, rangehen können. Waldökologische Maßnahmen, habe ich eben gesagt, seit über 30 Jahren wird hier überwiegend über die natürliche Entwicklung, Waldentwicklung, waldökologische Maßnahmen umgesetzt. Der Grabenverschluss im Wald, ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Sohnwald. Auch da gehen wir in 2021 dran. Gemeinsam mit unseren Partnern vom Bergwaldprojekt werden wir weitere Gräben im Wald verschließen, werden also auch den Grabenverschluss aktiv vorantreiben. Insgesamt haben wir in 2021 bereits 15 Kilometer Waldweg umgebaut. Das in erster Linie konzentriert auf die Nord-Süd-Wege, weil das eben den massiven Einfluss auf den Wasserabfluss aus dem Wald hat. In 2022 haben wir die Ost-West-Wege uns vorgenommen, habe ich eben schon gesagt. Die Ausschreibung ist durch, die Aufträge sind vergeben. Wir fangen wahrscheinlich im zweiten, dritten Quartal mit den Baumaßnahmen an. Und das Thema Grabenverschluss werden wir im Juni, Juli, kann ich jeden zu einladen, der sich engagieren will. Das Bergwaldprojekt sucht immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im freiwilligen Einsatz sich für solche Projekte engagieren. Und sie verbringen zwei wunderschöne Wochen im Sohnwald. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben es schon öfters angesprochen. Wir sprechen häufig von Wasserretention. Letztendlich, und das ist für mich wirklich ein ernst gemeinter Appell, geht es um unsere Trinkwasserversorgung. Der Sohnwald ist gespickt mit Brunnen. Markus Lüttger hat es eben gesagt, große Teile des Wassers der Verbandsgemeinde Rüdesheim kommen aus dem Sohnwald. Diese klimatischen Veränderungen, die finden nicht irgendwo in der Sahara statt oder irgendwo in einer fernen, abgelegenen Region. Die finden bei uns vor der Haustür statt. Diese massiven Niederschlagsdefizite der letzten Jahre sind mit einem normalen Jahr 21, wo wir alle sagen, das war ja recht nass. Nee, das war nicht recht nass. Das war völlig normal. 700 Millimeter hatten wir hier oben. Das heißt, die Defizite sind überhaupt nicht ausgeglichen. Und diese klimatischen Veränderungen werden für die Menschen, glaube ich, dann erlebbar, wenn man irgendwann den Hahn aufmacht und es kommt nichts mehr raus. Und dabei ist der Wald eine zentrale Quelle für unsere Zentralressource Trinkwasser. Und deswegen, glaube ich, ist es unsere aller Aufgabe, alles dafür zu tun, den Wasserabfluss aus dem Wald zu reduzieren. Meine Schlussfolgerung. Dezentraler Wasserrückhalt im Wald ist ein Baustein. Ein Baustein, den diese Landnutzungsform erbringen muss. Viele kleine Maßnahmen sind aus meiner Sicht sehr effizient und werden eben ergänzt über Maßnahmen in anderen Landnutzungsformen. Vieles ist relativ einfach umsetzbar. Aber machen, wir müssen anfangen. Weniger planen, mehr machen. Grabenverschluss im Wald, das ist aufwendig. Weil die Frage ist, wo fängt man an? Wo fängt man an? Wo hört man auf? Ich mache den einen Graben zu, dann sucht dich das Wasser einen anderen Weg. Hier bedarf es der Unterstützung der Wissenschaft. Hier bedarf es der Unterstützung der Hochschulen. Damit sind wir überfordert. Deswegen sind solche Veranstaltungen ganz, ganz wichtig, dass wir Kooperationen auch mit anderen Fachkreisen suchen, um genau an diesem Thema intensiv zu arbeiten. Und da sind wir ja auch mit den Kollegen von den Hochschulen schon dran. Wasserrückhalt ist für mich zukünftig ein zentrales Planungsziel bei allen Maßnahmen, die wir im Wald umsetzen. Wir müssen bei jeder Maßnahme, die wir entwickeln, und das geht nicht nur um Wegebau, es geht vor allen Dingen auch um die waldökologischen Maßnahmen, muss das Thema Wasserrückhalt an erster Stelle stehen. Das gelingt nur gemeinsam. Es gelingt nur gemeinsam in solchen Kreisen mit den Partnern aus den Verbandsgemeinden, mit den Ingenieurbüros. Da ist nämlich heute auch einer da, der Herr Barth, der über viele Jahre und auch Kollegen aus der Pfalz, die über viele Jahre an diesen Projekten mitarbeiten, die an den Hochwasserschutzkonzepten mitarbeiten. Diese Projekte gelingen nur gemeinsam, aber sie sind essentiell für unser aller Überleben, weil letztendlich geht es auch um die Sicherung unserer Trinkwasserversorgung. Damit bin ich am Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Einblicke über die praktische Arbeit hier im Forstamt geben. Ich freue mich, wenn viele von Ihnen morgen dazukommen und freue mich auf eine angeregte Diskussion. Vielen Dank und schön, dass Sie heute unsere Gäste sind. Vielen Dank für den Vortrag an Bernhard Fraunberger. Es geht nahtlos weiter mit Dr. Langshausen und ich darf noch mal auf den Treffpunkt der morgigen Exkursion hinweisen. Das ist nicht mehr das Walderlebniszentrum, sondern es ist der Wanderparkplatz Kreershäuschen am Ausgang liegen Karten bereit, ansonsten Dr. Schulter ist oder Frauenberger ansprechen. Die wissen, wo das ist und können Sie dazu beraten. Wir kommen zum letzten Vortrag des Tages und der Dr. Langshausen ist Abteilungsleiter bei der Zentralstelle der Forstverwaltung, unter anderem für Forstplanung verantwortlich. Ab und zu geht er noch mal in die Mühen der Praxis und das hat er gemacht in Münster-Samsheim, die Forstplanung dort auf Gemeindeebene. Und dann stand in der Zeitung, nicht ertragreich, aber ökologisch wertvoll. Und das deutet schon an, es geht auch um Ökosystemleistungen und der Titel heißt Waldentwicklung im Klimawandel, Konzepte zum Management von Ökosystemleistungen unter besonderer Berücksichtigung der Ressource Wasser. Der Titel ist lang, der Vortrag ist kurz und knackig. Ja, lieber Martin, vielen Dank für die netten Worte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Sie jetzt noch mal ein Stück tiefer in den Wald entführen und habe den großen Vorteil, dass die Bilder zu dem Vortrag morgen ganztägig geboten werden von Bernhard Frauenberger, der Sie in sein wunderschönes Forstamt entführen wird. Ich werde mit Ihnen, Martin Grünebaum hat es schon gesagt, wir befassen uns in unserer Abteilung mit der Forstplanung, mit der Waldentwicklung, also mit dem, was man früher als Waldbau bezeichnet hat. Und darüber haben wir noch nicht gesprochen. Waldentwicklung im Klimawandel ist eigentlich unser großes Ding. Und der Wasserrückhalt, Wald und Wasser, ist im Prinzip für uns ein Stück weit eine resultierende, deshalb der sperrige Titel. Ich will mit Ihnen zunächst mal kurz gucken, Herausforderung des globalen Waldwandels für die Bewirtschaftung von Wäldern. Das ist das, was uns im Moment wirklich tief, tief bewegt. Wir haben es im Land mit mehreren tausend Hektakalflächen zu tun aus der Borkenkäfer-Kalamität. Und das hat uns schlussendlich dazu bewogen, uns nochmal ganz neu aufzustellen. Naturnahen Waldbau, das ist das Schlagwort, das wir seit 30 Jahren kennen, nochmal neu zu denken und uns ein Stück weit nochmal neu aufzustellen. Also, welche Herausforderungen bietet dieser globale Wandel? Was sind die Konsequenzen für die Waldentwicklung? Konzeptionale planerische Überlegungen und ein Ausblick. Das sind weitestgehend Allgemeinplätze, das kennen Sie, Klimawandel, gesellschaftlicher Wandel, das ist eigentlich nichts Grundsätzliches Neues. Ich denke, selbst zu dem Zeitpunkt, als die Menschen diese Entwässerungsgräben angelegt haben, hatten die schon selbst das Gefühl, es ändert sich vieles. Aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die sind schon sehr besonders in unserer Zeit, nämlich, dass wir einen sehr umfassenden Wandel haben. Also, es sind sehr viele Dinge, die sich auf einmal wandeln. Es ist eine hohe Geschwindigkeit. Ich sage immer, wenn wir im Sommer über Klimawandel reden, dann hat das Ganze nochmal eine ganz andere Facette als an einem bedeckten regnerischen Tag im Vorsommer. Und wir haben das jetzt in den letzten Jahren erlebt, dass das, was wir vielleicht seit 30 Jahren wissen, doch uns schnell und in einer Wucht ereilen kann, die an einem regnerischen Tag weit von uns geschoben werden kann, aber uns sehr stark ereilt. Und wir haben es mit sehr wirkmächtigen Veränderungsprozessen zu tun. Ich sage das deshalb auch ein bisschen gravitätisch, als dass wir eigentlich die ganze Logik, naturnahe Waldbau, auch da hat sich jetzt zwar nichts Grundsätzliches geändert, aber wir sehen 30.000 Hektar Kahlfläche. Jetzt wird es ernst, meine Damen und Herren. Wir haben über Hochwasser gesprochen, über Trinkwasser gesprochen, aber ich glaube, wenn wir den Wald verlieren, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem, als dass uns die Keller voll Wasser laufen. Was sind die Konsequenzen aus diesem globalen Wandel? Wir müssen die Ziele nochmal überprüfen. Vor allem müssen wir die Zielhierarchien überprüfen. Da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Wir brauchen eine Orientierung, was kommt zuerst, was kommt danach und was kommt zuletzt. Und deshalb stehe ich auch heute vielleicht hier, wir brauchen eine klare Priorisierung. Wir haben heute sehr viel über das Machbare gesprochen. Ich bin, der ich hier vorne auf der Bühne stehe, eigentlich mit dafür verantwortlich, dass das zumindest mal im Staatswald, das sind 200.000 Hektar Wald, eben auch so läuft, wie es laufen soll. Und das ist gemeinsam mit den Kollegen, mit Bernhard Fraunberger, mit den 45 Ämtern eben auch eine Herausforderung. Da braucht man ein klares Konzept. Da braucht man auch eine gemeinsame Abstimmungsebene. Da braucht man Ressourcen und das alles will irgendwo organisiert sein. Und das kann ich an der und will ich an der Stelle eben auch nochmal sagen, da braucht es eine Priorisierung, sonst verliert man sich nämlich. Und das hat mir heute ein bisschen an der Tagung vielleicht auch nochmal gefehlt. Ich aus meiner Erfahrung, wenn es um Waldentwicklung geht, stelle immer fest, wir brauchen auch Erfolge. Und wenn wir alles nur am Idealzustand messen, dann arbeiten wir uns sauer und dann haben wir keinen Spaß an der Arbeit, sondern wir brauchen dieses große Ziel, das da glaube ich heißt, Wald und Wasser, Hochwasser, Rückhalt. Wir sollten uns vornehmen, das in kleinere Portionen zu zerlegen. Wir sollten uns Prioritäten vornehmen, damit wir die Zeit und die Kurzfristigkeit lässt grüßen, damit wir mit Lust an der Arbeit bleiben und schnell vorankommen. Ja, auf den Rest Unsicherheiten, das ist nicht nur wahrscheinlich oder uns so, sondern ist auch bei unseren Mitarbeitern so. Wenn sie nicht genau wissen, wie die Zukunft wird, dann führt das Ganze zu Unsicherheit. Also das heißt, wir in unserem Bereich Waldentwicklung sind auch, so blöde das klingt, dazu gezwungen, trotz großer Unsicherheit, trotz größerer Wissenslücken irgendwie praktikabel nach vorne zu gehen. Und ich werde versuchen, Ihnen so ein paar Heuristiken mit an die Hand zu geben. Wir wissen es nicht und immer, wenn wir auch in Forstländer gehen oder irgendwelche Diskussionen intern führen, sagen wir immer nein. Wir wissen nicht, wie die Zukunft wird, aber wir haben Ideen, was vielleicht gut ist und wir haben Ideen, was vielleicht schlecht ist. So, ich möchte mit Ihnen vielleicht mal ganz kurz einen Blick darauf werfen, der globale Wandel oder die vielen globalen Wandel. Wozu führt das im Wald? Das führt zu einem Niedergang von Bestockung. Damit meine ich künstliche Systeme. Herr Fraunberger hat es kurz oder es ist an verschiedenen Stellen schon angerissen worden. Die haben sich unsere Vorfahren nicht aus bösem Willen ausgedacht, sondern sie sind aus ihrem zeitlichen Kontext zu verstehen. Aber von denen wussten wir auch, die Fichten, denken wir insbesondere an die Fichten, wir denken an die Kiefern reinbestellen, die in anderen Teilen von Deutschland. Wir wussten, dass diese Bestockungen nicht naturnah sind, dass sie sogar sehr naturfern sind, insofern labil sind und diese Bestockungen sozusagen früher oder später ihre Probleme bekommen im Klimawandel. Wir wussten es, wir hatten auch Konzepte, aber vielleicht haben wir die nicht immer zu jedem Zeitpunkt konsequent auch umgesetzt. Wir haben es aber auch zu tun mit Veränderungen in Wäldern. Und mit Wäldern meine ich jetzt mehr oder weniger naturnahe Systeme, wie jetzt die Buchenwälder. Das ist an einigen Stellen auch schon angesprochen worden. Das muss natürlich uns in Alarmstimmung eben auch versetzen, dass eben nicht nur künstliche Forstökosysteme, sondern auch naturnahe Wälder beeinträchtigt werden. Und wir haben es in Grenzbereichen. Rennland-Pfalz ist ja eines der wärmsten Bundesländer neben Baden-Württemberg. Das hat eben auch schon in Teilbereichen damit zu tun, dass man sich die Frage stellen muss, ist hier zukünftig oder in nächster Zukunft überhaupt der Wald noch die zukunftsfähige Vegetationsform oder geht das schon irgendwo in Richtung von strauchdominierten Systemen. Das ist einfach wichtig, um sich mal einzuhängen und nicht jedes Phänomen, nicht jeden Borkenkäferbaum sozusagen zu einem Drama zu verwandeln. Das da ist kein Drama, das war absehbar. Das da ist hochdramatisch und bedarf eben unter Umständen anderer Herangehensweisen, um dieses Problem zu lösen. Ich versuche jetzt mal, sie in die Grundsätze unserer Ideen zur Waldentwicklung mitzuführen, nämlich, ich nenne das Ganze jetzt mal als Oberziel, funktionierende Waldökosysteme. Da haben wir zum Teil eben schon Dinge gehört von Professor Schüler, der aus der wissenschaftlichen Perspektive das eben auch beleuchtet hat. Was sind funktionierende Waldökosysteme? Waldökosysteme, funktionierende Waldökosysteme in unserer Breite werden nicht flächig durch Borkenkäfer geschädigt, fallen nicht kahl und erzeugen auch insofern keine Hochwasserspitzen. Das sind funktionierende Waldökosysteme in der Richtung. Funktionierende Waldökosysteme haben Nährstoffkreisläufe, die geschlossen sind etc. pp. Also das heißt, ich hatte eben auch gesprochen, wir brauchen einen Kompass. Wir müssen wissen, was steht zuerst. Und deshalb steht dieses zunächst an alleroberster Stelle, weil wir im Klimawandel nicht zuerst an die Nutzung denken müssen. Die Nutzung resultiert im Wald daraus, dass der Wald funktioniert. Und die Nutzung ist eine resultierende aus einem funktionierenden Wald. Dann kann man sich eben auch überlegen, reichert man den an mit ein paar Nadelbaumarten, die sozusagen eben für klassisches Bauholz tauglich sind. Aber im Fokus, im Fokus, das sage ich hier nochmal, muss eben auch stehen, dass wir erst mal auf den Wald als gesunde Bestockung, als Vegetationsform schauen. Wir haben vielfältige konkurrierende Ansprüche. Das muss man eben auch nochmal sagen. Wir reden heute über den Hochwasserschutz. Wir haben heute früh von Professor Werk auch so andeutungsweise Thema Biodiversität, nutzungsfreie Wälder. Auch ein wichtiger Aspekt. Wir haben die Holznutzung und das alles auf einer Fläche. Wir haben heute einen speziellen Fokus, aber wenn es um Waldentwicklung geht, dann ist natürlich alles mit zu berücksichtigen. Das macht natürlich die Geschichte nochmal eben wichtiger. Zielorientierte, rationale Bewirtschaftung, also aus dem Bauch raus irgendwas zu machen, ist glaube ich eben nicht der Weg, sondern da braucht es letzten Endes einfach einen klaren Fokus. Was ist hier an dieser Stelle wichtig? Wo ist die Wasserspende, wo ist der Wasserrückhalt wichtig? Aber auch, wo haben wir heute und auch in Zukunft Gunststandorte, in denen wir über Holzproduktion reden? Ich sage das bewusst. Ich glaube, ich brauche mich hier an der Stelle, Sie merken das schon, ich bin ein ökologisch bewegter Mensch, aber ich denke auch, wir sollten das klar benennen. Die Holznutzung ist auch im Klimawandel ein ganz wichtiger Punkt. Nicht die einzige Rechtfertigung, aber ein wichtiger Aspekt. Und insofern, jetzt komme ich nochmal anschlussfähig an das, was Professor Schüler eben auch hier gesagt hat. Wir müssen uns von der Kielwasser-Theorie, denke ich, ganz klar verabschieden. Das Ganze funktioniert nicht mehr in Fortfolge einer Holznutzung. Und insofern ist das natürlich auch für uns in der Forstplanung ein ganz wichtiger Punkt, auch ein ganz wichtiger, ich will jetzt nicht von einem Paradigmenwechsel, aber von einem Perspektivwechsel vielleicht auch sprechen, dass wir nicht nur Holznutzung planen, sondern dass wir wirklich ganz spezifisch, dort wo es sein muss, ganz spezifisch auf die erforderlichen Wirkungen des Waldes eben auch abheben. Insofern beschäftigen wir uns mit der Unterstützungsfunktion, also mit dem, was ich als funktionierende Walddürzungssysteme beschäftigt habe, genauso wie mit der Wasserspende und mit Holz. und haben jetzt beispielshalber mit der Uni Freiburg auch so ein Projekt zur Stabilisierung von Hangwäldern auch mit betreut, in dem es hier halt um Schutzwaldfunktionen im Hangbereich geht. Also ich denke, meine These, dort wo es extremer wird, wird es wichtiger sein, genau auf das zu gucken, was wir wirklich dort wollen. Wir haben uns in Anbetracht dieser wahnsinnigen Schäden, die wir im Wald haben, dieser wahnsinnig deprimierenden Bilder, die Sie sich vielleicht, wenn Sie von außerhalb kommen, gar nicht so richtig vorstellen können, zum Teil 100 Hektar Kahlfläche am Stück, eben trotz alledem vorgenommen, dass wir uns jetzt nicht so sehr auf die Schadensbeseitigung kaprizieren, sondern dass wir uns zum Thema Waldentwicklung bei Landesforsten ganz breit aufstellen und dass wir in dem Maße, in dem wir versuchen, diese Kahlflächen wieder zu bestocken, auch genauso und mit genau der gleichen Intensität in diesen vorwiegend Nadelbaumbeständen hergehen, die im Moment noch ganz gut aussehen, die im Moment auch noch ganz stabil dastehen, aber die die nächsten Opfer des Klimawandels sein werden. Auch das sind künstliche Bestockungen, wenn ich mal an großflächige Douglasienwälder denke oder im Hunsrück hat zum Glück der Borkenkäfer noch gar nicht so großartig zugeschlagen. Also das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht auf die Katastrophe wartet, sondern jetzt ambitioniert auch drangeht. Und das haben wir eben gehört. Im Wald ist halt einfach die Kahllage ein Treiber für Oberflächenabfluss, für Hochwasserspitzen. Also insofern muss unser Impuls eigentlich dahin gehen, dass wir die Kahlflächen der Zukunft, soweit es irgendwie geht, zu vermeiden helfen. Da haben wir probate Mittel, die heißen Vorausverjüngung mit Buche, mit Tanne, mit Linde oder mit Heinbuche, je nachdem, was der Standort hergibt. Aber das ist wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Die Stärkung der Anpassungsfähigkeiten. Jetzt kommen wir im Prinzip auf ein Stück weit sehr ernsthafter Klimaresilienzvorsorge. Bernhard Fraunberger hat es eben am Beispiel des Forstamt des Sohnwalds gesagt. Bernhard, du hast die Naturverjüngungskomponente vorne rausgestellt. Die ist, denke ich, auch ganz wichtig. Ich will Ihnen unsere Strategie der Waldentwicklung im Klimawandel mal hier an dieser Baumartenpyramide erläutern. Wir in Rheinland-Pfalz, ich habe Ihnen eben gezeigt, wir halten nichts davon, jetzt nach Verlust der Bestockung Fichte wieder neue Bestockungen hinzustellen. Also im Prinzip die Fichte durch eine korsische Schwarzkiefer oder durch irgendwelche anderen Baumarten von sonst woher zu ersetzen, sondern wir entscheiden uns ganz bewusst für die Anschlussfähigkeit an die Waldökosysteme, an die Baumartenzusammensetzung, die wir jetzt haben. Deshalb ganz große Basis hier standortsgemäße heimische Hauptbaumarten. Für uns ist ganz wichtig, dass wir auch mit Blick, es ist eben schon mal gesagt worden, Herr Professor Schüler hat es auch angedeutet, die Buche, unser Hoffnungsträger, vor zehn Jahren hätten wir uns gesagt, wir legen die Hände in den Schoß, die Buche kommt, typisches Beispiel Felser Wald, da jauchzt mir das Herz, wenn ich durchfahre, überall kommt die Buche und wir wären vor kurzem noch sehr zufrieden gewesen mit der Situation und ich muss Ihnen sagen, heute gehen wir eigentlich überall hin und sensibilisieren die Kollegen für das, was uns bei der Buche möglicherweise bevorsteht. Wir haben viel Zeit investiert in eine Buchen-Austriebsbonitur im letzten Jahr, um mal rauszubekommen, wie sieht es denn mit der Buche aus, also mit der Buche sieht es keinesfalls so aus, dass wir uns von ihr verabschieden müssen, aber wir glauben, es ist klug, zu der Buche die heimischen Mischbaumarten, die Ahornarten, die Linde und insbesondere die Eiche, wurde eben auch schon genannt, immer in kleinen Mischungsanteilen mit dazuzunehmen. Also Hauptstrategie, anstatt auf irgendeine künstliche Bestoppte, in die Forschung zu gehen ist, trockenheitsertragende heimische Baumarten in einer geringen Dosierung überall mit dazuzumischen. Das führt dazu, das ist auch eben schon mal angesprochen worden, das führt nicht dazu, dass wir jetzt bei der Buche einen Tapferkeitsanfall bekommen und den Selbstmordplan aus Angst vor dem Tod, nein, das soll alles ganz kleinräumig eben auch beigemischt sein in kleinen punktförmigen Strukturen, in kleinen, ich sage mal, Loch hieben, so in der Art, dass man eben hier die Mischungsintensität im Wald ein Stück weit erhöht. Wir haben, muss man eben auch dazu sagen, wenn wir durch den Zonenwald laufen, haben wir vielfach in den alten Buchenbeständen, vielleicht mal eine Eiche, aber ansonsten ist das in der Jugend, in der Verjüngung vielfach diverser als in den älteren Beständen und ich denke, da müssen wir eben auch, da müssen wir zugreifen. Ich will, damit ich irgendwo in der Zeit bleibe, ich bin schon nicht mehr in der Zeit, auf die ergänzenden Baumarten hinweisen. Sie haben die Diskussion alle verfolgt, im Klimawandel sind natürlich Heilsbringer die Baumarten, die von sonst woher kommen, aus Südosteuropa und von vielleicht noch weiter her. Es ist aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir diese Versuche machen, in einem ganz bemessenen Umfang. Also im Moment ist das so, dass die Forstländer so in einem Prozentbereich zwischen zwei und fünf Prozent mit Baumhaseln, mit Schwarzkiefer, immer in wenigen Klumpen, also das heißt, 40 Bäume pro Hektar mal hier und nochmal an einer anderen Stelle damit experimentieren. Der Grund ist einfach der, uns fehlt wahrscheinlich die Zeit, richtige Versuchsanlagen anzulegen und 100 Jahre zu warten, bis wir wissen, aha, die Schwarzkiefer oder der Zögelbaum macht's. Deshalb müssen wir sozusagen Training und Research on the Job, müssen im Prinzip diese Bäume reinbringen und müssen halt gucken, inwieweit sie sich bewähren. Aber Sie sehen, das Ganze spielt sich an der Spitze ab, wird also nicht zu einer prägenden, zu einer prägenden Baumart in den Waldgesellschaften werden, sondern soll mehr oder weniger erstmal eine Randerscheinung sein, damit wir präpariert sind, wenn die Katastrophe, wir hoffen, klopfen auf Holz, dass sie nicht kommt, wenn die Katastrophe auch in der Buche uns ereilt. Ja, Ziel in der Waldentwicklung innerhalb der nächsten zehn Jahre, der nächsten fünf Jahre, alle Kalamitätsflächen ein Stück weit weiter zu bringen. Wir haben es eben gehört, aus der Wissenschaft, die Freifläche ist der Abfluss fördernde Aspekt und unser Impetus ist, diese Freiflächen möglichst effektiv in eine Gehölzbestockung reinzubringen. Und wenn ich jetzt an effektiv denke, dann habe ich auch mit im Kopf effizient zu tun. Ich habe eben schon die Klumpenpflanzung, also die Pflanzung von kleinen Patches eben auch eingeführt. So machen wir das eigentlich bei den Kalamitätsflächen, dass wir wenige Bäume künstlich pflanzen, also maximal so 20 bis 30 Klumpen mit jeweils 40 Bäumen. Und der Rest, Bernhard, da bin ich dir für das Highlighten der Naturverhöhung eben auch dankbar, dass der Rest kann und es wird auch in überwiegender Form durch Naturverhöhung mit dazu mit dazu kommen. Das ist kein Problem, selbst wenn es die in Anführungszeichen böse oder nicht bewährte Fichte ist. Da können wir ruhig schlafen, weil wir ja die Bäume, die wir gepflanzt haben, so gewählt haben, dass sie eben auch den Klimawandel bedingten Veränderungen eben auch entsprechend Rechnung tragen können. Wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich die Förderung im Privatwald. Das macht keiner, diese Mehraufwänderung kann keiner tragen aus dem Holzverkauf, zumal wenn das Holz alle ist, wenn ich meinen Betrieb sozusagen von der ertragreichen Fichte entblößt habe. Und insofern ist das Fördergeschehen ganz, ganz wichtig. Ja, wichtiges Instrument. Es ist auch schon gesagt worden, wir beschäftigen uns mit der Forstplanung und da haben wir als Spezialität in Rheinland-Pfalz eigentlich in der Forsteinrichtung für jeden Betrieb, für jeden Waldort auch eine konkrete Umweltvorsorgeplanung, in der solche Aspekte wie Wasserrückhalt oder auch die Entwicklung von feuchtegeprägten Biotoptypen eben auch eine Rolle spielen. Ich will das hier auch noch mal sagen, wir haben das nur am Rande vielleicht erwähnt, es ist schon von Forstland zu Forstland in unterschiedlichem Maße eben auch so, dass man nicht überall sinnvoll auf jeder Fläche wirtschaften kann, sondern dass wir, der Sohnwald ist da eigentlich ein schönes Beispiel dafür, eben wirtschaftliche Grenzertragsstandorte haben, die jetzt hier im Sohnwald durch Vernässung gekennzeichnet sind. Es macht eigentlich auch wirtschaftlich keinen Sinn, auf der letzten Scholle zu ackern, sondern es macht Sinn, gerade wenn ich Kalamitätsflächen habe, eben auch sich frühzeitig Gedanken zu machen, wo arbeite ich mit höherer Intensität, wo setze ich einen Input und wo lasse ich um Gottes Willen vielleicht mal entweder temporär oder dauerhaft die Finger davon. Das ist, ich sage mal vielleicht, gar nicht so spektakulär, ist aber, ich denke, hier im Forstland Sohnwald eine ganz bedeutende Flächenkulisse und eine bedeutende Maßnahme, die man eben einfach durch nichts tun machen kann, indem man einfach mal die Finger gerade lässt. Und ich glaube, man macht dann auch nicht mal einen großen wirtschaftlichen Fehler. So, ein Ausblick. Wichtig ist, denke ich, aus meiner Erfahrung mit den knappen Ressourcen, die auch immer ein Problem darstellen bei der Wiederbewaldung, bei der Waldentwicklung, dass wir zu einer Identifikation von Einzugsgebieten kommen mit erhöhtem Retentionsbedarf. Das Land ist groß, 200.000 Hektar Staatswald, 800.000 Hektar Wald insgesamt. Und ich denke, in dem Sinne, in dem ich meinen Vortrag eingeleitet habe, sollten wir uns wirklich eine Priorisierung gönnen, damit wir eben auch schnelle Erfolge unter Umständen nicht nur in die Praxis umsetzen können, sondern sie möglicherweise eben auch quantifizierbar machen. Also ich bin ein Freund der Zahlen und ich fände es eben auch ganz gut, wenn man Einzugsgebietsweise vielleicht sich mal ein paar Highlights und ein paar Hotspots raussucht, die bepegelt und wirklich auch mal guckt, wie ist eine rasche Wiederbewaldung, wie ist eine Baumartenwahl, wie sind solche Maßnahmen, die Bernhard Frauenberger genannt hat an dem Erschließungssystem, wie wirksam sind sie und dann bekommen wir vielleicht eben auch raus und das adressiert jetzt hier meinen letztgenannten Punkt, wie inwieweit ist die Gesellschaft eben auch dazu bereit, Transferzahlungen zu leisten und Ökosystemleistungen eben auch zu honorieren. Machen wir uns nichts vor, du hast es gesagt, Bernhard, den Baggereinsatz, der kostet Geld und man kann, glaube ich, nicht einfach erwarten, zumindest dann nicht, wenn man Effekte erzielen will, dass alle Welt da freiwillig mitmacht, da muss man realistisch genug sein, dass da eben auch entsprechende Finanzmittel geleistet werden müssen. Ja, das war meine Tour der Raison, ich habe wieder hoffnungslos zehn Minuten überzogen, hoffe, dass Sie nachsichtig mit mir sind und stehe für die Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, das war natürlich Ökosystemleistung, genau da wollte ich hin, perfekt raus aus dem Kielwasser rein, in das Punkt wirksame ergänzen, habe ich gerade gelernt und wir haben jetzt die letzte Fragerunde auch mit Bernhard Frauenberger. Zwei Mikrofone stehen zur Verfügung, Fragen zu den letzten beiden Vorträgen aus der ersten Reihe, gleich bitte die erste Frage. Ja, vielen Dank, mein Name ist Heiner Elling, ich bin Landtagsabgeordneter und Ortsbürgermeister im trockenen und waldarmen Rheinhessen und habe eine Frage direkt an den Herrn Langshausen. Es gibt ja die Bestrebungen, heimisches Holz massiv als Rohstoff einzusetzen, als Ressource einzusetzen und was ich jetzt hier gerade heute mitgenommen habe, beißt sich das ja meines Erachtens wiederum massiv mit dem ökologischen Gedanken, vor allen Dingen mit dem, ein paar sehr Rückhaltegedanken. Wenn wir das Ganze machen, wir müssen mit schwerem Gerät in den Wald gehen, wenn es irgendwo ökonomisch sinnvoll sein soll, mit Rückgefährten zu arbeiten, mag schön sein, mag auch vielleicht gut anzusehen sein, schön anzusehen sein, aber sicherlich nicht ökonomisch. Wie sehen Sie das? Ist es wirklich dann ein Ziel, dass man dann massiv in diesen Rohstoffverwendung eintritt oder wie soll man da vorgehen? Danke. Also ich denke, was die Holzverwendung angeht, sind die Verhältnisse so ähnlich wie bei der Energie. Auch bei der Energie ist es ja so, dass wir keineswegs sagen können, alles im grünen Bereich, irgendwie stellen wir das Ganze um und wir kriegen das schon hin. Nein, wir müssen umstellen und wir müssen zusätzlich sparen. Und ich denke, da brauchen wir kein Prophet sein, dass sicherlich die Verfügbarkeit von Holz für hochwertige Verwendung auch in Zukunft knapp werden oder knapp sein wird, so muss man sagen. Also es wird auf Deutsch gesagt nicht für eine Holzbauinitiative ausreichen, dass wir in der Bundesrepublik, ich sage mal 50 Prozent der Häuser aus Holz bauen. Also wir müssen sparsamer mit dem Rohstoff umgehen. Da gibt es so eine Initiative, Faktor 10 nennt die sich, das kann man sich auch ganz gut mal so zurechtlegen, der Holzmarkt ist ein internationaler Markt. Was ich hier verbrauche, was es hier nicht gibt, das hole ich sonst woher. Also insofern ist das hochgradig eine Frage der internationalen Verantwortung und ich denke deshalb, auch deshalb, das ist für mich ein Argument, auch auf hochtechnologieorientierte Holzwerkstoffe zu setzen. Ich sage mal, das Rundholzhaus, das sehr viel Holz verbraucht, ist sicherlich nicht der Weg der Zukunft, sondern der Weg der Zukunft wird sein, dass wir möglichst viel, sagen wir mal, ordentlich nutzwertiges Holz produzieren, das dann in hochtechnologische Holzbaustoffe mit geringen Querschnitten, mit geringem Materialverbrauch eben auch umgesetzt wird. Was wir ein bisschen überdenken müssen, ist denke ich, das ist ja ein Trade-off. Das Holz kann ich nur einmal verwenden. Ich glaube, wir werden es dringender brauchen in der Bauwirtschaft, als dass wir es im Brennholzsektor brauchen. Deshalb ist für mich, weil es einfach dort andere Stoffe substituiert, weil es einfach vermeiden, Energieinput in Zementherstellung, in Glas, in Aluminium vermeiden wird. Deshalb bin ich eigentlich dafür, dass wir gucken, dass wir möglichst viel, ich sage mal, nutzbares Holz im Wald bereitstellen. Und dann kann die Gesellschaft sich überlegen, machen wir das mit dem Holz oder machen wir es ohne Holz? Also ich denke, auf der anderen Seite, Waldentwicklungskonzepte, die, ich sage mal, auf die Nichtnutzung als Mittel der Wald zielen, die sind spätestens seit dem 24. Februar von gestern. Das werden wir uns wahrscheinlich als Gesellschaft nicht leisten können. Prof. Kronold, hat er sich gemeldet? Ja, vielen Dank, dass ich nochmal darf. Also ich fand beide Vorträge wirklich sehr, sehr gut. Dankeschön dafür. Sie haben, Herr Fraunberger, das Thema der Infrastrukturen, der Gräben angesprochen, auch der Wege. Und da haben wir in den Wäldern ja noch eine dritte Infrastruktur, nämlich die Rückegassen. Und die verlaufen ja oftmals auch senkrecht zum Hang. Das heißt, die könnten eigentlich genauso wirksam sein, also im Negativen wirksam sein, wie das, was Sie uns gezeigt haben mit diesem senkrecht verlaufenden Weg, mit dem Weg seitengraben. Und vielleicht können Sie da noch ein paar Worte dazu sagen, wie man damit umgeht, ob es da hier Probleme gibt. Und das andere, die anderen ganz kurzen Fragen an den Herrn Langshausen, also jetzt zunächst mal übergeleitet von dem, was Herr Fraunberger gesagt hat, zu der Spontanbestockung mit Birke. Ja, ich war mal mit dem Jan Schultheis im Sohnwald und ich fand das gigantisch. Also große Birkenbestände, die sind auch richtig schön, die sind richtig schön. Und da, und ich denke jetzt an Ihre Pyramide, also was die Baumarten angeht, da ist das Stichwort Pionierholzart gar nicht aufgetreten. Können Sie dazu noch etwas sagen, ob das nicht auch konzeptionell einbezogen werden musste? Also dass man sagt, man könnte auch mit Birke und man kann mit Aspe kann man auch Wertholz erzeugen, wenn man so ein bisschen Waldpflege betreibt und das sollte nach meinem Dafürhalten auch eine gewisse Rolle spielen. Dann hatten Sie auch gesprochen von standardsgemäßen Baumarten, ist ja eine Formel, die allgemein gültig ist und auch richtig ist, aber ich denke, man muss die Bestockung mit Wäldern auch von der genetischen Seite her sehen. Also Baumart ist ja nicht gleich Baumart, sondern wir haben Wissen, dass wir bei der Buge ein riesengroßes genetisches Spektrum haben, also mit sehr großem Anpassungspotenzial und ich denke, dass man auch von der Seite noch viele Erkenntnisse braucht, aber ganz, ganz schnell und dann, dass man mit entsprechenden Genomen oder genetischen Herkünften dann auch auf die entsprechenden Standorte geht und dann wird das Spektrum für einzelne Baumarten dann plötzlich viel, viel größer, was die Passung angeht. Ja, und dann vielleicht nur ein allerletzter Punkt. Sie haben von den Kahlflächen gesprochen, auch mit Bestockung, dass da gepflanzt wird in Gruppen und so weiter, ist sicher eine gute Sache. Wie sieht es denn eigentlich mit der Saat aus? Also das hat ja früher eine große Rolle gespielt, also Birkensaat auf Schnee zum Beispiel. Wenn kein Schnee mehr da ist, geht es nicht. Aber man kann ja heute sicher möglicherweise auch mit Drohnen Mischsaaten ausbringen. Na, ich sage das jetzt mal so. Mischsaaten ausbringen ist relativ günstig und wenn da nur ein paar Arten etwas werden, ist es kein großer Verlust. Also im Vergleich zu den Bepflanzungen ist es ja eigentlich, wäre das mal ein Versuch wert an verschiedenen Standorten. Dankeschön. Ja, zur Frage 1. Die Rückegassen, habe ich auch Videos, ist hier bei uns natürlich mit unseren geologischen Voraussetzungen. Wir sind überwiegend auf diesen Pseudogleichstandorten. Genauso auch ein trainierendes System, muss man sagen. Da läuft massiv das Wasser raus, auch bei schwächeren Regenereignissen, bei für uns völlig legitimen Befahrungen. Und da sind wir genau an diesem Spagat, den ja Forstwirtschaft irgendwie betreiben muss. Irgendwie muss es für die Waldbesitzenden rentabel sein. Irgendwo muss es finanzierbar sein. Auch wir setzen schwere Maschinen ein mit inzwischen Breitreifen von über 1000 Millimeter, also über einem Meter. Und trotzdem läuft bei einem Regenereignis das Wasser über diese Erosionsrinnen, die sich eben durch die Bodenverdichtung bildet. Bei völlig konformen, auch FSC-konformer Befahrung läuft das Wasser natürlich bei unseren geologischen Verhältnissen bei Regen über die Rückegasse raus. Das ist so. Und da braucht es gar nicht viel Hangneigung. Da reicht schon ein leicht geneigter Hang. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn das passiert und das Wasser läuft in den wegebegleitenden Graben, dass wir es dann zumindest an anderer Stelle wieder in den Wald einleiten und es eben nicht über den wegebegleitenden Graben in den Vorfluter und nach draußen führen. Das ist so ein bisschen der Spagat. Weiterer wichtiger Punkt für uns. Wir wollen zukünftig auch mehr mit Seilkranarbeit uns anfreunden. Auch Seilkranarbeit in der Ebene, die man ja normalerweise nur aus dem Hochgebirge kennt, sprich die Befahrungsintensität weiter reduzieren. Wichtiges Thema, das Rückegassennetz alle 40 Meter, dass man wirklich auch nur auf den Bereichen fährt, die dafür vorgesehen sind. Aber auch da muss man ehrlich sein, wenn man sich die Schummerungskarten der letzten Jahrzehnte anguckt und mal die in oberen Bereich wegguckt, sieht man natürlich auch, wie früher gefahren wurde. Dann hat man sich über diese Themen nicht so viel Gedanken gemacht. Und diese Schäden sind ja weiterhin da. Die sind ja nicht weg, nur weil wir nicht mehr fahren. Die sind auch weiterhin da und führen natürlich auch zu einer Tränagierung. Das ist so. Also auch da gibt es interessante Videos. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch die FHWF mit diesen Matten, glaube ich, am Forschen ist. Wir versuchen eben auch, Befahrung weiter zu reduzieren. Ich mache kurz und knackig an der Frage der Birkenvorwälder oder der Vorwälder ganz allgemein weiter. Herr Konold, das ist für uns ganz integraler Bestandteil der Wiederbewahrungsstrategie. Wie gesagt, das, was uns natürlich geboten wird, ist umso besser. Und wenn es Birken sind, dann nutzen wir die eigentlich in der Regel als Vorwälder, um später, Sie werden das vielleicht mal bei der Exkursion eben auch sehen, um die Schattbaumarten, die sukzessional im Prinzip dann sowieso folgen würden, die Buchen oder die Weißtanne oder sonstige Schattbaumarten, die eben dorthin passen, dann im Nachgang einzubringen oder eben auch nicht. Also wir versuchen tatsächlich, uns so ein bisschen das Arbeitsfeld aufzuteilen. Dort, wo Birke kommt, können wir im Prinzip eigentlich schon mal einen grünen Haken dran machen und machen das jetzt nicht so wie früher, dass wir sozusagen echt wirklich viel Aufwand hatten, die Eiche gegen die Birke durchzubringen, sondern wir lassen dann die Birke laufen. Die gibt schöne Wälder. Und dann können wir ja immer noch mit der Schlusswaldbaumart kommen. Also das zur Birke, die ist tatsächlich Element. Ich habe sie nicht genannt. Wir können gerne auch noch mal einen Anschluss bilateral drüber sprechen. Sie hatten die breite genetische Vielfalt unserer Baumarten auch angesprochen. Ich sage mal, das ist immer so eine Frage der Player, die im Moment mal das eine oder das andere befürworten. Hier ist Ihr Aspekt mit aufgenommen, Herr Kornholt. Alternative Herkünfte heimischer Baumarten. Wir denken da an die Tanne. Wir denken an die Buche aus dem südosteuropäischen Bereich. Also das sind Linien, die wir verfolgen und die wir in der Regel mit anderen Institutionen, die Bayern sind da in der Regel mit ihrem Amt für forstliches Saatgut sehr aktiv drin, wo wir ein Stück weit die Szene beobachten und dann, ich sage mal, im Moment noch nicht sonderlich aktiv sind, mit außer deutschen Herkünften, zum Beispiel der Buche. Was wir allerdings tun, wo wir uns sehr stark aktiv darum kümmern, ist die genetische Breite des Materials, das wir jetzt schon einsetzen. Also im Moment ist es so, das nervt die Kollegen aus der Praxis wahnsinnig, dass wir für die Hauptbaumarten eigentlich nur noch Material im Staatswald aus begleiteter Aussaat eben auch verwenden. Das heißt, aus solchen Beständen und aus solchen Erzeugungsverfahren, in denen wir eine breite genetische Basis eben auch tatsächlich kontrolliert haben. Also für die seltenen Baumarten ist es so, da hat dankenswerterweise die FHWF schon vor vielen Jahren Samenplantagen angelegt. Und alles, was wir bei der Elsbeere, beim Speierling, bei der Mehlbeere, alles, was wir rausbringen im Staatswald, kommt alles aus dem erzeugten Material der FHWF. Und da sind wir wahnsinnig froh drum, dass wir im Prinzip sagen können, ist für die Kollegen in der Praxis, Herr Kohn, halt wahnsinnig schwierig, wenn Sie das nicht bekommen und Sie unter Umständen vertröstet werden auf das nächste Jahr. Aber wir können mit Fug und Recht behaupten, was wir machen, ist super und ist super von der genetischen Breite. Und jetzt habe ich aus der Begeisterung, ach, jetzt habe ich es wieder, die Saat. Zu der Saat muss man wissen, dass im Moment ein eklatanter Mangel an vernünftigem Vermehrungsgut in der herrscht. Und dass wir, ich sage mal, in vielen Fällen einfach die Anzuchterfolge bei der Freilandssaat, die sind halt einfach miserablich, sodass man sagen muss, das ist eigentlich für das Material zu schade. Es gibt einzelne Bereiche, die Erfahrungen mit Eiche sind eigentlich nicht so sonderlich gut, selbst wenn man viel Material hat, weil da Prädatoren unglaublich viel fressen. Wo wir es machen und wo es, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, ist bei der Weißtanne. Da haben wir viel Erntemenge in den letzten Jahren dankenswerterweise durch das Engagement der FAWF auch geerntet und haben jetzt den Forstländern mit so einem kleinen Merkblatt eben die Möglichkeit geboten, Weißtannensaat eben auch zu machen. Da ist eine kleine Anleitung dabei, wie stratifiziert man das Zeug oder wie lässt man es quälen und wie bringt man es aus? Und das funktioniert eigentlich bei der Weißtanne ziemlich gut. Ich habe mir auch als Privatfahrtbesitzer so ein Päckchen gekauft und habe es gemacht. Also ist eine prima Sache. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen auf die Zielgerade dieser Fragerunde. Einmal noch das hintere Saalmikro und dann noch eine Frage vom vorderen Saalmikro. Und dann gibt es noch ein Schlusswort von Professor Jedecke. Danke. Ja, danke. Nochmal ich. Stefan Kreft, Naturwold Akademie Lübeck. Ja, vielen Dank auch für die tollen Vorträge. Auch wieder ja unheimlich facettenreich. Gleichwohl muss ich sagen, dass es mir schwerfällt, die ernsthaften Antworten auf die Herausforderungen zu sehen. Mir fehlt vor allem die ökosystembasierte Herangehensweise, also viel Technisches. Ich will aber vor allen Dingen noch einmal auf den vielleicht dringendsten Handlungsbedarf eingehen, nämlich die Behandlung der Kalamitätsflächen. Einerseits Aussahmung von Birke wurde jetzt gelobt. Andererseits habe ich gelesen und auch mehrfach gehört heute, dass es vor allem darauf ankommt, solche Flächen schnell wieder zu begrünen. Das macht Wald seit vielen Dutzenden von Jahrmillionen ja selbst. Und ich glaube, man kann, also Bäume wachsen auch nicht schneller, wenn man an ihnen zieht. Im Gegenteil, zum Bepflanzen von Kalamitätsflächen muss ich die Flächen räumen. Sonst darf ich gar nicht drauf, wegen Arbeitssicherheit. Und das haben wir wiederum auch gehört heute, dass es nicht gut ist für die Flächen. Alleine schon wegen der Rauigkeit der Flächen. Dann kommt auch noch Austrockung dazu. Und das wird im Moment intensiv beforscht. Und es ist, denke ich, schon jetzt klar geworden, dass die Pflanzungen ein großes Risiko eingehen, auch gleich wieder einzugehen. Insofern, ja, da habe ich meine Zweifel, ob dieses Initiieren von Kalamitätsflächen hier ein gutes Beispiel ist als angemessene Antwort auf den Klimawandel. Ich versuche mal eine Antwort, wenngleich keine Beweisführung. Also der Punkt ist der, dass wir für uns festgestellt haben, also in großen Teilen war einfach die Nutzung auch dieser Bäume, die ja abgestorben waren, das sind ja keine Kahlschläge in dem Sinn, für uns und für den Holzmarkt eben auch eine wirtschaftliche Möglichkeit. Und das halte ich auch für eine zulässige Vorgehensweise. Und wenn man jetzt an die riesigen Kahlflächen denkt, an die 100 Hektar, die wir zum Teil durchgängig haben, dann haben wir einfach für uns entschieden, dass das Zuwarten, bis die ganze Sache aus der sukzessionalen Entwicklung gekommen ist, das kann halt manchmal, Sie haben völlig recht, es wird irgendwann zu Wald. Und da ist die Frage des zeitlichen Horizontes, den man sich gönnt, ist halt die entscheidende, die man durch Konventionen eben auch ändern kann. Was wir festgestellt haben, wir haben es häufig mit Vegetationskonkurrenz zu tun, die sehr lange auf der Stelle tritt. Wenn ich jetzt im Westerwald zum Beispiel an den Adlerfahren denke, da sind zehn Jahre nichts, die unter Umständen dann vergehen, um da Fuß zu fassen. Ich gehe mal von der anderen Seite ran. Wie gesagt, ich kann keinen Beweis führen, dass das die beste aller Möglichkeiten ist. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir keine Flächenräumung betreiben. Also so gruselige Bilder, in denen da nichts mehr drauf ist, das ist nicht unser Weg. Sondern wir haben in Forstamt Hachenburg, die Kollegen haben sich da viel Mühe gemacht, am forstlichen Bildungszentrum mal so Szenarien mit Stammholznutzung, mit gar keiner Nutzung. Also sie haben sehr viel experimentiert und da kann man aus unserer Sicht durchaus auch drüber reden, wie viel nutze ich von dem Totholz. Aber uns ist wichtig, das will ich auch nochmal herausstellen, dass wir den Punkt gesetzt haben. Also uns sind diese 20 Klumpen und wenn es nur zehn Klumpen sind, wichtig, um einfach im Hinblick auf das, was da kommt, was wir nicht wissen, mit einer Baumart versehen zu haben oder mit mehreren Baumarten versehen zu haben, von denen wir denken, da haben wir unserer Verantwortung Genüge getan. Wenn da nur Fichte kommt, das kann, der Natur ist es egal und uns wäre es auch in den Zwischenfeldern völlig egal, selbst wenn wir sagen, die frisst der Borkenkäfer auf. Aber die zehn Klumpen machen unter Umständen den Unterschied, weil die in der Lage sind, ich sage mal die Beimpfung der Fläche mit standortsheimischen Baumarten, mit Baumarten, die irgendwie der Hitzestand halten. Also das ist für uns einfach eine Entscheidung gewesen, dass wir gesagt haben, das ist für uns ein Weg einer, wie wir meinen, Risikominimierung, diese großen zusammenhängenden Flächen mit der natürlichen Entwicklung anheimen fallen zu lassen. Wir machen das ja, wir haben Naturwaldreservate ausgewiesen in dem Bereich, um das einfach auch mal zu beobachten. Ist, denke ich, ganz, ganz spannend, ist ja ein ganz anderes klimatisches Regime, als im Bayerischen Wald oder im Nationalparken, wo wir es haben, wir haben es im Nationalpark. Also insofern, wenn wir, kann ich Ihnen sagen, wenn wir feststellen, das ist eigentlich gar nicht so, wie wir befürchtet haben, dann würden wir es, und die ökonomischen Rahmenbedingungen sind so, dann würden wir es nicht, würden wir es nicht ablehnen. Also es sind rein pragmatische Überlegungen, die uns dazu führen. Wenn ich das noch unterstreichen darf für den Bereich hier, also wir machen auch keine Flächenräumung. Wir haben natürlich nicht diese riesengroßen Kahlflächen wie im Westerwald. Das war hier vor 30 Jahren, aber hier gibt es keine Flächenräumung. Das Material verbleibt auf der Fläche. Umgekehrt gesprochen, wenn man mal rechnet, auch wir pflanzen punktwirksam. In Rheinland-Pfalz ist das eben der Klumpen. Ich sage immer zwischen 10 und 15 Prozent. Umgekehrt gesprochen, 85 bis 90 Prozent der Fläche wird der natürlichen Verjüngung überlassen. Man muss ja immer die Frage, von welcher Perspektive man an die Frage rangeht. Deswegen sage ich immer, der Schwerpunkt liegt auf der Naturverjüngung. Bei uns 85 bis 90 Prozent und 10 Prozent wird klumpenweise insbesondere bei uns die Eiche als Baumer, die hier eben, denke ich, auch eine Zukunft hat, ergänzt und gepflanzt. Und das kann auch ich gut vertreten und vertreten vor allen Dingen, muss ich auch sagen, unsere Kolleginnen und Kollegen, die seit vielen, vielen Jahren hier oben den Wald betreuen dürfen, die alle sehr nah an den ökologischen Abläufen dran sind, die vor allen Dingen noch diese Katastrophen aus den 1990er Jahren live miterlebt haben. Von daher bin ich da guten Gewissens und glaube, das ist eine Kombination, wo man verschiedene Systeme miteinander verschmelzen kann und verschmelzen muss. Es geht um die Risikostreuung, was Joachim Langshausen gesagt hat. Und ich glaube, das ist ein gangbarer Weg, der hier in Rheinland-Pfalz gelebt wird. Dankeschön. Danke, dass ich nochmal eine Frage stellen darf. Danke für die tollen, kurzweiligen und informativen Vorträge, die ich den Inhalt als Biologin unterschreiben kann. Aber die Frage muss ich stellen, aus eigener schlechter Erfahrung und vielleicht auch als Journalist, ist das denn, was hier gefordert wird auch und notwendig ist, in der Breite der Gesellschaft angekommen? Oder bedarf es da mehr Aufklärungsarbeit? Stichwort aus eigener schlechter Erfahrung zum Teil, Wasser im Wald halten, oh, da entsteht ja ein Sumpf, da sterben Bäume ab, da hole ich mir beim Joggen nasse Füße. Genau, bedarf es da noch weiterer Aufklärungsarbeit? Ist das in der Breite angekommen, was notwendig ist und wird in Zukunft? Also ich denke, wenn wir ehrlich miteinander umgehen, dann spreche ich für unsere Firma, sage ich jetzt mal so, für Landesforsten Rheinland-Pfalz. Aber ich denke, ich habe es ja auch am gesellschaftlichen Wandel eingehängt. Und ich denke, einer muss mal anfangen, mit seinem spezifischen Zielsystem das zu vertreten. Wir haben andere Rahmenbedingungen als private Waldbesitzer, wir haben andere Rahmenbedingungen als Kommunalwaldbesitzer, für die, ich sage mal, die Einkünfte aus Holz mehr oder weniger eine größere Rolle spielen. Also ich kann Ihnen auf Deutsch gesagt nicht garantieren, dass alles gut wird, nur weil wir die Konzepte haben und sie beraten und vertreten, sondern es gibt verschiedene Bausteine, die eben wichtig sind, die jetzt noch dazukommen. Ich hatte das Förderregime eben auch genannt. Wir haben im Moment eigentlich ordentlich Fördergeld, um private Waldbesitzer da auch zu überzeugen. Die machen das, machen das auch. Also das ist wirklich toll, wie Sie auch auf die Klumpenpflanzung eingehen. Also das heißt, große Teile der Fläche nicht mehr mit rein durchziehen. Also in Rheinland-Pfalz kann ich sagen, ist das schon eben auch angekommen. Aber man muss natürlich bedenken, jetzt nehmen wir mal die Förderung. Im nächsten Jahr ist die Fichte weg, die Buchen sind gepflanzt, meine Leute bezahlt für das Pflanzen der Buche und dann ist Essig. Also das heißt, wir müssen da schon dranbleiben, dass eben auch, ich sage mal, ich bewundere die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft, in der Landwirtschaft ist in der letzten Legislatur ja dieser Dialog mit dem Naturschutz zustande gekommen. Diese Zukunftsplattform Landwirtschaft, da hat man sich sehr intensiv eben auch über die Zukunft des Förderwesens auch auseinandergesetzt. Und das würde ich mir eigentlich auch für die Forstwirtschaft wünschen. Es gibt kein Geld für nichts, das muss immer der Grundsatz sein, sondern es gibt nur Geld für eine Leistung und da kann man eben auch drüber diskutieren. Und dann kann ja jeder, dann kann derjenige, der aus dem letzten Quadratmeter noch das letzte Douglasienbrett erzeugen will, der kann sich das ja überlegen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man damit viele Menschen gewinnen wird. Vielleicht noch als Ergänzung zum Thema Wasser. Ganz wichtiger Punkt. Die Diskussionen sind nämlich interessant. Also es sind ja heute auch Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister hier. Wir haben natürlich den Vorteil, dass alle Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, sind alle im Staatswald gelaufen. Sprich, die Finanzierung war sichergestellt und es waren immerhin in diesen zwei Jahren rund 300.000 Euro, die da reingeflossen sind. Aber die Sensibilisierung für das Thema bei den Kommunen ist riesig, weil natürlich schon wahrgenommen wird, dass der Wald oben eine zentrale Rolle beim Thema Hochwasserschutz, wo wir ja auch herkommen, spielt. Umgekehrt gesprochen hat man häufig heute die Diskussion, dass der Wald so unordentlich ist und die Gräben so dreckig sind. Also das ist wirklich paradox. Wir sprechen wirklich im nächsten Atemzug darüber, dass ja früher alles viel ordentlicher war. Und in den Gemeinden ist es auch schwierig, das zu vermitteln, dass man 100 Jahre lang links rumgelaufen ist und jetzt auf einmal laufen wir rechts rum. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, diesen Dialog wertschätzend zu führen, dass man es nie anklagend macht, dass man auch nie das aus der Zeit heraus vergisst zu betrachten, warum es denn damals so war, wie der Joachim eben gesagt hat, das waren ja keine bösen Menschen. Da waren andere Zielsetzungen, ein anderes Wertesystem in unserer Gesellschaft. Und das muss man bei diesen Diskussionen ganz, ganz wichtig immer mit betrachten und muss die Leute mit in den Dialog einbinden. Gerade die kommunale Familie sind für uns hier im Sohnwald ganz, ganz wichtige Partner. Mit Markus Lüttger und mit den anderen Verbandsbürgermeistern arbeiten wir ganz eng zusammen, um genau diesen Paradigmenwechsel und dieses Paradoxon, der unordentliche Wald, aber auf der anderen Seite der Wasserrückhalt oder auch die Holzproduktion oder auch die Fledermaus oder auch der Storch. Alles das müssen wir ja irgendwie sicherstellen. Das funktioniert aus meiner Sicht nur in einer dialogorientierten Gesellschaft, wo man wirklich versucht, Konsenslösungen zu finden und sich weniger damit zu beschäftigen, der Gegenseite zu sagen, was sie falsch macht. Und ich glaube, das müssen wir bei unseren Diskussionen immer beachten. Bevor wir, jawohl, bevor wir, bevor wir, bevor wir, bevor wir jetzt wirklich zum Schluss auch kommen, eine allerletzte Frage und die ist am hinteren Mikro mit Bitterum Vorstellung und dann kommen wir zum Fazit. Also mein Name ist Jens Bramenkamp. Ich bin vom Stadtforst Neustadt an der Weinstraße und ein Thema ist mir eigentlich heute noch ein bisschen zu kurz gekommen oder ein einziger Punkt in dem ganzen Aspekt, den wir heute besprochen haben. Und zwar geht es mir um die Wasserversorgung der Kulturen, der Jungflächen. Wir haben ja jetzt nun sehr, sehr viele Kahlflächen, die aufgeforstet werden. Wir haben im Pfälzer Wald ziemlich Glück gehabt. Wir können uns nicht vergleichen mit Wäldern wie im Westerwald zum Beispiel. Aber der Herr Professor Schüler ist ja noch dabei und deshalb zielt meine Frage nicht unbedingt jetzt auf die beiden Referenten, sondern insgesamt vielleicht an die Referenten, die wir heute gehört haben. Gibt es Forschungsansätze, gibt es Forschungsergebnisse schon, was die Wasserversorgung, Bewässerung, dass das Hochkommen der Kulturen in den nächsten Jahren angeht? Wir haben ja, wie gesagt, viel zu tun. Wir werden mit vielen Kulturflächen zu tun haben und da mache ich mir große, große Sorgen um die Vielfalt, die wir dort haben. Wir werden uns ja nicht nur mit einer Baumart beschäftigen, sondern mit vielen Baumarten beschäftigen und die unterschiedlichste Ansprüche an die Wasserversorgung haben. Es gibt ja verschiedene Ansätze schon, wieder zu düngen vielleicht mit vernünftigen Mitteln, vielleicht Stokosorb mit der Versorgung der Wurzeln. Gibt es da entsprechende Forschungen, vielleicht auch schon von der FAWF? Gibt es da Ergebnisse für uns Praktiker? Wer kann das verantworten? Ich hatte eben schon mal erwähnt, dass wir versuchen natürlich, das auszunutzen, was uns die Natur gibt. Also es wird, ich denke mal, wir stehen nicht dahinter, dass wir zum Beispiel eine Kultur künstlich bewässern. Aber wenn ich jetzt draußen, wirklich draußen rumgehe und mir zum Beispiel die Buchen-Naturverjüngung ansehe, selbst wenn die Altbestände oben Trockningserscheinungen haben, die Buchen-Naturverjüngung ist im Augenblick immer noch grün unten drunter. Die wird sich auch weiterhin entwickeln, die wird auch nicht so einfach ausfallen. Also so extrem ist das Klima tatsächlich noch nicht. Was geschehen kann, ist natürlich, dass diese Buchen, die jetzt aufwachsen, unter dem permanenten Trockenstress, dann keine, nicht mehr die Endhöhen erreichen, die wir im Augenblick gewohnt sind, dass die zu erreichen werden. Wir werden bestimmte Wald in Grenzbereichen, das hat Herr Langshausen ja darauf hingewiesen, dass wir in Grenzbereichen unter Umständen uns damit abfinden müssen, dass nicht mehr großartige Produktionswälder entstehen, sondern mehr so eine Art halbhoher Wald oder unter Umständen bis hin zu einer anderen Vegetationsgesellschaft. Also damit werden wir leben müssen. Was das Thema Düngung angeht, auch da werden wir nicht auf künstliche Düngemittel setzen. Was wir machen, ist aber ein Nährstoff-Nachhaltigkeitsprogramm fahren. Das heißt also, es wird in Abhängigkeit von der Nährstoffversorgung aus den Standorten, aus der Mineralbodenverwitterung, wird entschieden, wie viel an biologischem Material, an Holzmaterial im Bestand bleibt, der sich wieder zersetzen kann und zur Wiederernährung zur Verfügung steht. Und das ist ein sehr ausgeklügeltes System. Das ist also wirklich, da können Sie im Prinzip in unser IT-System gehen und jeder Förster draußen kann da abrufen, wie viel darf ich denn hier an Biomasse entnehmen und wie viel Biomasse muss im Bestand bleiben, damit ich diese Nährstoff-Nachhaltigkeit erzeuge. Also das ist im Prinzip der Weg, den wir gehen und nicht jetzt über künstliche Bewässerung oder künstliche Düngung oder sonst wie einen Bestand zu erzeugen, der wahrscheinlich sowieso keine Zukunft hätte. Damit müssen wir ja auskommen. Wir können ja im Prinzip nicht für die nächsten 300 Jahre oder 250 Jahre davon ausgehen, dass wir jetzt permanent Wasser nachführen oder Düngemittel nachführen. Also das wird nicht sein. Wir werden mit dem arbeiten müssen, was uns im Prinzip das Klima auch anbietet. Und das wird auch die Marge sein. Und auch in Kaufnahme, dass wir zum Teil auch solche, ja, ein Shift, eine Bewegung in Waldgesellschaften bekommen werden. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Fragerunde. Vielen Dank allen drei Referierenden des Nachmittags. Und ich übergebe an den Partner Hochschule Geisenheim für das Schlusswort Professor Jiedicke. Danke sehr. Das sollte ich mal an der Hochschule machen, eine Veranstaltung, eine Stunde überziehen. Ich glaube, ich wäre alleine im Saal. Hier ist es anders. Das nehmen wir wahr als Signal dafür. Es sind erst wenige gegangen. Und da gibt es mit Sicherheit auch gute Gründe für. Das ist ein Signal, das zeigt, dass die Veranstaltung das Thema wirklich gefragt ist. Wir haben neun tolle Vorträge gehört. Wir haben sehr viele Aspekte des Themenfeldes erörtert. Das Thema erst mal sehr groß gemacht. Ich habe wahrgenommen, auch eine vorsichtige Kritik. Es fehlt jetzt irgendwo, das zusammenzubündeln und zusammenzufassen und in die Maßnahmenumsetzungspraxis zu bringen. Ich glaube, das werden wir tun. Wir werden weitere Veranstaltungen durchführen. Das war auch vor der heutigen Veranstaltung mit den Partnern schon so verabredet. Ich möchte trotzdem versuchen und auch bewusst oder wissen, dass es jetzt nochmal vielleicht fünf Minuten dauert. Ich versuche es ganz kurz zu machen, die wesentlichen Aspekte zusammenzufassen, zusammenzufassen. Das kann nur rudimentär sein. Das weiß ich auch. Ich möchte es in vier Themenfeldern zusammenfassen. Wir haben als erstes uns immer wieder mit bestimmten Folgen des Klimawandels befasst. Mit, wie Herr Langshausen es formuliert hat, den wirkmächtigen Aspekten des globalen Wandels insgesamt. Das mache ich jetzt ganz kurz, weil die meisten Dinge sind bekannt. Eindrucksvoll fand ich eine Zahl, die Herr Manns am Anfang erwähnt hat. Die verringerte Auffüllung der Grundwasserspeicher mit einem Minus von 25 Prozent in der Grundwasserneubildung in den letzten 18 Jahren in Rheinland-Pfalz. Das heißt, auch wenn die gesamten Niederschlagsmengen bleiben oder sich nicht wesentlich verändern, führt es doch dazu, dass die Bodenfeuchte und die Grundwasservorräte insgesamt sehr deutlich abnehmen. Und das sind die ersten Konsequenzen und erst die Anfänge dessen an Folgen, die wir im Wald sehen. Der Wasserhaushalt, den wir immer wieder von verschiedenen Sichten oder Sichtweisen angesehen haben, zeigt, dass eine ganzheitliche Sicht des Landschaftshaushaltes nicht nur des Wasserhaushaltes notwendig ist. Das generelle Ziel wurde so formuliert vom schadlosen Wasserabfluss hin zu einem bestmöglichen Wasserrückhalt in der Landschaft. Und wir müssen damit sicherlich auch die Ziele in der Forstwirtschaft, aber auch für andere Landschaftsnutzung überprüfen, priorisieren und optimieren, wie es Herr Langshausen formuliert hat. Punkt eins. Punkt zwei. Das ist jetzt der Fokus. Was resultieren daraus an Anforderungen oder Aufgaben für den Wald? Der Wald, der einerseits Schutzleistungen erbringt und andererseits selber geschützt werden muss. Ein Stichwort, was ich irgendwo aufgegriffen habe. Es geht um Klimaschutz und Klimaanpassung. Beides sind zwei Seiten einer Medaille, die gleichermaßen hochprioritär zu verfolgen sind. Waldbauliche Konsequenzen führen in Richtung Risikoanpassung. Herr Frauenberger hat sehr gute, konkrete Umsetzungsbeispiele angedeutet, die wir uns oder viele von uns morgen auch im Gelände anschauen werden. Und ich glaube, das ist der ganz zentrale Teil der Veranstaltung, wo es dann ganz praktisch und begreifbar wird. Insofern freuen wir uns, dass wir mit, ich glaube, ungefähr 80 Anmeldungen morgen, auch wenn es logistisch ein bisschen schwierig ist, eine sehr, sehr gute Resonanz für die Exkursion haben. Funktionierende Waldökosysteme als Oberziel, hat Herr Langshausen formuliert. Biodiversität als Garantik der Resilienz, aber eben auch ein ganz klarer Abschied von der Kielwasser Theorie. Und es sind eine Fülle von Maßnahmen daraus resultiert, die genannt wurden. Das ist jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit historischer Entwässerungen zurückzubauen. Ein angepasstes Wassermanagement im Wegenitz mit einem Rundprofil der Wege, mit Versickerungsmulden, mit Rigolen zur Versickerung statt Rohrdurchlässen unter den Wegen, mit der Sperrung von Durchlässen, mit der Zurückleitung von Wasser an Seitengräben, aus Seitengräben, an Kreuzungen in den Wald. Und Herr Fraunberg hat es so formuliert, das Wasser muss vom Weg in den Graben und jetzt eben nicht weg aus dem Wald, sondern in den Wald hineingeführt werden als Paradigmenwechsel. Der Maschineneinsatz im Wald ist zu überdenken. Da sind wir im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie. Herr Schüler hat den beeindruckenden Wert von 3000 Prozent erhöhtem Abfluss in Rückegassen genannt, auf lehmigen Standorten zumindest. Das heißt, es geht um neueste bodenschonende Technik, um es geht um alternative Holzernte und Rücke Techniken, um Seilkräne und im Falle des Falles geht es auch darum, dass man, wenn eine technische Befahrbarkeit nicht gegeben ist, dann auch wirklich mit Maschinen aus bestimmten Beständen draußen bleibt oder bestimmten Bereichen. Der Erosion ist aktiv zu begegnen. Das heißt, Rückegassen, wenn sie entstanden sind, müssen nicht oder dürfen nicht einfach hingenommen werden, sondern müssen auch zurückgebaut werden. Es geht um die Zulassung und Wiederherstellung der natürlichen Struktur von Waldbächen. Es geht um Bodenschutz, um die Infiltration zu erhöhen. Kahlflächen sind in diesem Sinne kontraproduktiv. Es geht um Reduktionsräume. Dann haben wir gerade in den letzten Vorträgen unter Diskussionen intensiv über die modifizierte Baumartenwahl und eine erhöhte genetische Vielfalt der verwendeten Baumarten, wenn man sie einbringt, gesprochen. Aber eben auch über den Vorrang der Naturvergängung. Diversifizierung zwecks Risikominderung ist eine Strategie. Mehr Totholz zu belasten, war ein Punkt, der angesprochen ist, um Hitzepuffer zu schaffen, um Wasser zu speichern, um Humusbildung anzuregen. Und die aktive Bewässerung wurde auf eine Rückfrage angesprochen, ist kein Thema im Moment, weil das Wasser auch irgendwo herkommen muss. Es ist endlich und auch die Flüsse als Ökosystem, die Auen-Ökosysteme haben entsprechend mit Wassermangel zu kämpfen. Soweit vielleicht zum Thema Wald. Der dritte Bereich, die Kommunen als Akteur, waren in verschiedener oder sind in sehr vielfältiger Weise angesprochen. Natürlich zunächst mal durch die direkte Betroffenheit im Falle von Hochwasser und Sturzfluten. Das muss handlungsmotivierend sein. Hochwasser-Risikomanagement-Pläne als Instrument wurden angesprochen. Aber jede Planung ist nur so gut, wie sie auch dann auch umgesetzt wird in die Praxis. Wir haben gehört, in Rheinland-Pfalz sind Mittel verfügbar dafür, ausreichend, das wäre zu überprüfen. Also da fordert, folgt daraus, dort in die Umsetzung zu gehen. Die Kommunen gerade sind gefordert, nicht nur auf den besiedelten Raum zu schauen, sondern die Gesamtlandschaft zu betrachten und integrativ zu planen. Das heißt, alle landschaftsbezogenen Ziele und Akteure, Akteurinnen zu integrieren und die Agrar- und die Waldflächen mit zu bearbeiten. Auch nicht nur dann, wenn sie selbst kommunale Waldbesitzer sind. Und das ruft geradezu nach einer Stärkung der kommunalen Landschaftsplanung. Landschaftsplanung nicht nur als Planungsinstrument, sondern die LandschaftsplanerInnen auch als Moderatoren, Moderatorinnen für die Umsetzung der kommunalen Landschaftsplanung. Und das Konzept oder erst mal die nachhaltige Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung ist eine kommunale Aufgabe, wo wir ganz viele Berührungspunkte zum Thema haben. Und wir haben über das Konzept der Schwammstadt einiges gehört, was sich vielleicht auch von dem einfachen Wording auf andere Ökosysteme übertragen lässt. Und viertens und letztens ganz kurz gefasst die Landwirtschaft als Akteur. Sie ist wie die Forstwirtschaft betroffener und mit Verursacher gleichermaßen von Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes und des Klimawandels. Peter Schiflert hat berichtet aus einem Untersuchungsbeispiel, dass um die 50 Prozent anthropogen erhöhte Abflüsse im Acker zu beobachten sind. Also auch hier geht es darum, Wasser zurückzuhalten durch einerseits nutzungsintegrierende Maßnahmen, andererseits eben durch eine räumliche Strukturierung der Ackerlandschaft insbesondere, durch Streifenfluren, durch Unterbrechungen von Nutzflächen, durch Agroforstsysteme und so weiter. Und ein kleiner Hinweis am Rande fand ich auch sehr interessant, die Schaffung von kleinen Wasserspeichern in der Agrarlandschaft durch die Erhöhung von Wirtschaftswegen, durch ein Auffüllen von Wirtschaftswegen. Was nehmen wir als Gesamtfazit mit? Es ist ein hochkomplexes Thema, was sich natürlich in einer Tagung, auch wenn man sie um eine Stunde überzieht, nicht vollumfänglich durchdringen lässt. Vieles ist noch unklar. Wir müssen auf jeden Fall, das kam zuletzt ja auch nochmal in einem Wortredebeitrag, die ökosystemare Perspektive ganz generell stärken. Das würde ich sofort unterstreichen. Auf der anderen Seite wissen wir aber genug, um zu handeln. Also es gibt keinen Grund, nicht zu handeln, sondern wir müssen beides tun, mehr forschen, mehr monitoren, vor allen Dingen auch schauen, was kommt dabei raus bei den Maßnahmen, die wir durchführen, um dann im Sinne von kosteneffizientesten Lösungen auch sich darauf zu fokussieren, was mit dem vorhandenen Geld am effektivsten durchzuführen ist. Es geht darum, viele Akteurinnen und Akteure zu vernetzen. Es ist, was wir hier diskutieren, kein Thema für den Forst allein, sondern da sind viele andere Akteure betroffen oder mit einzubeziehen. Ich glaube, unser Ziel, dass wir eine erhöhte Sensibilisierung für das Thema Wasser und Wald erreichen wollten, haben wir erreicht. Das kann aber nur ein Zwischenschritt sein. Wir alle und jede und jeder in ihrem und seinem Arbeitsbereich sollte mitnehmen, dort auch in diesem Bereich weiter tätig zu sein. Wasserrückhalt ist ein zentrales Planungsziel im Sinne einer Multifunktionalität von Nutzung von Landschaft, Ökosystemleistung, der Begriff viel mehrfach. Aber entscheidend ist nun, dass hieraus Handlungen folgen. Und dazu, das ist die Überleitung zur Exkursion morgen, wird Bernhard Frauenberger uns morgen und andere entsprechende konkrete Maßnahmen zeigen, die uns viele Anregungen bieten werden, die wir mit nach Hause nehmen können. Und damit kommen wir zum Schluss zum organisatorischen Treffpunkt ist morgen am Krärshäuschen. Achten Sie bitte, wenn noch nicht geschehen, auf den Aushang hinten an der Tür oder vorne an der anderen Tür, glaube ich, auch mit QR-Code, also ganz nutzerfreundlich, nutzerinnenfreundlich, sodass Sie dann auch im richtigen Ort sind. Wir werden bis circa 13 Uhr dort fertig sein. Diejenigen, die übernachten, bekommen um 18.30 Uhr das Abendessen und, Jan, ich gucke dich jetzt an, die Schlüssel für die Zimmer, für die Übernachtungsgäste sind dann dort vorhanden. Das heißt, Sie haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu kommunizieren, um sich ein bisschen die Beine zu vertreten oder auch schon rüber zu fahren. Und um 18.30 Uhr geht es dann los mit Essen und Sie bekommen Ihren Schlüssel. So, jetzt bin auch ich fertig. Ich möchte mich ganz zum Schluss ganz herzlich bedanken für Ihre aller Geduld, für Ihre konstruktiven, interessanten Redebeiträge. Ich möchte mich bedanken bei den Referierenden für Ihre inspirierenden Vorträge. Und ich bedanke mich bei unseren Kooperationspartnern im Originalbündnis, beim BBN, bei Landesforsten Rheinland-Pfalz, bei den Organisatoren vor allen Dingen, bei Landesforsten und ganz besonders bei meinem Team, insbesondere Jörn Schultheis, der hier wirklich mit hohem Zeitansatz und manchmal, muss ich ehrlich gestehen, hat er auch gestöhnt, was da alles zu leisten ist, aber mit hohem Zeitansatz auch eine super Veranstaltung hingelegt hat. Dafür ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Applaus